hallo leute und ein herzlich willkommen zu einem neuen relive on a live stream heute wieder mit am start mit mark rumpelderbumpel in seinem grünen p1 wir werden heute einfach mal schauen was los ist bei 117 bisschen rumgucken bisschen schauen bisschen spaß haben letztes mal war ja ziemlich actionreich das streamer 117 und ja ich hätte gesagt ich hoffe euch geht es gut wenn es gut geht lasst auf jeden fall ein like da würde mich sehr freuen was auch kostenlosen abo da wird mich sehr freuen leute ja schalatze rein schalatze rein genau wichtig ist jetzt für euch die grafik sieht ein bisschen komisch aus weil ffm irgendwie ein update geschaltet hat dass meine grafik nicht mehr zu 100 prozent funktioniert jo reshade und enb gehen nämlich irgendwie nicht mehr seit genau heute vor ein paar minuten hat aufgehört mit neuen update also bitte fragt mich was da los ist das heißt heute die grafik ein bisschen schlechter als sonst oder naja sieht halt ein bisschen anders aus sagen wir so ich habe jetzt extra ein bisschen an den settings gespielt dass es gerade noch ein bisschen besser aussieht aber egal heute also ein bisschen ich sag mal ein bisschen griseliger sieht es aus ja so ich hoffe ich jetzt gut leute schreibt mal rein wie es euch geht ist das 3.0 nein ich kann nicht sagen warum der titel so heißt es sind noch mal heute sind noch mal zwei eins zu sieben gegangen wins ist gegangen und lukas aber lukas war ein azubi aber wins ist auch gegangen wir haben die vermutung dass ich sag mal die leute die halt bei jetzt mittlerweile beide beim kartell drüben sind dass die bisschen abgeworben haben jetzt nicht das kartell selber sondern in dem fall edin lieben und so die drüben sind und ich glaube das ist so ein bisschen eine clique gewesen bei 1 zu 7 die sie so ein bisschen zusammen getan hat und die wollen jetzt wieder zusammen sein sind die alle rüber gegangen ist natürlich ein bisschen kacki muss ich auch sagen ich man fühlt sich so ein bisschen hinter gang man zu sehen weil das sind echt leute schon lange dabei waren aber deshalb sage ich auch auf neues kapitel es kommen neue leute die leute werden so gesehen neu jetzt haben wieder platz für neue leute oben und man ist halt schon das ist schon traurig aber ich habe mir auch bei winz der wald auch so ein bisschen ein klick oben drin ich sag mal diese ganzen leute die so in der unteren führungsetage waren waren so ein bisschen ich sag mal befreundet es ist winz natürlich auch weg ist natürlich das hat auch wieder wege da besser so edin winz lieben da sind so die drei leute die halt auch so ein bisschen bei 1 zu 7 was ausgemacht haben und die einfach weg sind so von heute auf morgen aber jetzt ist auch muss auch sagen wir haben jetzt eine woche lang haben wir das gehabt dass wie gesagt so mit dem kartell hier deal mit hallo mit dass die dass die ohne headshot rauskommen ohne sagt man blatt out und das haben wir natürlich genutzt was haben wir natürlich genutzt was soll was wie warum so schnell ja das geht schnell live das geht schnell er was dass ich was ach so jetzt ist das tatsächlich geholfen ich wusste nicht also hast du reinbekommen die tablette ja das ist doch schön ich hätte katze tablette bekommen die ärzte haben gesagt das passt noch gar zu er ist so dick was was liegt da 5,9 kilo 6 kilo zirka erste große katze darf das er darf das ja aber ich habe auch gesagt da muss ich wirklich hart treffen würde der wolfie werden ryan mittlerweile ja auch der kleinen wolfie gut kubis sehr oft da ja ich will jetzt ich will jetzt gar nicht die ganze liste durch das gibt schon ein paar leute der larissa ist ja auch schon lange da das sind so leute die kennst du jetzt auch schon länger die sind oft da und das ist halt sowas ja aber deshalb jetzt muss halt dir vorstellen es geht einfach ich meine zuerst war ja hier hier mit mit igor war das glaube ich ne die waren ja die ersten die gegangen sind dann ja die nachgezogen und jetzt halt noch hier winz da seid schon ein verlust kann man sagen schon ein heftiger verlust aber deshalb wir müssen neues kapitel aufschlagen wir müssen uns neue sachen einfallen lassen wir müssen neu durchstarten leute und das ist wichtig und richtig ich glaube das liegt auch gar nicht so hart an uns ich glaube einfach das liegt an dieser freundschaft die an denen liegt aber eins muss man sagen eine familie ist das dann nicht in dem fall bin ich eher froh wenn die draußen sind wir haben auch heute noch mal gesagt also das das hat mir wolfie gesagt er hat heute noch mal gesagt wer jetzt wirklich bei 1 zu 7 raus will der soll heute noch gehen weil jetzt kann er noch ohne einen blood out gehen und das heißt alle die jetzt noch da sind wirklich alle die jetzt noch bei 1 zu 7 sind sind die leute die wirklich in der familie bleiben wollen und ich finde das ist auch vielleicht wichtig so dass die leute weg sind die keinen bock auf 1 zu 7 haben die sagen sie haben eh keinen bock weil sie haben dort drüben freunde sie wollen dort sein dann sollen sie dort drüber gehen deshalb haben wir auch heute noch mal dieses statement gesetzt entweder ihr geht heute weil heute könnt ihr gehen ohne dass es probleme gibt oder ihr bleibt einfach in der familie und die leute die jetzt sind sind die leute die wirklich noch in der familie sind die wirklich noch geblieben sind aber es ist schon heftig wenn man das so mit bekommt also ich habe das das krasse ist immer dass es immer dann wenn ich nicht da bin ich war die letzten tage ja so oft da ich war jetzt vorgestern da und heute bin ich da und genau dann passiert dass das so passiert aber es ist dann so kann man nichts machen wo eine tür zufällt geht irgendwo anders wieder eine neue auf so makna lump guten abend kudi gebellischer typ der sich was alles notiert der aufschreiben aufschreiben ja warum heißt es muskelkater nach dem lauf und nicht joghurt wegen chockhurt ja ist gut aber was ist muskelkater auf englisch weil du sagst ja chockhurt was ist muskelkater auf englisch a pain muskel a muscle pain muscle stretch pain muscle ach keine ahnung was ist muskelkater auf englisch wird 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 kaum äh muskelkater ist a muscle cat ich habe einen muskelkater a muscle cat ne ähm keine ahnung was heißt muskelkater auf englisch keine ahnung wäre lustig wenn es muskelkater ist aber ne noch nie drüber nachgedacht was muskelkater ist äh koblenz ja äh muskelkater auf englisch ist koblenz pain cat ja ah muskelkater auf englisch ne ich wollte meine waffeln holen ich hab ja keine jetzt ne ne ja ich sollte vielleicht mich mal drüber ähm überlegen bezüglich hier ne heißt das wirklich chock pain einfach statt jo chock chockhurt ja aber dann ist der aber dann macht der witz aber auf deutsch keinen sinn makener lump ne wegen muskelkater äh muscle cramp ah muscle cramp ja gut das stimmt muscle cramp äh also muskelkrampf das ist auf englisch das ist das richtige wort der muscle cramp ja nie drüber nachgedacht aber gut wann brauchst du das äh wann brauchst du muscle cramp auf englisch äh wenn du zum arzt gehen musst listening aufgabe dritte klasse Herr Doktor Herr Doktor Herr Doktor Herr Doktor Herr Doktor I have muscle äh muscle cramp please help me Herr Doktor ich habe ein muscle cramp ne äh Glock 17 nehm ich jetzt mit so damit ich halbwegs wobei ist es eigentlich eh egal ne ich habe ja eh keinen Waffenschein ach komm ich nehme einfach mit ich nehme alles mit haben wir eigentlich Werkzeugkästen wieder da hat sich ja Ryan drum gekümmert glaube ich ne da schalte ich gleich mal nach Schalldämpfer mag keinen mehr Noss haben wir oh Noss muss man nachkaufen Werkzeugkästen haben wir aber ich habe keine Nossflasche mehr das muss sich auf jeden Fall ändern weil ohne Noss gehe ich nicht außer Haus ich mache das Gegenteil von Ryan Käse frohe Weihnachten frohes neues Jahr frohe Ostern Dankeschön wieder an den Käse wünsche ich dir ebenfalls mein Lieber kommst du heute noch schön in ein schönes Käsefondue so der Saarländer guten Tag wie geht es dir wie war dein Tag sehr angenehm der Saarländer Dankeschön ich hoffe deine auch äh lolboy 777 Dank für 1,10 Euro dann Raffnix ist auch wieder am Start da 5 Euro die Gysi ist ja gut der Sturten wann kommt da Elektriker da musst du leider Ryan fragen kann ich mich nicht aus kannst du Bankraub was ganz nackt mit Mobs Maske machen warum sowas gehen wir mal kurz in den Funk rein schauen wir mal wo alles hier ist so check 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 boah alter ohne Grafikmod ist das so komisch ne check 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 oh sind ja ein paar Leute guck mal 16 Mitarbeiterliste ja erstmal eintragen äh Daniel Wolf ist da aha Wolf ist anscheinend irgendwo in der Klinik schau mal jetzt die ganzen Directors das ist alles frei jetzt ne hier die zwei Directors einfach weg frei wir müssen Leute finden die hier aufsteigen gut Koffermann ist ja auch schon lang dabei äh Gibi ist auch lang dabei darf man nicht sagen Fuchs ist oft da Jason Miller ist auch oft da ich darf hier nicht immer auf die Leute gehen die ich kennen ne Qubi alter Qubi ich seh immer Qubi der ist immer da der Bri dann schau mal wie sich das hier unten füllt ich hab hier grad erst ich hab hier noch gewechselt also um 8.30 Uhr wieder wechselt ok so mal schlüssel holen äh ist Wolfi da? äh ja positiv er ist da äh wo ist das denn gerade ist nämlich im Tablet auf gelb ach so sorry ich hab's gerade nicht gehört ich bin gerade vom Haus einrichten im Mirror Park ach so deshalb bist du weg ok verliebt die Jungs verliebt die Jungs ja ich bin unterwegs äh wir können wieder fahren ach ja und by the way so just for fun info ähm bei der Buxi ich hab jetzt Vorschrift dass die mindestens 3 Einheiten haben anscheinend bei uns alles mit HP Kenzeichen komm mal bitte 3 aber keine 5 ach ähm ich äh fahre gerade in Richtung Palito voll jemand am Anfang aus ach so ich doch du stehst noch da vorne ja ok ich steh am Palito VD ja gut ich muss zum Ding drüber ich brauch äh Nossflaschen langsam wieder ich lass mal Nossflaschen auffüllen so ist ein schöner Tag auf jeden Fall am anderen wenn du jetzt mal ein paar Fläschchen hast ich bestell mal gleich mal ach wir sind ja relativ leer jetzt gerade 2,9 Millionen aber erst das letztes Mal es ist halt weiß nicht also er hat mir auch er hat gesagt da ist ein Ausdruck mittlerweile Vorschrift ist dass sie so viele Einheiten sind zu sehen weil wir sind ja alle so unglaublich gefährlich und schwer kriminell Herr Wolfi hast du dann kurz Zeit zu reden? ja ich kann auch zu dir nach Hause kommen wenn du das willst ach so ja kann ich ja dann schickst du deinen Standort ja sende wir einfach auf Standort weil ich äh hol schnell ein paar Flaschen oder bin ich dabei und dann fahr ich wieder vorbei ich muss um was fragen das ist nur sehr wichtig das ist mir sehr wichtig das ist mir sehr wichtig zeigst du euch irgendwann? ja ich zeig mich doch die ganze Zeit schon ich bin einfach ich bin ein äh ich bin ein ausgebrochenes Hunde Experiment so sag mal wo wohnt er denn? Wolfi wohnt der Mirror Park aber hier direkt neben der Kartellstraße hier ich sag's dir immer Pimmelstraße das sieht von oben aus wie ein Pimmel äh da ist er cool ich bin mir damals im LCBDFA nee LSBDFA Interest was aufgefallen hab ich das von oben so gefilmt dann sah es aus wie so ein Pimmel keine Ahnung wie geht's dir? ähm wie geht's dir? gut hier aus dem DIN ich glaub das ist ein Admin neben mir ich hab irgendwas gespürt ja und wieder ein Admin steht leh mich an dann komm ich hast du das gemerkt? da steht jemand neben mir ne 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 kurze Frage können sie Flaschen verkaufen? ja wie viel? äh ich weiß nicht wie viel da reingeht was wiegt 1,5 ne? 5 Kilo? gar nicht nur 1 Kilo achso mal kurz gucken ob ich da noch Platz hab äh uff 1 Kilo könnten sie mir vielleicht ähm ja 4 Flaschen geben also 4 mir geben und 4 äh also ne 2 mir geben 2 in den Kofferraum ja das geht super das wär alles da passen eigentlich mehr rein da passen sogar 2 Flaschen rein tatsächlich ne ne ich brauch nur ich brauch nur 4 Stück äh ich kann eh nur 5 äh ja ähm wie viel war es? 4 4 genau äh 10.000 reichnen ja ich muss das schnell abheben alles klar ja dann nehm ich gerne mit alt dafür so wenig geld für den ganzen 10i dafür kommt man weg ihr habt eh mitbekommen Leute wenn ich dann könnt ihr das Fahrzeug mal zum äh Lager Eingang fahren ok das lustige ist ja wenn wir oh das kann ich ja nicht eingeben mal 15.000 ja was brauchen wir check fahr ich das mal zum Lager rüber ja ja er kommt sich ja nachher noch so und was machst du hier? Moppetion oder was? nö solltest du äh morgen mal und äh ich sammelst die Kiste hier hin gehen wir mal zusammen hin du mach die ersten 2 flaschen mal rein jawoll naja ich hab ja noch eine stimmt ja muss ich die eh reintun die wiegt wirklich die wiegt halt wirklich nur 1 Kilo ich dachte die wiegen 5 Kilo oder so so da kommst du nachher mhm ich kann dir die 2 flaschen rausnehmen danke schön so wiechenstelle das Geld ist ok 20.000 ja ja ich steh kurz die boxe unten hin jawoll geben ein die Fall ist negativ so bitteschön mit ein bisschen Trinkgeld danke bitteschön schöner Weihfahrt und schöner dankeschön wünsch dir einen schönen Tag kein Dollar ist einfach schon so ein Meme geworden ein Dollar Trinkgeld ist halt schon ein Meme ne so wir fahren mal zu Wolfi zu seinem Haus rüber wie schön ist er da zu seinem Haus danke für 5 Euro der schreibt nichts dazu line high kennt mich noch natürlich der Internetandel ist da danke für 90 Cent Till Wurdelsalat nicht Wurdelsalat nur Kurdelsalat was ist die Mehrzahl von einem Mopspot ist aber so alt ne boah ich weiß auch damals in der Schule war das so lustig da wurden wir gefragt hast du auch einen Garten vor deinem Haus und wenn du ja gesagt hast haben die dich ausgelacht ich hoffe die einen oder anderen verstehen was damit gemeint ist aber das war so dumm einfach solche Witze haben wir damals gemacht in der in der Unterstufe hast du hast du einen Garten vor dem Haus oder hat ich gesagt ja natürlich er hat gesagt er hat einen Garten vor dem Haus und da kommt schon unser erster Gast oder auch nicht das genau solche Witze sind das das ist in der Unterstufe gemacht und da hast du einen anderen ausgelacht wenn er ja gesagt hat genauso wie was die Mehrzahl vom Mops ist genau so ich sage dein Garten komm mal aus bis an Zeiten ich meine wir haben damals schon ich meine ich war damals in der Unterstufe müsst ihr euch vorstellen der Kanal ist so alt also dieser YouTube Kanal der so alt den hatte ich schon in der Unterstufe gehabt wo ich noch zur Schule ging wir haben damals Werbung in die Schultische geballert für diesen YouTube Kanal das war schon lustig weil ihr ein Schulprojekt kanal aber das ist ja Schulprojekt die haben halt irgendwelche dummen Videos gedreht Werbung der Schule gemacht erst mal auf den Deckel bekommen von den Lehrern als wir da überall die Sachen reingesteckt haben oh schau wer da ist da ist nach der Wolf oh das ist aber ein schönes Haus viel Platz die Einfahrt gefällt mir das ist eine riesen Einfahrt das ist eine riesen Einfahrt da können ja 50 Autos parken hallo stimmt ja nein wie gesagt er ist halt zu mir gekommen und hat halt gesagt ja nein das ist nicht mehr das Wahre und er braucht Zeit für Selbstfindung und er hat mit dem Doni geredet und er will gehen wer der mich abholen wollte in Palito Ach Wins will zum Quattel Entschuldigung und er hat seine Verkässung Haltung ist das schon oder? Ja aber schon da ist war es auch nicht dafür sind halt beide gekündigt worden Wins und Lukas Ja so jetzt das habe ich auch zu Kübel gesagt also jetzt nimm es mir echt nicht böse aber vielleicht hat er noch sein eigenes Ding näher weniger hier durchgezogen 5 Sekunden da also beim Wins finde ich es extrem schade beim Lukas ist meiner zu wurscht beim Wins finde ich es extrem schade aber was willst du machen was ich halt einfach auch sehe ich meine du weißt die Zeit damals also ich ja frisch aus dem Flied aus bin so war halt eigentlich Igor Wins und du so eigentlich meine meine Hauptperson ist halt schon die Michalas halt einfach nur ob du da bist die sind einfach so weg so puff naja es ist Ryan ist auch noch da wollte gerade sagen Aaron Zoll ist jetzt so ein Ausführer ist halt das Jacke in Zoll oder was nein nein es geht darum dass halt Wim und Wolf die und Ivan eigentlich so die Gründe waren wieso ich letztendlich die Bündigung eingereicht habe und es ist halt jetzt irgendwie schon schade so die Personen die mich dazu bewegt haben so dass die jetzt weg sind sag mal Winz war doch Biker davor oder genau anscheinend schon anscheinend war der Liam der Winz und ich alle drei Biker ja Jason auch das ist schon krass vom Biker zu 1997 zum Kartell geht aber ich würde mich halt nur fragen warum so so aus dem nichts einfach ganz kurz was wegen Business habt ihr das mitbekommen von dem Biker ne der versagt nur das gestern mit Damp von den Biker mitbekommen ne folgende Situation Freitag nachts nach der Aktion wurde alle aus dem GSB raus dann haben wir noch ein bisschen geschnackt und so dann funkt Nelzen also Nino durch und durch er wurde gerade beim Tanken also er war mit einer Touristen er wurde gerade beim Tanken von einem Zivi angesprochen wie denn aktuell die Kuschpreise bei uns ich so hä ich so ja ich ich fahr mal hoch hab dann auch Pablo zugeholt für mich zuerst da hat der Typ erzählt dass ein Biker also ein Hangaround hat ihm am Hauptplatz und ein paar anderen erzählt dass er bei uns Kusch verkauft kann und Affen kaufen und scheiße und da hat er einfach sich gedacht komm ich spreche jetzt einfach mal Nelson drauf an der Tanke irgendwann random ich hab dann auch gesagt ich so jetzt stell dir mal vor die alte wäre halt keine Zielisten sondern irgendwie Kopf oder so einfach privat weil man kann sich ja gut verstehen ist halt dann schwierig wir sind ja mittlerweile eh so offen oder die wissen doch eh schon alles ja aber es kann ja trotzdem als Vorwanderer werden ich mein ich find das auch kacke wenn so der eine Crime einfach hingeht und zudem sagt hier der und der und der kauft Sachen an aber ich mein es ist ja mittlerweile glaub ich eh klar oder so ich glaub nicht dass PD das nicht weiß ja aber das geht's mir halt aber es ist schon so ne Sache der Ehre aus dass man es nicht machen sollte erstens das zweitens ich war ja selbst beim PD und ne Sache zwischen Wissen und Beweis was haben sie in der Zeit verschiedene ja aber beweisen können sie es ja trotzdem nicht ne weil es ist ja auch nur einer der wieder was am Hauptplatz sagt und dann sagst du auch ja das ist sowas das sagt er vom Hauptplatz äh Beweis ist es dann wenn PD da zu uns kommt bei uns das verkauft und dann zack hat er uns am Hauptplatz hörst du auch dass Gizi schwanger ist oder sowas das ist ja Gizi die Frau Brot achso das hörst du dann auch am Hauptplatz irgendwann Gizi ja die Gizi der Gisela ne aber äh ja das ist das ist finde ich jetzt tatsächlich nicht mehr so schlimm wäre vielleicht schlimmer gewesen wo wir gesagt haben wir sind komplett so verdeckt weis ja die Zeit da war ich ja noch auf der Kopfseite als ich wollte mit dem Malpass verfolgt habe ich beim PD angerufen da habe ich so jo ich höre gar von 3 Malpass verfolgt ja gut es war der Tag vom Kriegsbrin von euch ah ja gut da hat der da hat der Stift dann sicher gemalt beim PD ja als wir da gefahren sind so du weißt du bist zu Kopf aus dem Dienst und es waren die 3 Malpass und die so ja ja aber weißt du was war das war nur Provokation das war nur Provokation um ein bisschen äh das PD einzuschüchtern dass sie ein bisschen Abstand machen sollen wir wollten ja gar nicht schießen oder so das war der Plan so ein bisschen nur einschüchtern wir haben dann nach einer Woche Krieg haben wir eh gegeneinander geschossen dann so mit PD da hat er das da hat er dann dann äh Paris Auge gemacht und hat gesagt wir wir hauen die jetzt weg ey aber aber eine Sache warum ich jetzt eigentlich hier bin wie ich dich fragen wollte kannst du irgendwie was sagen bezüglich äh ähm Sachen die mitgenommen wurden beispielsweise Waffen oder so absolut nix nichts du kannst halt nichts nachweisen weil weißt du was ich mir immer denke bevor sie gehen der war Azubi ja er nicht jetzt aber die anderen weil ich denke mir immer so die haben sich 100 pro bevor sie gehen so noch alles so voll gemacht ihre Häuser oder so weil wenn wir da doch einen Schlüssel hätten jetzt von Vince würde ich da gerne mal reingucken ob der da nur die Sachen drin hat aber weißt du ich denke mir immer so die wissen es ja schon länger die werden ja nicht von heute auf morgen gehen ich glaube dass der Startschuss war als Liam und Igor weg waren und dann haben die anderen gesagt sie wollen da jetzt auch hin weil jetzt die zwei dort sind weißt du ja beim Liam und Igor wissen wir dass sie was mitgenommen haben ah da wisstest du es ok ja da wissen wir es beim Edin den haben wir am Kradellgelände oben entlassen Ryan und ich da hat der Toni gesagt dass er nix mitgenommen hat außer das was er privat noch in die Häuser gehabt hat aber nicht explizit jetzt noch was eingepackt hat der Edin hat uns auch die Ausschlüssel alle freiwillig übergeben was er noch gehabt hat beim Vince das gleiche heute er hat auch gesagt er hat noch ein paar Waffen privat in irgendwelche Autos rumliegen die kann er uns aushändigen wenn er will aber ich sage nein bitte das gut sein er hat auch alle Hausschlüssel freiwillig abgegeben was er gehabt hat und hat uns in Maybach auch wieder zurückgegeben und alles Vertrauen ist halt ziemlich hart gebrochen so mit den Leuten weil ich immer so denke die waren in der in der oberen Etage so von heute auf morgen sagen sie alle sie haben keine Lust mehr so das ist ja schon länger gewesen das war sicher geplant oder so aber ich sage mal so sie hätten genauso gut komplette Lager mit in Amerika und das ist unbewerblich ja aber kannst du mir nicht sagen dass das nicht geplant war als das Kartell mit diesem Deal gekommen ist kannst du mir nicht sagen dass das nicht geplant war das kann sein und dann am nächsten Tag Edin direkt gegangen ist oder ja doch das war direkt danach oder was am selben Abend nee am nächsten Abend am nächsten Abend ist er gegangen kann mir keiner sagen dass das nicht geplant war von denen so aber was du sagen musst wir haben gestern 7000 Kusch im Lager liegen gehabt mhm der hätte ein Winz rein der hätte nicht einsteckt sich dann nehmen und das war nicht auch geplant und das hat er auch nicht getan das ist das also das Lager ist unbewerblich mhm nein nicht schlecht und er hat auf seinen Beitrag was er noch gehabt hat verzichtet ich muss noch gar nicht was zu essen holen ich fahre mal gleich versuche ich jetzt eine Tankstelle komm her komm her nein ich muss aber nur zur Tankstelle passt schon ich habe noch tausende Pizzen ja da gib mir das bitte dann fahre ich wieder zur Tankstelle danke ne ich habe nämlich nichts mehr ich habe oh dankeschön sehr lieb ich habe mal irgendwie 200 Pizzen oder so gekauft ja ich muss mich trinken auch langsam wiederholen da bist du auch schon langsam wieder problematisch also ich wäre dafür dass Aaron Taylor von Azubi zum Direct Kämpfer wird also gekündigt wird danke dafür ja wie kommst du auf Aaron weil er Aaron ist weil ich Aaron bin haben wir nicht noch einen anderen Aaron ne ich bin der einzige du verwirrst mich so dermaßen ne wir haben echt play on Aaron achso ach nevermind ja gut ach ich sag immer Aaron deshalb genau ach Aaron ja danke jetzt jetzt macht es klick ich nenne mich immer Aaron ich sag nie Aaron wenn was ist ist Aaron da irgendwie gefühlt 90% sprechen meine Namen falsch aus aber du hast jetzt nicht Aaron dann sag ich ab jetzt auch Aaron danke bei einer Kontrolle ja Herr Tyler Herr 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 Tyler ich sag bro das heißt doch Taylor man Herr Tyler gut also Taylor hätte ich auch gesagt aber ja gut da macht dann noch mal mehr Sinn mit Aaron Taylor aber Aaron Taylor ist ja auch lustig das wäre ein bisschen strange irgendwie oder auch weil Taylor heißt ja eigentlich Schneider so auf ganz solch Aaron Schneider also das ist so direkt ich denke mich so direkt an zwei unterschiedliche Namen Aaron und Aaron das ist schrecklich das ist echt angewendet dass ich Aaron sag ey wisst ihr wer da ist Reddington echt ist Reddington 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 Dr. Frank Reddington einer der besten Anwälte von ganz L ist der wieder Anwalt der ist wieder Anwalt Ui War schon mal wieder da jetzt Marc Wer? Der wollte ein Gespräch mit dem Ryan für den Lukas Goebbels Der Goebbels? Der ist wieder da? Mh mh Der ist wieder da War der nicht mal bei uns? Da waren wir bei uns losheben ja Ich glaube ja Bin ich im Bloodout gekommen glaube ich ich glaube ich glaube Ich weiß ich weiß gar nicht mal was mit dem passiert ist ehrlich gesagt Ja auch nicht Nein Wie war es dann immer? Goebbels ist halt aber auch ein bisschen komischer Namen irgendwie ne Kann man auch sehr schnell falsch verstehen für dich Achso wegen dem Namen Er wird auch anders geschrieben tatsächlich ja Ja aber 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 Ne er wird nicht Goebbels oder irgendwie anders ne Ge Irgendwie Goebbels Ne ich meine nicht mal Goebbels sondern irgendwie anders Keine Ahnung Die Dinge ganz anders geschrieben Aber ja es ist ja ähnlich Jedes Mal mich diesen Namen hört denke ich an was ganz anderes Ja ja ich auch Irgendwie so Das ist irgendwie so ein bisschen strange so Herr Goebbels mit einem Ja leider aber ist ein bisschen komisch aber kann er nichts dafür Ja ne eh nicht Seine Eltern können nichts dafür So Die Frage ist halt Mike wann du da besprechen willst Mhm Wegen nachbesetzen Wegen nachbesetzen Wegen nachbesetzen Weil ich sollte doch auch ziemlich zeitnah machen Soll mir das zeitnah machen ja Und der ist ziemlich eng gesiedelt oben Ja Ähm wir sollten uns dann mal zusammensetzen ich weiß nicht aber Ryan ist jetzt nicht da ne Ich weiß nicht ob der heute nochmal aufsteckt Das wäre vielleicht gut wenn man das so Wenn man das so oben nochmal bespricht Gut Dario ist ja auch nicht da Aber gut Dario war die letzten Jahre nicht da so gefüllt Stell mir aktuell Azubis an Ich Also ganz ehrlich ich wäre dafür dass wir vielleicht Azubis wieder einstellen sollten ja Weil Weil Wenn wir jetzt wieder sagen wir stocken eh wieder oben auf dann kannst du ja unten auch nachstocken Ich hab auch einen kennengelernt der war ziemlich cooler Typ Ja Ich bin gestern am Hauptplatz gestanden Und Wahrscheinlich ich stehe halt am Hauptplatz und unterhalte mich so ein bisschen mit den Leuten Aber Ich werde mich dann ein bisschen unterhalten Ja nein er hat sich als Beim Autohaus bewogen Er ist halt auch seit 3 Jahren da Er hat sich beim Autohaus bewogen bla 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 Dann waren wir halt unterwegs zusammen Er hat nicht gewusst woher ich war gar nichts Hi Guten Tag Hallo Carly Dann waren wir halt Nürburgring drüben runter Und Der macht echt dann voll und korrekten Eindruck Dann hab ich gesagt ich war mit dem Autohaus und nicht irgendeine Familie oder Schulschul irgendwas Ja er will ja eigentlich auf die kriminelle Seite weil er bis jetzt noch kommt keinen Klar Also er ist ja seit 3.000 da und noch kommt keinen Glauben Aber er will eigentlich will er das Kriminelle und wollte sich halt jetzt einfach rüber gehen Und vom Autohaus bewerben Ich hätte da hingegen Das macht aber keinen Sinn Eine kleine Anmerkung Er will kriminell werden Gibt es im Autohaus? Hä? Was? Wolle das machen viele das sich doch vor dem Autohaus bewerben Einen legalen Job machen Bis sie einfach die Kontakte haben Weil durch die Jobs gehen schon wo die Kontakte Ja Ja Das ist eine Person die erinnert mich sehr sehr stark an eine Bailey Meyer Ja Sehr 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 stark Ihr wisst doch also Nein Das ist Maria Lopez Ich verstehe gar nichts mehr Anyways Ist die ziemlich voll Und Ähm Und Uli wir hatten so den kleinen Verdacht Ich möchte nicht mal was vorstellen Dass ähm Er vielleicht ein paar Waffen an sie rausgekommen Weil sie ziemlich schwer bewaffnet rumläuft Und eigentlich keine Charakter hat Was das dann in Hell hier wachsen gibt Es war immer die Vermutung Weil sich Nelson nämlich Ähm Nach der Supreme Court Sache wieder voll bewaffnet hat Oder lassen hat Obwohl ihm nichts abgenommen wurde Der wurde nicht mehr festgenommen Also er hat sich halt im Endeffekt wieder eine komplette Ausrüstung geholt Obwohl er halt eigentlich nichts verloren hat Deswegen das kam halt uns ein bisschen Suspekt drüber Ja eben Die Frage ist Woher will der die Nails-Sicker komplette Ausrüstung haben Weil er kommt ihnen ins Lager runter Er hat sich's geben lassen Von wem Von wem Das ist ja die Frage dann in dem Fall Weiß es gar nicht Wir können ihn ja mal fragen Wer ihm das gegeben hat Na wie gesagt Also nur Weil die halt auch momentan Ziemlich ziemlich viel bei uns Rüben gammelt Weißt du das? Wolltest mal Also die gammelt sehr sehr viel bei uns rum Das ist halt das Fanstück Hallo Kommt halt irgend so drüber Wenn er sich Ähm Hochschlafen Ha ha Hochschlafen Einschlafen Ja Selbe Sache wie Bei Bailey Meyer Also war das der Versuch Der Versuch hat halt nicht funktioniert Jetzt ist halt Maria Lobes dran Keine Ahnung Ist halt irgendwie strange Ich blick da gar nicht durch Mir ist das alles zu viel Ich blick da gar nicht durch Diese ganzen Beziehungen dahinter Und Misches Haut nicht viel Und einschlafen Und ach Sag mal ist das da hinten für Für Vögel Das Ding hier Es ist für Vögel Ja das ist ein Vogelbeckchen Wo sich baden können Ui Cool Ja wär cool wenn man Wenn man sich da seine Schmauchschuhen Abwaschen könnte Ja nix mehr Aaron Ui Jetzt ist es ein Vogelpissbecken Ich wollt grad sagen Seid die Vögel angepisst wegen dir Perfekt Wortwörtlich Ja Ich hab mir vorgegeben Wieso Vogel sich so badenächtig Wieso Vogel sich jetzt auch pisse Ja Alter diese Lache ey Das ist ganz schlimm Oh boy Ich geh halt auf damit Wir sagen schon seit zwei Jahren nix mehr Wir sind eh schon still Ja Ihr macht mich kaputt Ich kaputt Der ist richtig krank im Kopf Der pisst den Vogelbeck Und lacht dann Zehn Stunden darüber Der vorne von den Cops wusste Irgendein Beweismittel konsumiert Hat er was genommen Öfters was ne Ich hab keine Ahnung Ich war Drogenspürhund beim LBD Ich hab mit ihm pisse Kennt ihr Kennt ihr Die Serie Paradise PD Jaja kenn ich Kenn ich Der drogenspürhund Der sich immer alles nimmt Ja Hast du das aus der Aservatenkammer Da hast du das rausgenommen Und das mal probiert Oder was Also ich mein Purge war für mich als Cops Sehr erfolgreich Muss ich ehrlich sagen Achso ja gut Ja genau Der Aservatenkammerle Ja klar Was brauchst du sonst Ich hab Purge hab ich noch zwei Mittel Mitgenommen Schwarz Bin dann doch Im November aus dem Ziel Das hat man direkt Bei dir Bei dir waschen lassen Ah ja stimmt Wursches Geld Dass da Aservatenkammer Bei mir waschen ist Stimmt Das ist gar nicht mal so dumm Eigentlich wenn du PD bist Einfach die ganze Aservatenkammer Rollen Ja sicher Aber deshalb müssen wir es ja machen War das lustig eigentlich Du nächstes Mal Nächstes Mal Du musst dir vorstellen Nächstes Mal vor dem Purge Geben wir rein und holen uns erstmal alles Wir haben nix mehr Sehr geil Äh Oh dann war der Purge Wir müssten jetzt Die Aservatenkammer machen Ach Ich wär für so ne Für so ne Komma Purge Einmal mit Reflex Ich war gestern Na warst du ja bloß mitgekriegt hast Die Beerdigung von Nikita Tanta Ich war gestern nicht da War ja auch nicht mit Von mir Na war ja nicht am Malk Achso Danke Malk? Jaja ich war ja nicht da Ich hab's aber gewusst Was die ist Also hast du gewusst Ja na Ich hab ja am Vortag Davor gesagt Dass er nicht dabei sein kann Achso warst du nicht Da war ich nicht da Ne ne Ich war vorgestern war ich da Und gestern war ich nicht da Also du warst Vorgestern oder so Am Freitag nicht viel gepasst Wir wurden eigentlich fast alle umgescheppert Also wir wurden irgendwie alle gelegt Ohja Achso da ja ja Vorgestern war das ne Also Blumenkott ja ja Ich hab überlebt Also war es schon lustig? Ja ich nicht Also ich hab in der Nazio dann Einen Bausch abkommenden wir Ja nie wieder Du darfst nie wieder den Cops vertrauen Wenn sie dir ein Deal anbieten Ja Wenn du sie in den Arm nimmst und umbringst Wir haben eine Geisel gehabt Und ich schwöre dir die Cops haben gestern Ne vorgestern So dumme Forderungen gestellt Weißt du was es war? Das wirst du mir nicht glauben Wir stehen mit 6 Ne 7 Geiseln waren es ne Eine war für freier Abzug Für die anderen wollten wir um die 300.000 Wir haben glaube ich bei 400 angesetzt Hat er gesagt Ja wir können 255 machen Ne 500 Oder 500 Ja dann haben wir gesagt Ja dann hätten wir gerne 250.000 So dann kommt er hin und sagt Ja kann er nicht machen Er kann höchstens 245 Dann sagen wir Ne 46 246 waren es Dann sagen wir wegen 4000 Dollar Wollen sie dass da eine Geisel drin umgebracht wird So wir gehen nochmal rein Dann haben wir ihm gesagt So entweder gibt uns jetzt die 250 Oder wir killen da drin jemanden Er so ja kann er nicht machen 2 46 Im Ernst Wegen 4000 Ja ja wegen 4000 Geht nicht Und dann hat er aber irgendwann gesagt Ja doch für 250 können wir doch machen Das hat aber ziemlich lange Diskussion gebraucht Und jetzt kommt die Pointe Wo wir dann ne Geisel umgebracht haben Wir waren mit ich glaube Wanns 3 oder 4 G Klassen Ich glaube es waren 3 3 und Winzer im P1 Genau es waren 3 G Klassen und ein P1 Jetzt halte ich mal fest Die Autos waren genau so konzipiert Dass wir alle drin Platz hatten Die waren voll besetzt die Autos Und das PD kommt und sagt Ja könnt ihr vielleicht So ein 2 G Klassen weglassen Ne 2 3 haben sie gesagt Weil es steht ja eh ein P1 so vorne So 2 G Klassen mindestens weglassen Haben wir gesagt ja was sollen wir machen So sollen wir dann zu Fuß gehen Und er so ja Wir würden das schon gerne finden Dass ihr die G Klassen wegstellt Dann haben wir nochmal rum diskutiert Und gesagt was das für ne Scheiße soll Sollen wir zu Fuß abhauen oder was Was ist das für ne Forderung von denen Und dann haben wir Dann haben wir den Geisel hingerichtet Weil die uns einfach nicht ernst genommen haben Und danach Gab es eben den Deal Dass wir halt die Geisel rauslassen Und wir dann freien abzukriegen Und sobald wir in den G Klassen gesessen sind Haben die auf uns geschossen Ja 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 Also Wir sind eingeschrieben Schmidt hat den Motor gestartet Und es sind glaube ich Weiß nicht 9 oder 10 M4s auf uns wieder gehagelt Alter Mhm Dann, also wir waren ja einer, der, also das eine Klasse hat sich direkt überschlagen, wir sind dann weiter gefahren Richtung Glieserbank hinter dem Mechaniker, dann kam ein Raptor um die Gegend und wollte uns frontal wegrammen, also wirklich frontal wegrammen. Nikos weicht aus, sagt so, nee, nee, mein Freund, und hat den so weggerammt, dass er sich zweimal überschlagen hat, alter, holy shit. Ja, aber das ist jetzt schon ziemlich unnötig von BD. Ah, nee, eins hab ich noch vergessen, sie haben noch probiert, währenddessen wir die Geiseln vorhin abgeben wollen, dass sie von hinten raus reingehen und stürmen, haben sie dann auch noch probiert. Dann hat der Verhandlungsführer gesagt, nee, er weiß davon nix. Also, das ist halt... Ja, ja, er weiß nix, dass da gerade Leute reinmaschinen von ihm. Ja, ja, genau. Ey, ne, ich hab noch nie in meinem Leben so viel Angst, ich geh in diesen Hinterraum und es sind fünf Swatler auf mich und ziehen, aber ich so, nee, 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 raus, raus, ich hab da gar keinen Bock drauf. Du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab da raufhin alle Geiseln umkläht und jetzt mal gut auslaufen lassen. Ja, ja, und das hab ich gesagt, so werden wir es nächstes Mal ausgehen lassen, weil das wäre nämlich meine Option gewesen, das war die zweite Option, die hab ich gesagt. Entweder wir verparakadieren uns da drin und scheißen auf alles, oder wir gehen raus und vertrauen den Cops, aber es haben eh alle gesagt, ja, die Cops werden eh schießen. Es war eh klar, dass sie, aber das wäre halt eine logische Sache gewesen, hätten sie gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht, dass hier noch irgendwie Leute umkommen, aber die waren so schießwütig, die wollten uns alle umbringen. Die waren so schießwütig. Also, Alonso, wenn ich noch im Laufe der Verhandlungen bin und ich fange in der Formel an, als nichts, das Gebäude zu stürmen, dann hätten sie alle umkniedet, die ganzen Geiseln, und ich hätte gesagt, klar, jetzt habt ihr einen Grundsinn gekommen. Ja, hätten wir machen müssen, hätten, und nächstes Mal machen wir es so, weil das PD einfach nicht kooperieren wollte, die wollten gar nicht mit uns kooperieren, kommen wir hervor, gar nicht, null. Ich muss dir aber auch sagen, Marc, wäre mir geschlossen im Supreme Court geblieben, hätten wir das Ding gewonnen, wir hätten die weggemacht. Weil das Ding ist, wir waren ja, wir waren zu viert in der Nation, wir haben zu viert sieben oder acht weggeholt. Es war dann soweit, es war dann soweit, dass die Cops gesagt haben, Jungs, bitte, hört auf, bitte lass eine Feuerpause machen, weil wir müssen, unsere Leute, die haben uns gebeten um eine Feuerpause, weil wir hatten sonst keine Chance, die Leute da rauszuholen. Ich meine, wart ihr da dabei, wo wir diese Racheaktion hatten, wo wir uns verbarrikadiert haben, alle, in der Nationalbank, wo wir dann am Ende die Bierkette geklaut haben? Nee. War da keiner von euch dabei? Ich kann mich nur an meinen Supreme Court erinnern, wo wir letztes Mal ein Shooter drin kamen. Nee, wir haben nämlich einmal, wir hatten mal eine Racheaktion, wer ist denn da nochmal, irgendwie wurde ja runtergetasert vom Dach oben. Stimmt, von der Katie-Racheaktion, da war ein Shooter bei der Nation. Ja, eben, weil es noch wieder da die Cops genommen haben. Da bin ich am Hintereingang hinter der Ecke gestanden, mit der Schrotflinte, wo sie da beim Hintereingang reinkommen wollten. Genau, und da bin ich auch mit gewesen mit der Schrotflinte und wir haben einen nach dem anderen weggeholt. Genau, ja. Und wir haben die alle nieder, also da war ja gar kein Kopf mehr draußen. Die haben alle nur noch ihre Leute aufgesammelt. Also rein theoretisch, wenn wir von innen aus keine Kooperation mehr bekommen, würde ich das jetzt immer so machen. Einfach Geiseln töten und dann sollen sie selber gucken, was sie machen. Das ist halt schade, um die Geiseln, aber dann wissen sie, sie machen ihre Arbeit falsch. Ein Gebäude von innen zu sichern ist immer leichter, als wir reinzukommen. Ja, ist es. Ja, vor allem haben wir den defensiven Vorteil. Wir waren ja richtig gut aufgestellt da drin. Ich weiß noch einmal, wo wir da drin Hops genommen haben, weißt du noch, wo wir da auch drin waren? Und die haben uns von allen Seiten... Ja, das war die letzte Aktion, wo wir im Supreme Court gestürmt haben, wo es die dann auch irgendwann einmal gestürmt haben. Ja, ja. Da war ich ja als Kopf dabei, da habe ich ja mitgestürmt. Da gab es auch sehr viele Leute, die da umgekommen sind. Weiß ich noch. Da hat mich Freddy angestellt, alter Holy Shit. Ist halt schon... Warte, wie lange ist das her? Mittlerweile auch ein Jahr? Halbes Jahr. Halbes Jahr, ja. Nee, es war letztes Jahr im Herbst, glaube ich. So kurz nach Sommer eigentlich. So August oder so, ne? Alter, ich habe noch den Stein dabei. Stein der Weisen von der Asservatenkammer dort. Die hatten ja nichts drin. War die so scheiße? Ja, da war nichts drin. Gar nichts. Weißt du, was die dabei hatten? Die hatten, das einzig coole, was die hatten, waren drei Desert Eagles oder zwei, die wir eingepackt haben, aber die sind dann direkt kaputt gegangen. Gibt es die überhaupt noch verkaufen? Ja, eben nicht. Aber deshalb sind die kaputt gegangen. Wir haben die geholt, dann waren die weg. Oh, scheiße. Die direkt kaputt waren. Also drei oder zwei Desert Eagles waren da drin, die kaputt waren. Aber das ist halt die einzig coole Sache gewesen, aber sonst hatten die halt nichts. Die hatten einen Stein, hatten sie drin. Und ein paar Waffen sonst noch. Okay. Und Pizzen und sowas, aber das haben wir ja auch. Warum also nicht? Wisst ihr, was mich momentan unter euch anpisst? Auch ein Musterbeispiel beim Supreme Court. Wir stürmen die Bude mit fünf Leuten, sind mit fünf Leuten in den Raum und zwei Marshes. Es ziehen fünf schwerbewerfende Leute auf den. Was macht er? Panic. Er nimmt die Hände hoch und drückt dann Panic. Ja, normal. Das hatten wir vor einer Woche schon mal am Autohaus, haben wir auch in Kopfhops genommen. Es sind sechs Leute gewesen. Sechs. Wir hatten alle M4 draußen. Und du ganz ehrlich, ich hab dann auch gesagt, nö, weißt du was, leck mich. Abgedrückt, wie gut ist, und wir wieder weg, wir wieder weg. Einfach erschießen. In dem Fall hätte ich ihm auch einen Headshot verpasst, so ist nicht, aber in der Situation, wo wir halt da drinnen waren, weil sonst hättest du ihn wegbringen müssen, so dass es nicht wir waren, weil sonst stürmt das Piddy so oder so rein, weil es das halt auch die Kacke gewesen in der Situation. Aber ich mach das auch mittlerweile, wenn draußen, wenn wir eine Geisel nehmen oder so und ein Kopf steht da am Straßenrand und tut schon mal seinen Panic drücken, der kriegt von mir auch direkt eins in die Fresse. Das ist mir komplett egal dann. Aber das darf halt nicht in Kombination sein von einer Geiselnahme, ist halt das Ding, wo du halt dann drin bleibst und die könnten rein stürmen, weil dann kommt man direkt rein. Das ist ein bisschen doof, weil du darfst ja sowieso zu drehen und sie kommen ja sonst anders zu dir als solches Wolle, wenn sie ihn wieder drückt. Weil wir hätten es an dem Tag, hätte der nicht einen Panic gedrückt, hätten wir Stealth machen können. Ich wollte einfach Stealth rein und raus vielleicht, so weißt du, aber geht nicht. Ja, aber sie wollen einen Reueplan, warum ist das jetzt noch überhaupt rein in das Supreme Court? Wir wollten die Asservatenkammer haupts nehmen und schauen, was drin ist. Aber die hat nur Kacke drin, das wussten wir natürlich nicht so. Was war das Geburtskort? Ja. Das Supreme Court hat da Asservatenkammer gemacht. Ja. Das hab ich nicht einmal gewusst. Ja, ich wusste auch nicht, bis es mir wer gesagt hat. Doch. Ja, die haben einen. Ja, und ich hatte ja Geburtstag vor dem Restaurant, bis sie mal was gemacht haben. Wisst ihr, was noch viel lustiger wäre? Scheiß mal auf Asservatenkammer in PD und beim Supreme Court. US Marsch Asservatenkammer in Staples. Doch glaube ich isch nix. Doch glaube ich isch nix. Die können spannend werden. Das glaube ich nicht, weil das nehmt ja alles schon SPD davor ab, bevor sie überhaupt ins S.G. kommen. Nicht immer. Border Control kommt alles ins S.G. Stimmt. 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 Du hast recht. Ja, aber glaubst du, dass sie da so viel beschlägt haben und ich glaub, wenn hat's ja gewacht, wo oben liegen klaviert. Das Ding ist, die wird einfach nie geleert. Weil die unmüchtig ist. Weil die, also, ich mein, ich war ja selbst verarscht. Also, ähm, als ich angefangen hab, da war der Messerstecher ja letztes Mal. Von 2021 drin. Ja, und der ist immer S.G. selber, oder was? Mhm. Wenn du beim, also du gehst die Haupttür rein, da geht's ja geradeaus zum Besucherraum. Mhm. Und links ist ne Tür, Personal Only, das ist der Unkleiderraum und da ist das Lager der Marsch. Er direkt da drin? Ja. Ja, dann lass da mal reingehen und schauen, was drin ist. Das ist sicher spannender als das, was im Supreme Court ist. Im Supreme Court war nichts. Das ist eine Tür. Kein Panic Button und dann nehmen wir den dorthin mit und dann macht er dann auf und fertig ist. Also, wenn wir ganz lit sein wollen, können wir einfach mal Logan Hobbs nehmen. Einfach mal. Das kenn ich zwar nicht, aber ja. Ne, aber, ähm. Der Logan ist der, der Chief, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gutspott. Ja, aber da seh ich ja mal heute einen richtig guten Auftrag drin. Wir nehmen einen Marschall mit, wenn der nicht seinen Panic drückt, haben wir eigentlich gewonnen. Dann kommst du ganz easy rein und ganz easy wieder raus. Und schon. Eine voll geile Idee eigentlich. Also, auf das bin ich auch noch nicht gekommen. Aber ich wusste auch nicht, dass die dort eine Asservatenkammer haben. Ich dachte, es kommt alles in der Spiegel rüber. Ja, also. Das Ding ist halt zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder mal, also es wurde, vor allem im letzten Jahr, als ich noch dabei war, wurde da wirklich eigentlich wöchentlich vor der Patrol gemacht. So, auch größer aufgezogen. Und eigentlich alles, was die Marsch konzertieren kann, auch für den in die Asservatenkammer. Okay. Also, dann würde ich dann mal schauen, ob wir heute wen finden. Mit einem grünen und einem schwarzen T-Shirt. Weißt du, was auch cool ist? Dass die sich so öffentlich preisgeben, ne? Natürlich. Das ist ein Vorteil für uns. Das wusste ich auch nicht. Also, ich wusste, dass der mit einem schwarzen T-Shirt irgendwas Besonderes sein muss. Aber ich wusste halt auch nicht, dass das ein Hörgestellter ist, der dann irgendwie... Nee, also, ähm... Es gibt Special Agent Ebene und Federal Agent Ebene, das ist eigentlich prinzipiell der selber lang, nur andere Aufgabenbereiche. Ähm... Der Federal Agent ist eher mehr... Das ist ein Glatzkopf, den wir im Werk verbrannt haben. Hast du gerade den? Öffentlich, mehr mit Kopf durch die Wand. Special Agent geht nur eher Richtung Schleier fahren. Hm, okay. Also, die... Also, die fahren auch ganz gerne mal über Zivil um die... 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 Aber fahren die... Fahren die, ähm... Also, letztes Mal hat mich einer eingeknastet, der war aber allein on Duty. Der fuhr komplett allein mit mir, äh, zum SG, ne? Jaja, fand auch schon. Weil, das wär das Beste, wenn wir einen einpacken können, der komplett alone ist, dann kann er kein Panic drücken, kein gar nichts. Und wenn du den einpackst und du führst ihn hin, dann ist das halt komplett Stealth gemacht. Ja, doch, wenn der Panic drückt, dann... Äh... Ja, dann ist blöd, ne? Aber, aber sagen wir mal, wenn er alleine ist, glaube ich nicht, dass er... Wobei, es ist ein Marshall. Letztes Mal war ja auch ein Marshall, der Panic gedrückt hat. Das war doch eh der mit einem schwarzen T-Shirt, der Panic gedrückt hat, oder? Jaja. Letztes Mal, ja, ja. Ja, das war der. Killer Raider. Hm. Ja, also, das Ding ist, ähm... Ich hoffe halt, dass es die noch gibt. Vielleicht gibt es sie auch mittlerweile nicht mehr, aber ich meine, bis vor einem halben Jahr gab es sie noch. Also, von dem ja... Ja, warum sollten die die weg tun? Eben. Schau mal, einfach mal. Ja, wenn ich da nicht, dann haben wir halt einen Marshall, den wir mitnehmen können. Und den wir hinrichten dafür, dass er einen Panic gedrückt hat, weil es dasselbe ist. Mal ihn finden. Und so, Marc, weil es mir beeinfällt. Ja. Der Ding ist heute mit dem Anliegen auf mich zukommen, gell? Ja. Äh, ob das irgendwie möglich wäre, handwerksdechnisch, ob wir da irgendwie Handwerker holen könnten, dass wir irgendwie eine Möglichkeit haben, dass wir das Map irgendwie oben einlagern könnten. Oben? Ja, Hintergrund dabei ist der, dass die ganzen Azubis alle nicht runter dürfen und wenn jetzt nur ein Mitarbeiter mit zehn Azubis da ist, muss trotzdem der Mitarbeiter allein rauf und runterlaufen die ganze Zeit. Boah, ist schwer umsetzbar. Aber ja, ich meine, umsetzbar schon, aber... Wer mag? Ich meine, das Problem wäre beseitigt, könnten wir mehr MeV tragen, ne? Wenn wir große Taschen hätten und die wir mitnehmen können, dann wäre es ja easy. Das wäre die andere Alternative, ja, aber das ist MeV, wenn wir nicht leichter machen können. Na gut, müssen wir schauen. Das ist das Problem. Ja, wenn wir Taschen haben, MeV-Taschen? So unten da dran. Der Markt, dann kommt eigentlich der Elektriker. Ja, da musst du bitte Ryan fragen, wenn er da ist. Und bitte auch nochmal Ryan ansprechen bezüglich NOS-Flaschen, weil sie sind alle im Lager. Okay, okay. Das ist alles Ryans Gebiet, der ist dafür zuständig. Ja, das Ding ist, ich bin heute Morgen, als ich aufgetappt bin, über so eine Kiste mit Überwachungsrahmen verschlossen. Ja, ja, die müsste Ryan bestellt haben, genau. Da war ein Zettel dran mit, bitte dem Elektriker Bescheid sagen, deswegen. Ich glaube, mittlerweile macht Ryan das selber mit dem Elektro-Stuff. Der will das selber anbauen mittlerweile. Ah, okay. Deshalb musst du ihn fragen, wann er das anbaut. Da sparen wir uns ein bisschen Geld. Wie sieht es da aus mit Brandschutzverordnung und so? Ja, musst du Ryan fragen, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ryan ist für das alles zuständig, was Elektro-Stuff ist im Haus. Das ist unsere Elektro-Fee. Ach ja, und es kam übrigens 8 Kilo Paniermehl. Das ist für Jason. Das ist für Jason. Das ist für Jason, ja. Jetzt werden wir mal fragen, wann er da ist, dass man ihn panieren könnte. Der ist gerade da. Ach so, ja gut. Dann fragen wir mal ganz lieb. Der Arme, Digga. Weißt du, dass das Paniermehl angekommen ist? Ich glaube schon. Jason? Ist Jason im Funk? Hallo? Ah ja. Ja, weißt du, dass das Paniermehl angekommen ist? Alles klar. Gut, er weiß davon. Super. Weißt du, was ich mir mal frage? Was ist, wenn man mit Kokain paniert? Das Paniermehl nimmt. Was passiert denn dann eigentlich? Stimmt man das? Wie wär's mit einer Überdose wegen der Tachycardie? Stell dir das mal vor, so ein Kokainschnitzel. Dann haben wir sicher gleich einen Knall wie er. Ey, nächstes Mal, ey, ich schwörde, wir verkaufen Kokaschnitzel. Aber das ist eine gute Idee. Hat das irgendwer schon mal probiert, einfach mal? Oder da rechst du doch, ne? Ja, die Herzen war Kikarming, würde ich sagen. Und die Bombe ist bockst du in Heroin raus, oder was? Zum Beispiel, ja. Oder du könntest auch das Schnitzel da in Heroin reintun. Liziertes Kokainbällchen, der Hit für jede Kinderparty. Und mit ein bisschen Gras auch noch oben drüber würzen, weißt du? Stimmt, ja. Als Beilage. Ne, Spice. Spice, ja. Spice drüber würzen. Drohnenküche, eine ganz andere Bedeutung. Ja, Mann. Wir hatten letztens ein Rave noch gemacht am Hauptplatz. Und ich habe schon gesagt, ich würde zufrieden, wenn es irgendwie MDMA oder so geben würde. Wärst du dir nicht dabei? Ich wäre da voll dabei. Das Top ist da ein bisschen, na? Oh, die hat ja fast das selbe. Ups, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ein sehr schönes Top. Ein bisschen, ja. Genial, ja. Wobei das ein bisschen weniger. Dämpfung von Schnellfeuergewehr, näher Hauptplatz. Ja, schauen wir mal, könnten wir ja heute auf die Suche gehen nach jemanden, der Marshall ist und dann schauen wir, ob das Ding was zu bieten hat, ne? Ja, für ein Fall. Ich glaube, das wäre einfacher als das, was wir letztes Mal gemacht haben. Vor allem, weißt du, was mir auch gerade auffällt, wenn er einen Panic drückt, dann können wir ihn einfach umbringen und jemanden anderen suchen. Dann kommt nie jemand drauf, dass wir das waren, so weißt du? Ja, true. Ja. Dann suchst du einfach den nächsten. Die Bodycam läuft zwar weiter, bringt er aber offiziell. Ja, sie wissen ja nicht, was sie vorhaben. Weißt du, das ist ja das Ding. Sobald er Panic drückt, einfach eine Kugel geben und den nächsten Marshall suchen. Im Endeffekt. Ja, dann hast du es 100 Euro. Ich würde sagen, wir können mal beim Superbinko gucken. Da kriegen wir einen raus. Eigentlich schon, die bewachen da ja immer, ne? Also, wenn man eine Behandlung ist, dann bekommen wir da drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück raus. Dann können wir die beim Superbinko gleich mitnehmen. Also, die letzte Challenge mit Juwelier. Diese kleine Bank, große Bank, komm, wir haben ja schon einmal gemacht. Das war das nächste Herausforderung. Wären Assermaten, Assermaten, Assermaten. Oder alle zwei kommen. Alter, das wär's. Das wär, also, jetzt mal neu schickt. Wenn wir das durchziehen würden, dann würde ich LA brennen. Es würde brennen. Es würde brennen. Und dann verbarrikadieren im PD drin zum Beispiel. Ja. Überall verbarrikadieren, dass keiner mehr rein und raus kann. Da kommt am Ende noch die US Army oder so mit 11.18, Junge. Du weißt ja, drei Teams, je zwölf Mann und jeder verbarrikadiert. Sie haben da einen im Supreme Court, die anderen im SG, die anderen im PD. Dann schau ich mir an, was sie tun. Wenn sie drei Hotspots haben, mit jemals über zehn Leuten. Dann schwör ich es dir, die gehen außerdem. Ich schwör es dir, die gehen außerdem. Gegenfrage, du müsstest nach Palito oder Sandy, weil sie können weder ins Supreme Court rein, noch ins Mission Road rein, noch ins PSA rein. Lass einfach Sandy und Palito auch noch zu bauen mit den Leuten oder so. Können sie nicht einmal aus der Tits gehen, in der öffentlichen Gelände. Doch, bei den Mechanikern könnte ich auch spielen. Doch, und im Hospital kannst du, glaube ich, auch, ne? Okay, schade. Ja. Also da, 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 da machen die das doch so mit, mit, wenn du halt, wobei, ich weiß nicht, können die das machen, die können dich ja austragen lassen dort, ne? Das PD, wenn sie, wenn sie da verletzen oder sowas. Ja. Ein verlorener Azubi. Ein verlorener Azubi? Ein verlorener Azubi. Das ist der Georgi, der zweite, den wir vom Kartell damals abgeholt haben. Der ist heute nach seinen Zwangsjohnen wieder zurückgekehrt. McCrud. Ah, okay. Hallo McCrud. Alter. Ich dachte schon, ich dachte schon, ein verlorener Azubi, dass der von uns gegangen wäre. Nein, nein, ich war zwei Wochen im Knast in Texas. Wer ist gegangen? Lukas? Wer? Ja, Lukas Frech. Ja, das war doch ein Azubi, der gegangen ist. Ja, das war ein Azubi. Ja, ja, meine ich doch. Einer ist doch gegangen als Azubi. Ja. Mhm. Schön. Ja, Marc. Marc, ähm, dann würde ich einfach gleich mal für den anderen gucken, Hauptplatz. Ja. Und würde das mal klar machen, würde ich mal fragen so ein bisschen. Ja, klar, schauen wir uns ein bisschen umgucken. Ich fahr auch mal ein bisschen vorbei und gucke, ob wir irgendwo welche sehen, Marshalls direkt. Und dann... Ja, jetzt so, also, ich würde sowieso noch bis sieben oder halb acht warten. Ja, klar. Ja, nee, nur mal ein bisschen umgucken, ob schon wer da ist bei Marshalls. Ob die ein bisschen da rumstehen. Kann man ja auch schauen. Jo. Scotti, kommst du heute gar nix online? Wir brauchen dich fürs Kameraden bei uns, Scotti. Kommst du gar nix her? Was ist denn los? Ey, danke schön an Tobias Halbwirt. Doch, der haut hier eine Mitgliedschaft raus. Vielen Dank. Jeder gleich fasziniert. Jackman, du hast meine Spende nicht vorgesst. Ich lese dir jetzt erst vor dann gleich. Weil ich war gerade im Gespräch. Julian, Tür, danke fürs VIP-Werden bekommen. Ach ja, Bewerbungslater ist immer noch offen. Wenn ihr euch bewerben wollt, wieder auf online.net. 16 plus ist das, also kommt gerne rein. Funk zu leise mit Absicht gerade, weil ich gerade mit denen getalkt habe. Ja. Eine Frage, was soll ich mit den Firmenfahrzeugen vom KZ machen, die ich noch habe? Soll ich die wieder geben? Okay. Gibt es nur die dann zurück, oder wie? Ja. Ja, passt. Okay. Gut. Aber schau, das ist wie so ein Austausch-Service. Einer kommt zu uns, der andere geht. Das ist schon strange so. Ja, total. Was habe ich jetzt überhaupt verhastet? Einiges. Äh, ja. Das ist ja dann in einer ruhigen Minute. Es wird so laut. Zwischen 7,5, 8 etwas treffen, dann mal schnacken. Ich habe so einiges passiert. Keine Ahnung, dann dauert sie so wieder Stunden. Jetzt war ich dann aber mal zur Tankstelle. Ich muss mal ein paar Sachen holen. Ich habe ja nicht mehr. Ich habe ja nicht mehr. Ich habe ja nicht mehr mit dabei, dann. Jawohl. Wir sehen uns dann eh gleich, ne? Okay. Ich bin so 7,5, 8 so was. Oh Mann, wir sind treffen. 7,5, 8. Jo, jo, passt. Machen wir das so. Yes. Alter, diese Stimme. Was mein ich, bin's die Erdbeere. Warst du das nicht mit Erna? Erna. Hast du das nicht letztes Mal nachgemacht oder? Irgendwann habe ich die ganze Zeit gehört. Da warst du, ne? Ich sage mir die ganze Zeit, wer ist das mit dieser komischen Stimme, der Erna, der mir nachmacht. Erna. Erna. Ja, scheiße, man. Hoppala. Ich habe die nicht mal angefahren. Einfach die Erdbeere. Ja doch, da hast du die angefahren. Nein, habe ich nicht. Nein. Legitim nicht. Ich muss aber sagen, ohne Reshade und ohne ENB sieht mein Game doch gut aus, oder? Was sagt ihr, Leute? Jetzt nicht ganz so gut, aber es sieht nicht schlecht aus. Ich habe jetzt weder ENB noch Reshade drin. Wenn ich meine, ähm, dann muss ich halt den Kontrast und so ein bisschen ein bisschen runterdrehen. So. Ich sehe gar nicht, ich muss noch was holen. So, Leute. Vielen Dank für alle, die jetzt auch noch wieder dabei sind und wieder was donated haben. Ich lese gleich vor. Der Ex-Wand, danke fürs WP-Werden auch. King Elias, moin, Xion, was geht? Was geht dir heute so an? Ja, wir werden heute auf jeden Fall mal gucken, dass wir die andere Aservatenkammerplünder, von der ich auch nichts wusste. Alles Aservaten, aber die wir nichts wissen. Schöne Grüße zum Bogenland. Dankeschön, zurück. Ähm, Raffnix, alle guten Dinge sind drei. Vielen Dank, mach mir. Eier, danke für 2 Euro. Reflex AP. Stimmt, ist das Fox wieder da? Ist ja schon lange wieder da. Fox ist schon seit mittlerweile im halben Jahr oder so ist er wieder da. Sag mal, ich finde das sowieso so krass, dass das irgendwie kaum aufgefallen ist. Wo ich das schon öfters in Streams und so gesagt habe und man sieht ihn ja auch öfters bei mir im Stream. Wenn er mal, er ist ja jetzt Medic, er ist ja kein Cop mehr. Er ist ja jetzt beim AMR drüben. Sandwich. Wundert mich eh, dass da immer nur Leute das nicht ganz gerallt haben. Milch habe ich, Zigarette brauche ich nicht, Tierfutter brauche ich nicht. Das Tierfutter ist ja sowas von... Ihr müsst euch vorstellen, wir haben seit Jahren kein Tierskript mehr auf RLO. Seit 1.0 und wir haben noch immer das Tierfutter hier drin. Aber ich finde es, ich habe es drin gelassen, weil ich es einfach lustig fand, dass du jemandem Tierfutter zustecken kannst. Oh, 5.000. Auch verloren, das ist super. Ein Taui. Oh, gewonnen. Ist schön. Ja, ist okay. Mein Gott, nochmal gewonnen. Zweimal. Zweimal ein Taui gewonnen. Ich bin zufrieden. Ich nehme noch ein paar mit für später, falls ich die mal brauche. Ja. Das heißt, heute werden wir gleich mal gucken, ob wir jemanden mit dem von der Marsch ist. Der hat ja letztes Mal den Panic gedrückt, der Bri. Und dann gucken wir mal. Oh, ich brauche eine Maske, eine neue, ne? Glaube ich, oder? Ja, komm, wir gehen mal schnell eine Maske kaufen, weil wegen meinem Auto. Man sieht da nämlich durch, ist nämlich nicht komplett sichtssicher. Sichtssicher ist das richtig? Kann man hier Kennzeichen montieren? Ja, kann man. Goll. Kann man sogar. Ich vergiss das, wenn man das mal im P1 das Kennzeichen montieren kann. Ich weiß nicht, warum Ryan damit immer fährt, ne? So. Dann fahr mal rüber zum... Wo wollte ich jetzt hinfahren? Zum Dings. Ah ja, zum Maskenladen wollte ich runterfahren. Ich brauchte nur noch mal eine neue Maske. Stimmt, das wär's. So. Dankeschön, Till. Bewerbung um 1 zu 7 zu. Und warum willst du zu uns, nicht zum Kartell? Ich, weil ich ein Hund bin. Bitte mach Bank mit Hunde Kostüm. Er hat einfach alles in einem Satz geschrieben. Ohne Punkt und Komma. Dankeschön, lieber Till. So, Joshua 2 zu 0. I kill you. Maria is lost. Michael 1, 1, 4. Und Anders A. Hier, Stickdarm C. Danke für das EP-Werden. Danke für diesen tollen Namen. Jamie. Hey, mein Freund Cedric hatte letztes Geburtstag. Kannst du bitte einen Money Rain machen? Die Grüße. Komm, für Cedric. Haben wir mal für 5 Euro Money Rain. Die können's ja. Everybody spawn, you should stay so lucky. They don't truly know. Komm, wir mal raus. Jo. Das ist der Sound, auf der Spinde. Aha. Vielleicht nicht so g'scheit, zum mutlichen Hauptplatz mit dem P1 zu flitzen, ne? Grüner P1. Wie immer das Gefühl, ist das... Wer ist der X7? 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 So. Beim nächsten Mal scheppere ich die deutsche Bankraube. Die deutsche Bankraube am Start. Ne, was besseres, wir machen wieder eine Asservatenkammer, wie's aussieht. Aber das sind Asservatenkammer, die noch nie gemacht wurden, ne? Also, wir sind die Ersten, die jemals die Asservatenkammer im Dings gemacht haben. Und jetzt machen wir die im Prison auch noch. Ich wusste halt wirklich legitim nicht, dass die im Prison die Sachen lagern. Also, laut Insider-Informationen. Er war ja Cop, er war ja Pediler. Er hat ja so ein bisschen Insider-Infos. Das ist das Gute, wenn du alte Cops bei dir bei 1x7 hast. Weil du kommst ja niemals an die Infos zu uns ran. Außer mit alten Cops. Und die geben dir halt Infos raus, wie die jetzt zum Beispiel, dass da eine Asservatenkammer im Prison gibt. Ist natürlich super für uns, weil er meinte, die wird anscheinend nie gelehrt. Also damals nie. Wer weiß, wie's jetzt ist. Schauen wir mal hin. Mal gucken. Dennis, danke für 5 Euro. Vielen Dank, Manuel Rost. Man sollte ein Machtwort reden. Jetzt kann man eigentlich niemanden mehr trauen, bezüglich einzusehen. Ja genau jetzt, genau jetzt zu dieser Zeit kannst du den Leuten trauen. Weil wir jetzt eine Woche lang das hatten mit, die Leute sollen austreten, die keinen Bock auf einzusieben haben. Und die Leute sind jetzt weg. Das Machtwort brauchst du nicht, weil sich die Leute jetzt davon selber aussortiert haben. Weil sie jetzt alle nach dieser Woche gegangen sind, die halt gehen wollten. Jetzt ist umso mehr das Vertrauen da. Also ich find's nur traurig, dass du genau den Leuten, die halt weiter oben gestellt waren, denen am wenigsten vertrauen konntest. Das ist heftig gewesen, find ich so. Weil wenn's jetzt nur ein Zubi ist, dann denk ich mir, ja okay so. Aber so Leute, die ja seit Jahren dabei sind, ist schon heftig dann. Hast du nämlich eine Maske? Oh, eine weiße Maske jetzt aber auch. Das ist der Sound auf, ich spende. Guck mal, jetzt eine schwarze Maske drüber, das reicht. Das Auto fahren reicht's. Oh no. Ich muss kurz Dolor abholen. Ja scheiß auf dich, ganz ehrlich. Voll unhöflich. Oh unhöflich. Ich hab mal ne Frage, hat, ähm, wer hat jetzt eigentlich diese, diese Lieferung da gemacht für die Maybachs? Bestellung wurde aufgegeben von Ryan und geliefert wurde wohl noch nichts. Übernimmt Wolf. Ah, nimm, nimmst du's jetzt. Wolfi. Man hört dich im Funk nicht. Ach so, okay. Warte, 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 der Funk mit mir nicht. Das ist gerade der Telefon. Weil sonst die, die Bestellung, weil wir haben da sehr viel Geld für ausgegeben. Wir brauchen das für die Azubis. Ich fahr's jetzt mal hin. Schau mal. Säder. Ich will jetzt so ein Autos nicht fragen, wann die Bestellung fertig ist. So, sorry Marc, ich hab auch am Telefon, bitte. Weißt du, wann die Bestellung ankommt? Ich hab jetzt heute angekommen. Waren, um wieviel Uhr? Zwischen 19 und 19 und 30. Ach so, okay. Ich will wiederholen, Marc. Wir haben leider gerade nix verstanden. Nee, alles gut. Hat sich erledigt, das Thema. Aaron, rauchst eben eine. Nee, im Autos stimme ich ganz viele Maybars in Silber mit HB-Kennzeichen. Das wird jetzt wahrscheinlich die Bestellung sein. Ja, das sind echt viele. Vor allem mit Silber. Aber Silber sind die gar immer so schlecht aus. Neue Farbe für sieben Silber. Das heißt, dann haben wir heute auch noch eine Bestellung. Weil das war sehr viel Geld, was weg war. Wichtigen richtig. Guck mal mal, ne? Also wenn wir die Asservatenkammer plündern, wenn wir da ein bisschen Geld rauskriegen, war schon geil. Ich guck drauf, mal schauen. Oh, ich hätte ja so gern mal ein neues Auto. Ich weiß nicht, wieviel Geld habe ich jetzt. Das habe ich eh ein bisschen gespart. Oh, mir hat das was geschrieben. Neuer Chat. Jetzt eigentlich paniert wäre. Wann dir mal die aktuellen Preise? So, so ich deinen Pfann. Ja, wer sieht was? Mir wird oft die Frage gestellt, wann ich jetzt eigentlich paniert wäre. Liebe Grüße, Jason Miller. Geil. Ich schreibe mal. Müssen wir einen Termin für ausmachen. Geil. Der arme Jason. Jason McRaisen wird ja auch immer mal paniert. Früher, der wird immer das Admin paniert. Wenn du irgendwo eine Nachricht, die du nicht bekommen hast, die ich noch nicht gelesen habe. Ne, da habe ich alles gelesen sonst noch. Ja, die habe ich gesehen. Da habe ich ja gesendet. Sinden Oceans habe ich gelesen. Habe ich gelesen. Dann habe ich jetzt eigentlich alles erledigt, was ich erledigen wollte. Hätte ich mal Zeit, mich und Chelsea abzuholen. Äh, wo bist du? Äh, so wie soll ich den Standort schicken? Ja, gerne. Wird nichts zu tun. Wir müssen doch eh nur warten, bis die Leute da sind. Ah, dadadadadada. Alles klar, wann hast du Zeit? Wir brauchen aber auch vier Sätze, ne? Oh, das ist schlecht. Ich meine, ich könnte schon umsteigen. Ja, ich hole einen Offroader, ich hole dich ab. Gut, Marc, ich schicke. Ich habe dann eh mal was zu tun mit dem Uproader, aber ich hole sonst nie Leute ab. Das ist jetzt 2,7 Kilometer. Das ist ein Offroad-fähig und gut. Neh, meine GE-Klasse, aber die... Habe ich die überhaupt jetzt noch? Nicht, dass die weg ist. Meine GE-Klasse. Was habe ich sonst Offroad-technisch gut ist? Hm. Also die so einen, so einen X7 habe ich doch gehabt, ne? Reformantisch, Sprinter, GTR, Raptor. Der Raptor wäre geil sonst. Na komm, von Raptor. Achso, das ist aber eher auf einer Straße, ne? Sind da eigentlich schon auf so einem kleinen Feldweg. Okay, ja. Dann fahre ich mit einem Offroad- und fahre ich mit dem was normalen. Viersitzregen. Was ist ein Viersitzer und schnell bei mir? Binden, der 40, A80, Eclipse. Ein Taycan, der ist ja ziemlich langsam geworden. Ah, ich weiß was gut ist. Der hier. Der ist ja relativ gut mit. Oh, ich stehe, was war? Weil der Wagen ist gut als Viersitzer. Ich glaube, das ist der schlechste Viersitzer, den wir haben. Richtig und wichtig. Maxi, wie bist du damals eigentlich auf die Idee gekommen mit den Einblendungen? Ach, weil ich irgendwie mal was anderes wollte, als andere Leute mit den Einblendungen. Und ja, ich habe halt irgendwann mich herangesetzt in Premiere und After Effects und habe dann irgendwann angefangen, so Einblende zu machen. Weil ich es halt schöner finde, wenn jemand was donatet, dass man halt eine schöne Einblende auch kriegt. Was nicht so 0815 ist, aber es wird langsam eh mal Zeit, neue zu machen, finde ich. Weil die jetzt schon, ja, ich habe mich schon ein bisschen satt gesehen an denen. Auch wenn die nicht so schlecht sind, wenn ich das mit anderen vergleiche. Oder vielleicht mal welche richtig Kranke machen lassen, weißt du? Wo ich selber nichts so hinkriegen würde wie die. Mit ja so Leuten, die können ja mit After Effects und so noch besser umgehen. Vielleicht mal ein paar neue anfertigen lassen. Natürlich für Geld. Es gibt ja Leute, die sowas anbieten. Kommst du bei Timoth, oder wie? Nachrichten, ist das? Ja. Hi. Seid ihr alle? Jo. Ähm, Unkleider schätze ich, was? Jawoll. Wo ist denn die nächste? Ich stehe hier unten. Wurde ihr verfolgt? Nö, wir haben die Lupe gemacht. Was habt ihr gemacht? Die Lupe. Ah, hab ich mitbekommen. Ich war ja voraus auf Funk, deshalb. Ja, ne, wir waren auch komplett fair. Ich hab's gesagt, wir steigen gut um, wir schießen nicht gar nichts. Check. Ja, wir sind auch ohne irgendwas weggekommen. Alles von daher. Mit kleinen Kombi sind wir weggefahren. Mit dem Kombi? Ja, klar. Das war doch mit Urus, oder? Ne, mit dem R6. Und da seid ihr umgestiegen auf Urus, als ihr weg wart, oder? Nein, gar nicht. Ich hab gedacht, das wäre ein Urus gewesen. Nein, das wäre ein R6. Wir sind mit dem weggekommen alles. Wir sind umgestiegen auf Urus, untertanzt. Ja, okay. Ich war grad mal halb leer. Das einzige Problem ist, wenn sie mich anhalten wegen dem Auto, weil ich kein... Oh, oh. Ja, ich krieg ein Kennzeichen. Ich zieh mir mal die Maske auf. Ne, der fährt schon, der fährt schon weg. Alles gut. Ne, weil mein Kennzeichen, wenn sie das abfragen, ich hab keinen Führerschein. Oh shit. Egalerweise. Warte, ich fahr schnell rüber. Ob er da euch schnell umzieht. Oh. Oh, hier. Das ist der Nächste. Danke dir. Bitte. Das fahr ich über von Marc? Ja. Das war jetzt eben meine Idee, dass du fährst. Und, äh... Weil jetzt ist es ja... Passt. Wenn wir jetzt angehalten werden, haben wir keine Probleme mehr. Super. Wunderbar. Nächste mal, du fährst zum Anwesen diese Sachen einlagern, ne? Ja. Ja. So. So, ähm... Dankeschön an Florian Adam. Echt, also siehmal? Ja. Luke9300. Wie wär's mit einer API für 3.0? Ist das nicht so ein Moped? Eine Ape, ne? Nicht API. Eine Ape. Das ist schlecht, ja. Weiß ich, ob es sowas gibt. Ich hab schon mal gesucht nach Mofa. Und so gibt es relativ wenig Modelle. Dafür geht ja 5. So was selber machen. 60. Mhm. Ja, ich glaub das ist der schnellste Fehlsitzer, oder? Glaub schon, ja. Der geht richtig ab. Der fährt über 300. Also, natürlich nicht wie er fährt, wenn wir so mit 3 Leuten besetzt sind. Aber das ist... Also... Wirklich so schnell. Raffnickt nochmal. Dankeschön. Line High hab ich da vorne. Ja, der muss ich chillen. Der hat ja wirklich jetzt außen dort. Ja, den hab ich auch. Der ist wirklich gut, ja. Ja, es gibt ein paar gute Autos, die du jetzt nicht so oft auf der Straße siehst. Ich mein, den hier siehst du ja auch eher selten. Wie doll ist der? Der hier? Mhm. Ich glaub. Das soll bezahlt... Bisschen was für 100.000. 200.000. Aus dem Chefplatz, ne? Ja, musst du bei Ding drin kaufen. Aber ich weiß gar nicht... Ich weiß nicht mehr, was ich genau bezahlt hab. Weil wann's jetzt... Vielleicht ist der Preis auch teurer geworden, weil er so schnell ist. Also ich hab keine Ahnung. Ich hab damals noch relativ gut geschossen. Ich meine, dass der sogar 200 neue kostet oder irgendwas damit. Mhm. Ich kann dich auch hinfahren. Aber ist wirklich gut. Ja. Ist so mein Lieblingsauto, wenn ich so... Es sieht... Es sieht auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, und vor allem Viersitzer. In Coupé. Das hast du dann auch sonst nicht. Ja, ich dachte, dass du willst uns so ausschneiden. Nee, nee. Viersitzer. Der muss so. So, ich schau mal, was ich noch nicht vorgelesen hab. Hier unten. Es wäre schön, wenn ihr da anwesend ein bisschen langsamer runterfahrt. Zwei Tage, zwei Tage, ein Tag, ein Tag, eine Stunde. Xun Sabub, schade. Wieder kein Sons of the Forest. Wird noch kommen. Vielleicht auf Twitch oder so. Folgt mir am besten auf Twitch, Leute. Weil, äh, das ist so ein Game, das wäre eher so auf gechillt auf Twitch zu zocken. Ja, okay. Geh einfach mal. Ist okay. Was? Wollen wir das jetzt durchgehen heute? Achso, ja. Das ziehen wir durch, was wir gesagt haben. Natürlich. Ja, okay. Das ist schon abgehakt. Was gehen wir denn durch? Unterschrieben. Freilich. State Prison. State Prison Asservatenkammer. Da wurde die Unterschrift runtergesetzt. Für den Vertrauen. Bitte? Doch kann ich im Asservaten... Hä? Es gibt keine Asservatenkammer im State Prison. Doch. Wusste ich auch nicht. Es gibt ein... Es gibt ein... Es gibt ein Tage im State Prison. Da gehen wir heute rein? Ja. Da wurde letztens eine, ähm... Dingens Card reingelegt. Spike... Spike split... Und noch was anderes. Gleiches... Machen wir wieder gleiches Militärauffind und alle? Äh... Kurze Frage. Kann man auch mit jemandem aufholen? Ich glaub das wär zu... Das wär zu auffällig, ja. Wie wärs wenn wir uns so anziehen wie Leute die, äh... So sind. Hahaha. Wie wärs... Wie wärs... Ey ganz kurz. Wie wärs mit... Mit Fake Cops. Einfach... Einfach Fake Cops machen. Haben wir auch schon auch schon gemacht. Aber lustig. Ich hätt ein Outfit da. Ich hätt ein Outfit fertig. An sich... Das... Das Outfit ist keine schlechte Idee. Nur die Tattoos. Viele von uns haben Tattoos. Hallo. Aber... Fake Cop Outfit oder... Oder was da auch lustig wär so... So... Werther mäßig. So wie die... Äh... Ein Prison Wärter da drin. Ja warte mal. Ich hab... Ich hab zwei Cop Outfit. Soll ich die einfach mal zeigen? Ich... Ich glaub ich kenn die. Wir haben... Wir haben die ja mal zusammen gemacht. Oder? Haben wir das ja? Wir haben eins zusammen gemacht. Das blaue ja. Aber ich hab noch eins. Wir haben so ein schwarzes gemacht. Ich hab auch einen. Ich hab noch ein Sheriff Outfit. Ja warte. Jesse. Wer soll das denn starten? Heute. Also jetzt. Heute. Dann jetzt. Äh... War nämlich ne... Relativ spontane Überlegung. Weil ich... Ich wusste halt auch nicht. Dass da eine gibt. Auf einmal sagt er mir ja. Ja. Es gibt sowas. Und da sag ich mir so. Oh cool. Kommen wir mal reingucken. Weil das ist relativ easy. Wir müssten nur... Wir müssten nur einen ähm... Genau. Der Aaron. Wir müssten nur einen... Hohen gestellten Marshall einpacken. Und der darf nicht einen Panic drücken. Und sollte er einen Panic drücken. Einfach Kopfschuss und wir suchen uns den nächsten. Ja. Solang es halt nicht direkt beim Spiel ist. Wir drücken dann ja genug nach ne. Genau. Ne. Es ist ein relativ easy der Plan. Und ich... Das ist viel einfacher als das was wir in der... In der Ding gemacht haben. Ist es auch weil... Das Ding ist halt auch... Aber... Marc, du hast den Snowboard noch ne? Ich hab mein Snowboard noch ja. Ich auch. Aber den Schneeball haben sie mir weggenommen. Boah. So und wir sind halt... Ich hab noch 200 Stück. Du ich wurde auch... Ich wurde auch vorgestern nicht gecatcht. Musst du auch wissen. Ich bin weggekommen. Ja. Habe ich mitbekommen. Ich hab alles behalten. Ich bin noch sneaky. Wollte aus dem Oceans raus. Die haben mich nicht mehr mit Kabelbindern festgehabt. Da wollte ich selbst die hier raus. Ich hab mich verlaufen. Also Outfit Nummer 1. Und da ist Outfit Nummer 2. Das hier. Oder das hier. Das da. Also das was ich... Ja genau. Ich hol mal ne Scheche. Ist das von ihm oder das von mir? Ja. Mhm. Wir können auch als Power Ranger reingehen. Und das was ich dann habe sind sogar Outfit Nummer 1. Oder wir ziehen uns... Wir können auch so anziehen wie wir diese Werte halt. Also ein bisschen... Ich glaub wir haben so ein graues Top. So ein kurzärmeliges... Werte fänd ich schon cool. Muss ich schon sagen. Weil Gefängnis, Werte... Ja. Soll ich mal kurz gucken gehen. Ich glaub ich kenn's sehr aus. Ich hab oben einfach so ein graues Oberteil. Na? So ne... So ne schwarze Hose. Planung. Lasst uns doch sonst erstmal fertig planen und dann können wir uns um die Klamotten kümmern. Machen wir das so. Also es gibt... Also der Plan ist... Es gibt keinen richtigen Plan. Weißt du? Easy. Es ist so einfach. Du gehst einfach herum. Wir suchen... Weil... Was hast du gesagt? Einen mit grünen T-Shirts oder einen mit schwarzen? Hast du gesagt. Mhm. Die geben sich ja in der Öffentlichkeit welchen Rang sie haben. So. Dann suchen wir einen mit einem grünen oder einen mit einem schwarzen T-Shirt. Den müssen wir einpacken. Er darf keinen Panic gedrückt haben. Und das war's. Dann fahren wir mal hin. Holen die Sachen. Und das ist der Plan. Und wenn jemand einen Panic drückt, kriegt er einen Headshot von uns. Das hier wäre Sheriff-Outfit. Also mehr musst du gar nicht planen. Das ist relativ einfach. Okay. Am besten halt Stealth machen irgendwie. Oh, Alter. Was ist das für... Laser-Tag. Dann machen wir so vier Farben. In rot. In blau. Ja, Power Ranger. Oder also ich glaube mehr muss man gar nicht sagen. So unter Anführungsstrichen Plan. Außer einen mit grünen oder schwarzen T-Shirts einpacken ohne Panic. Mehr ist das ja nicht. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wir halt, ne? Außer. So ist es möglich schon. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass wenn er Panic drückt, dass dann halt alle angerückt kommen und dann irgendwas schon riechen oder so. Aber... Sonst? Also ich glaube, es wird niemals irgendjemand im Leben drauf kommen, dass wir das Lager von Mistakelsen machen wollen. Das glaube ich auch nicht. Das Ding ist, es hat halt noch nie einer versucht. Noch nie. Sie können doch sagen, was ihr halt erwarten kann und machen wollt. Aber... Machen wir ja nicht. Dann suchen wir ja keinen Marshall dafür. Ja, aber gut, es kann sein, dass wir einfach irgendwen suchen. Ja, kann ja sein, dass wir genau irgendwen suchen. Genau. Ja, gut. Am zweiten, direkten Mal wird es auffällig, ne? Allerdings kann Marshall-Führung aber auch außer für die Asservaten-Kamera aussehen. Ja? Ja. Also alles aus. Deputy Director. Also Maxwell, Nixon und Logan. Die drei können rauskommen. Musst du jetzt auch nicht? Das sind mir aber recht nur. Das ist jetzt keine Leute. Die können doch schon immer. Ja, deshalb hast du Ex-Polizisten. Die sind ja gleichgestellt, wie die halt immer anwesend sind. Boah, das wird richtig lustig, Leute. Aber in der Asservaten-Kamera in... Äh, es geht oben nicht erst mit Fuß, sag ich jetzt schon. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Er, ich mein... Er meinte, die wird nie gelehrt. Also du hast gesagt, du warst ja ein halbes Jahr. Hast du gesagt, wurde die nicht gelehrt? Mindestens. Ja, jetzt überleg mal, wenn das nicht gelehrt wird, was sich da alles ansammelt vielleicht. In meiner Marschzeit wird auch alles, was bei den Border Controls, was alles da kontestiert wurde, wurde auch da reingelegt. Oder alles, was das PD übersieht, alles, was das PD übersieht, wird auch da reingebracht. Was dem Marsch jetzt dann im Nachhinein kommt. Dann ist da mein Samsung Galaxy S8 drin, was ich aus der Asservatenkamera des Supreme-Cuts habe. Ja, als Beispiel jetzt. Das wurde mir erst am SG abgenommen. Ja, in Hamburg bist du eigentlich. Hier. Achso, stimmt, du hast die... Ich bin lila. Ja. Aber ich, ich dachte schon, hä, bitte. Komm, Nina, wir gehen bis nach Streitendienst. Ich muss aber schauen, wie mein Auto aussieht. Hat jemand Vorschläge für Autos? Bin ich nochmal da. Äh, Vorschläge für Autos, irgendwas unauffälliges. Das ist ganz easy. So. Ähm. Ich will nicht vorgehen. Raffnix mal vorgelesen. Äh, Jackman. Auf einen guten Stream. Dankeschön. Für 23.90 von einer Stunde. So. Leiste ich jetzt das Vorlese. Vielen Dank. Und danke an, äh, geht dich nix an fürs VIP werden. Also einfach, geht dich nix an. Ist da was gezielers an. So, das haben wir vorgelesen. Dann kommt der Elektriker. Raffnix haben wir vorgelesen. Das 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 haben wir vorgelesen. Passt. Outfit wechselt. Ich schau mal, das ist das US Army aus. Ich guck nochmal, ob ich dieses... eine PD-Outfit noch habe. Hier wird Dynamik, aber den Habinen, nicht? Na, ich schau mal, ob ich das... Da ist es. Guck mal, hier das. Das war es. Exactly war das das PD-Outfit. Das haben sie aber auch an draußen. Mit dem Helm. Also ich aus wie ein Swaddler. Mist da, was gibt sie das an? Ich hab schon mal angefangen... Was ist denn hier los? Das ist eh dasselbe Outfit. Ah ne, wir haben andere Schuhe. Andere Schuhe. Ja, das ist... Aber sonst Gürtel haben wir den gleichen an. Ne? Oberteil. Ja. Und ich hab halt den Helm drüber. Das sieht aus wie ein Swaddler irgendwie. Ja, hol ich mir auch das blaue. Boah, das ist ja auch cool. Das Outfit da drüben. Ich hab einfach... Hä? Ne, das machst du. Nicht los. Jawohl. Ah, ne, doch nicht. So. Mal schauen, welchen Helm ich noch habe. Ich hab mich der falsche sicher, ne? Ja. Ich hab noch den Helm. Das drin müsste ich mir auch noch mal neu holen. Marc? Mhm. Wir hätten gemeint, dass wir eventuell äh... M5 F90 nehmen. Den weiß lackieren mit... Mit der Koppen. Weil der sieht ja ziemlich ähnlich aus vom Marschbeam. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Hat zwar anderen Sound, aber ist dann eigentlich egal. Ja, ist egal. Hauptsache sieht so aus. Ja. Ja. Ja, schon Lüttel irgendwie. Da muss ich mir erst kaufen. Oder glaubst du, wir können uns auch so ein bisschen anziehen wie Marshals? Ist das so outfit-technisch? Ja, ist schwer. Weil du keine Oberteile kriegst. Das Ding ist halt, die sind halt... Erstens erkenn dich an... Also, die haben halt diese... Underarm am Marsch-Oberteil. Das ist halt... Jetzt fällt. Das hat Biddy einfacher. Mhm. Wollen wir... Mich Helme? Ich mein, das Biddy... Wird auch Helme anziehen. Kann klar. Ja. Also, wenn die... Ich hab noch den. Ach shit. Wenn die... Wenn die... Wenn die Auge machen, dann werden dann... Dann kriegen die sowieso Helme. Wollen wir doch alle 4, oder? Ist egal, glaub ich. Also, ich würde dann... Ich würde tatsächlich mit die SOG SCAR nehmen. Ich... Ich... Ich nehm nie wieder die SCAR. Du bist so schmutzig. Ich bin die gut. Ich bin... Ich bleib bei AOG. AOG ist halt nicht... Achtung! Da! Da waren sich... Äh, MP4 und MP5. Wollen sich vielleicht mal alle in Planung eintragen... Rechts von der Tabelle, die mitmachen wollen? Ach so. Ja, da können wir ein bisschen aufteilen. Das macht mir jetzt eigentlich alles nichts. Also, ich hab... Ich hab... Mein Tablet funktioniert nicht. Jetzt... Ah, mich hat schon beeingetragen. Danke, warum das war. Hier... Danke schön. Alter, kann mich jemand einfangen. Ich hab nur ein weißes... Bild. So. Die Tigerkralle. Fünf, danke für den Euro. Hab ich nicht. Bist eingetragen. Vielleicht angenommen, aber eine kleine Spiele. Dankeschön. Ex-One. Ja, kannst dich ja nochmal bewärmen. Bewerbungshasis für 3-0 dann. Muss wahrscheinlich dann... Dann werden wir nochmal eine machen. Julian, Adam läuft für das WP. Wir haben Sitto. Vielen Dank für den Euro. Wollen wir die Fahrzeuge in 4er- oder 3er-Besetzung wegen Geisel mitnehmen? Till, bitte Mobs mit Maske. Ne, ist zu auffällig. Wird man unauffällig bleiben. Wenn jemand eine Geisel-Laternein halt mitnehmen und dann... Chenna ist VIP geworden. Die Chenna? Ist das... Warum ist das VIP... Hat der wer VIP geschenkt? Ne. Hat er VIP geschenkt? Hat er VIP geschenkt? Hat er VIP geschenkt? H morning. Heili, machst du mit? Ne. Ich hab... Hudri wudri. Schon wissen, i värma ins Stream knieessen. Liebe Grüße aus Disneyland, Deutschland's Beauty. Hudri wudri Nussboteizen. Von einem Kränkrig a flitzen. Einfach nochmal so recht. Schau auf dem Kränkrig a flitzen. Einer! Einer! Wo sind meine Brünen? Ich hab auch keine M5. Ich hab ja auch nicht. Mara Kastroin? Was hab ich? M5. nee kann ich aber kaufen gibt es in meinem gebrauchten oder ja sonst kaufe ich mir schnell einen gerade geschrieben dass sie nicht erreichbar sind also nicht mehr wachsam tun warte ich ruf mal schnell an vielleicht kann ich da was machen also wie war es jetzt vierer besitzung weil ich habe ja ich rufe an wegen dem auto gemüseteller ruf ich an ich weiß ja du hast weiter geholt und ich hab dir was besorgt ja warte ich gleich 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 hallo ich rufe mal an tschüss aufgelegt das ist wichtiger was denn das auto das hier einfach so also mit keinem auto geschenkt auf vielen dank oder das ist okay das ist das ist das ist wirklich nett das hätte ja nicht sein muss ich dachte das würde dich freuen ja da das freut mich ich weiß jetzt auf alle fälle du das ist heftig einfach einfach geschenkt bekommen mit chef hier kennzeichnen auch noch das habe ich reserviert dank das habe ich nicht so reserviert dankeschön das ist geil die farbe ist aber auch nice da habe ich auch lange rum experimentiert lass ich genauso will ist ohne witz er hat auch eine originalfelgen also ja hast du ihn getunt der ist volltuned alter aber der sieht also ich würde ihn wirklich so lassen der sieht richtig geil aus mit der farbe hast du richtig gut hinbekommen das ist so ein dark purple lila ist das genau genau das war das ziel von dem auto das ist wirklich mega vielen dank richtig geil gefällt mir die farbe gefällt mir das auto gefällt mir nice genau geschmack getroffen von der farbe guck mal sieht fast gleich aus wie die die kleidung ja der bleibt auf jeden fall so da gehe ich unter drin ja dann paar ich schnell ein ich frage nämlich schnell wegen wegen auto das war jetzt eben mein plan ich weiß nicht ob ich da hinkomme ich brauche auch ja vielen vielen dank das ist mein richtig geiles geschenk ja 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 jungs guck mal jungs mädels ein geburtstags nachgeschenk wo ist das ding kaputt gegangen ach egal ich frage ich frage mal das auto ist richtig nice du sagst du der farbe ist geil mit dem perler das kommt und richtig richtig gut aber hallo ja hallo am telefon hallo hören sie mich ja alles gut beim telefon sorry ich habe eine frage bezüglich einem auto es gibt es vielleicht um zwei ich weiß ja viel zu tun mit bestellungen stimmt es genau wir hätten gerne noch zwei m5 f 10 aber die brauchen wir jetzt dann ist das möglich dass wir schnell die abholen einfach so einfach so dass es ganz schnell geht dass wir nur hinkommen und die schnell abholen ja ist möglich ja weil dann kommen wir schnell vorbei und holen die schnell ab ja dankeschön wieder der information der einen f 90 40 90 wer einen f 90 m5 braucht wir können jetzt runter geht zum autos einen bestellen also wenn einer braucht kann jetzt auch gerne mitkommen ja ich brauche auch ein einfach alle die haben brauchen jetzt runter ich habe jetzt auch durch die durch den überfall mit daraus zusammen auch sehr viel geld gemacht ist ich wollte sowieso ein hahn das falsch gefahren ich glaube ich muss einfach anmelden gehen oder den hier den wir eigentlich gerade fahren ich habe mich nicht gefragt ob der angemeldet ist oder ob der ja auch immer den hier habe ich gerade geschenkt bekommen gerade eben oh mein gott oh mein gott ach du kacke hallo geht es ihnen gut hallo ja was ist über die straße gerannt ach du kacke haben sie mir gerade einen einen herzinfarkt gegeben wie kann ich ihnen helfen was ist passiert sind sie sind sie verwirrt ja sind kranken ausbringen sind sie verwirrt hallo hören sie mich und die können sie noch hören ja ich kann sie hören legen sich mal hin kommen sie ja mit sind so der schock sie ist es ist irgendwie stehen nur rum das laufen ja ich habe ein bisschen schmerzen also ich kenne jetzt folges vorschlagen wir rufe jetzt einen krankenwagen oder ich bringe sie rüber zum zum amr das fg ist da wir müssen das fg rufen ja müssen wir eigentlich ne ja wir müssen rufen ich sehe nur gerade den hat es irgendwie siehst du ich glaube sein bauch ist gebrochen ich kann da reingucken ich kann ein bisschen die gedärme schauen legen sie sich mal hin ich glaube sie sind offen oben das sieht gar nicht gut aus also ich mach mal still warmen blinker an der keiner aufhört was genau jetzt passieren muss ne legen sie sich mal hin kann ich mal kann ich ihn mal gucken können wir drüber schauen hast du schon angerufen wegen ja bitte 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 ja bei uns es wird sich ein bisschen bei uns bis wir unten sind ein bisschen verzögern wir haben wir gerade einen verkehrsunfall mit einer person die ich angefangen habe an der kreuzung wo es dann richtung fahrschule geht jetzt legen sich doch richtig hin sagt wenn niemand im autohaus ja der korn hat gesagt er schickt jemanden ich weiß dass sowas passierte rennte einfach über die straßen war immer war weg ich habe ich habe gebremst aber das ding hat halt bremsen wie weiß ich was darf jetzt so ja nicht die polizei haben sie irgendwo schmerzen also genau haben sie schmerzen im bauchbereich ist nämlich offen ist komplett offen also die brust ist offen ja gut also noch ein stopp schild das war meine schuld da ist eine übergang also stopp schild das nur über die straße gegangen ich habe nicht gesehen ich habe wirklich nicht gesehen er rennt über die straße ich komme da angeflitzt mit dem auto auf einmal ist er da und ich habe mich auf die bremsen gedrückt das habe ich noch gesehen habe stopp gerufen deswegen das ist das auto ist komplett neu das ist jetzt auch sicher kaputt hier vorne hallo das arme auto ja stimmt er hat entblutet die kommt in die brust vorne offen da kannst du reingucken in die gedärme nicht dass der gleich ausblutet oder so hast du fd oder märchen gerufen jaja wir rufen gerade ich habe ja auch keine erste hilfe carsten dabei sonst könnte ich da helfen ne das habe ich auch nicht am werkzeugkasten dabei haben gerade keine freie einheit sie sind gleich stark ja da hast du auch gesagt dass der brustbereich offen ist ja ich habe gesagt dass der brust der brust gefahren ne du bist du bist gefahren oder du bist natürlich bist du gefahren hat doch jeder gesehen dass du gefahren bist ja schau der war schnell da gewesen ja prima macht schön abschmerzen der brustbereich ist offen man sieht die gedärme in der ist offen oben ich gucke das mal an hallo hallo ja wie geht es ihnen was passiert ja bin da drüber gelaufen aber das auto war zu schnell hier konnte ich nicht mehr zurücklaufen und dann ja ist es passiert und jetzt schuld mein bauch und mein linkes bei tut weh der rtw müsste auch gleich kommen super ja mein kollege konnte nicht mehr so abbremsen war ja beifahrer was alles gesehen ich bin voll auf die eiser gestiegen haben wir einen freien rtw in letzter zeit nicht die ganzen motorradfahrer mit als pdler und jetzt ist das als sie mal die ganze zeit leute mit ist so die helde naja so dies da ist ananas ok cool ach dass sowas gibt ich sage euch dass das video haben sie sonst wo schmerzen und das eine könnte die berlin bis jetzt nicht nein tschuldige nichts gehört karl hat mit euch gesprochen im funk die haben sie geantwortet hallo simon alles gut die man einmal starke schmerz mittel bitte gleich aufziehen starke bauchraum wunde beine kann er nicht bewegen wie sind der name der ich bin ja gerade beschäftigt die bauchraumwunde alles die rieren verband rumzumachen alles wie ist denn der name der herr der parker trevor haben sie irgendwelche allergien oder unverträglichkeiten alle die noch das outfit brauchen die mitfahren bitte einmal zum kleiderladen dann bei uns im anwesenden was sind denn das kosten der aufenthalte ich würde das bezahlen ja ich würde es auch übernehmen deswegen ja ich bin ja gefahren und keiner will das müssen wir erstmal sehen das können wir jetzt so ad hoc noch gar nicht sagen also jetzt kannst du um die nummer gehen so anrufen dann geben wir das geld wieder der kleiderladen am anwesenden erwartet extra einer der das komplette aufenthalte wissen sie ihre telefonnummer auswendig nein ich habe kein hotel momentan sie haben keine nein leider nicht das ist schlecht haben sie kein handy oder keine nummer kein handy ich kann ihnen eins geben darf schon mal eins zustecken warte mal kurz wir packen erstmal den herrn auf die frage eins zustecken er liegt da er liegt halb tot ab unten darf man ihn zustecken ich habe jetzt hier im sterilen verband um den bauraum gemacht dann nehme ich die rechnung gar kein Problem ja sehr viel Glück ich kann ja nichts dafür ja jetzt wie gesagt dabei ein stopp schild also dass mein kollege da einfach nicht anhalt beim stopp schild da würden wir die rechnung natürlich direkt begleichen ne nimm die beine bei drei ja eins zwei drei drei Flo bist du auch verfangt? der ist neu der kennt sich noch nicht aus merkt der das? drei hier drüben deck drüben 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 Da sitzt er ja auf einem Emmentaler, da sitzt er gerade drauf, wie er drauf liegt, der Schweizer ja. Und der Schweizer Alp auf dem Käse-Trag. Stinkt nach Käse. Keine Ahnung, ich kenne kein Schweizerdeutsch, aber es hört sich halt so an. Schon mal hast du das schon mal auf der Käse-Trag gelesen, da reichst es oft nach Käse, reichst es. Du reichst nach Käse. Ja, das ist ein bisschen enger mal. Käse, genau, ich sage Käse. Aber nicht Käse. Käse. Ja. Ja, ja. Dario 2.0, ja. Direkt eingestellt. So ein Pappaufsteller. Schweizer Pappaufsteller. Ich verschenke mir bloß mehr enger mal. Was kostet sowas 10.000 oder so, so eine Behandlung? Weiß nicht. Aber was kostet so eine Behandlung, wenn der fertig ist, so 10.000, 15.000? Wenn wir das Handy geben. Ja, 15.000, 15.000 aufwärts, da muss man gucken, was wir für den Aufwärts sind. Dann soll er anrufen, dann bezahlt das der Kugel da an. Dann zahl ich den Reckenkrieg nachher. Da kriegst, genau, da kriegst. Da kriegst. Ist das Auto soweit? Muss das irgendwie abgeschleppt werden? Ne, es war ja nur der, der mir mitgenommen wurde. Das Licht war schon davor kaputt, tatsächlich. Das ist einfach so Puff auf einmal, es war aber nichts. War aber weg. Haben Sie mir kurz Ihre Nummer, damit ich nach beweisen kann? An sich zu unserem Auto ist kein Schaden entstanden, sowas aussieht. Ja, wo bin ich denn? Ja, schau mir. Vielleicht minimal hier vorne an der Front ist eine kleine Delle drin. Wenn ich das eine Delle sehe. Da hinten vielleicht noch was? Ne. Dann Pablo, komm mal bitte zum... Man muss ja sagen, er hat ja voll abgebrenzt. Er ist voll auf die Eisen gestiegen. Also es war dann wirklich dann schon der Stopp. Den hat es dann halt nur noch irgendwie nach vorne geschleudert. Man sieht ja auch, wo das Auto so zum Stehen gekommen ist circa. Okay. Also ist der Herr nicht über den Fußgänger über den Weg gegangen? Ja doch, der ist ja genau hier. Schauen Sie mal, da sieht man auch noch die Dings. Der ist hier so ein bisschen, ich glaube hier, ein bisschen daneben gegangen. Und hier ist er so gegangen und da hat es ihn halt erwischt. Ich hab gar nicht gefragt, ob er irgendwie... Können Sie irgendwie Polizei dazu haben? Oder... Ist das alles so? Ich denke mal, es ist alles so in Klärung, ne? Meine Nummer ist 800. Ja. 99. Veroni? 99. 127. Ja, alles klar. Ich schreib mir eine SMS und dann, wenn Sie die Rechnung haben, sagen Sie mir, wieviel Sie sein müssen, dann überweise ich... Okay, das ist super. Legen Sie schnell wieder hin, bitte. Check. Ja, kein Problem. Dann schreiben Sie mir noch. Ich hab Ihnen eine SMS geschrieben. Simon, dann. Okay, danke. Super. Auch uns wünschen Sie noch? Ja, gute Besserung. Oder auch nicht. Danke. Wir hatten auch eine gute Besserung. Irgendwie möchte er nicht. Er ist nicht drauf, richtig. So. That was already. Ja. Wir müssen zum Autohaus runter, ne? Ja. 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 Alter, der wollte jetzt Polizei rufen, ne? Ja, ja. Das heißt, die. Aber ich glaub, uns ist Vortrück bei denen. Die müssen tragen. Mhm. Tja. Weil der sehr Geld, der ja auch bei uns ist, der muss das auch mal machen. Mhm. Das wird man nicht mehr. Schildi, dank für... Die Rechnung wird nachher teuer gesucht. Tschüssi. Tschüssi. Ja, das zahlbar aus der Firmenkasse. Ja. Ja, alles gut. Ich glaub, ich glaub, ich hab jetzt das 2.000 gefälligert. Naja, das zahlwählen dann schon ich. Gebe ich dir das Geld einfach. Weil ich mein, ich hab ihn ja angefahren. Hahaha. Also offiziell. Ja, alles gut. Und jetzt muss ich weiß noch mal, wenn die jetzt die Cops gerufen hätten, wäre das jetzt blöd gewesen, wenn ich gefahren wäre. Ja, dann hätten die mich jetzt eingeknastet dafür. Einfachst du? Oder sollen wir hinstellen? Ja, komm, wir parken einen dabei. Hier rüber. Ja. Und? Ich glaub, ich zeig ihn kurz um mit dem Auto aus. Das ist... Ja. Ich glaub, es wäre besser. Wäre besser, ja. Wäre besser, ja. Definitiv. Ja, ich weiß. Ich hab mal ein anderes Auto. Ruf uns mal den Herrn Konder an, wo seine... Ist hier? Ah, ja. Hier. Ah, da haben sie ja ein paar liegen. Super. Vielleicht musst du wieder am Mann werden? Ist ja jetzt egal, ob der BMW Bullion ist oder nicht. Ja, wir fahren jetzt kurz noch zum Auto dazu führt. Das fühl mich richtig assi. Ja, das fühl mich richtig assi. Ja, das fühl mich richtig assi. Negativ. Okay. Dann ruf ich nochmal an. Grüß Gott. Hallo. Ich bin's wieder. Grüß Sie. Ich bin beim Auto aus. Es ist aber grad keiner da. Äh, was war mit, äh, Autohaus? Sie kommen selber. Da waren ein paar Leute von Ihnen. Und die haben gesagt, ja, die kommen von Ihnen. Und das waren keine zwei mit BMW. Jetzt hab ich mich nicht ausgegangen. Achso, nein. Wir haben... Ja, Entschuldigung. Wir brauchen... Na, die haben jetzt... Ich hab jetzt nochmal gefragt im Funk. Die haben zuerst gesagt, die waren jetzt nicht da. Jetzt war ich halt nochmal. Aber wir brauchen eh nochmal ein paar mehr. Okay. Ähm, okay. Brauchen wir die jetzt? Oder sollen wir zuerst die, die Lieferung machen? Ja, eigentlich jetzt bräuchten wir die. Ja. Dann komm ich noch einmal kurz runter. Okay, danke. Ja, Entschuldigung. Weil eigentlich hätten die warten müssen auf uns. Und die haben nicht auf uns gewartet. Was natürlich schlecht ist. Ja, deswegen. Weil ich sag so. Sind sie wegen den BMWs? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das Problem war nämlich. Wir hatten einen Unfall. Und ich hab gesagt, sie sollen eigentlich erwarten. Wir sind jetzt alle vorgefahren. Weil die wollten jetzt anscheinend auch noch BMWs haben. Das hätte ich halt hier vor Ort geklärt. Aber die haben uns jetzt auch nicht gesagt, dass wir auch welche brauchen. Ja, das ist super. Okay. Gut. Danke. Ciao. Kommt schon. Es ist halt die anderen vorhin da, weil sie uns schon gekauft haben. Die zwei Stücke. Ja, dann darf der ja wahrscheinlich das. Ja. Weil die nicht gewartet haben. Ich glaub, die kosten so um die, ja 150 wird's nicht mehr kosten, oder? Ja, dann muss ich 150. Ja. So weit haben alle wohl einen. Ich weiß nicht, irgendwelche wollten zum Autohaus. Ja, Tobias und Marc. Ja, wir kaufen jetzt erst welche, weil wir einen Unfall hatten mit jemandem. Jetzt sind wir da. Ich glaub, die Kylie, die Kylie hätte noch eine, denn sie vielleicht klaffte. Das ist der Sound auf der Spende. Ähm, dann nutzt er mal kurz und raucht eine Produktion. Erwart mal, alter Biesti. Ja. Ja, aber ich glaub, der hat das bei Ihnen schnell verkauft. Ja, ja. Hallo. Hallo. Kommt noch ein Hopi? Ja, ja. Hab ich grad davon. Ja, wo? Da hinten. Ich hab mich unerwartet. Wo bist du? Ja, Jubiläer. Oh, der Duki kenn ich noch. Wollt ihr hin? Weißer als kleines Kind Urlaub in der Schweiz. Ich soll anstatt Grüzi miteinander kräze miteinander. Der Duki, dankeschön für 590. Mia, dank für 90 Cent. Ivan, dank für 90 Cent. Auch nochmal. Jamco 47, Nils Cheney. Ne, doch. Nils Cheney, dank für das IP werden. Julian, das Plüsch ist angekommen. Ist sehr schön geworden. Grüß aus dem Land Brandenburg. Freut mich. Gruß geht zurück. Ich bin grad verwirrt, aber das ist jetzt nicht der Verkäufer, ne? Ich hab's nicht genau gesehen. Ne. Ne, oder? Ne. Sind's die Autosverkäufer? Ne. Ah, ok, schade. Sie sind nur zum Umziehen hier? Ne, nur um Geld abzuheben. Achso. Ich musste versichern. Ja, als Toilette können sie das ja auch benutzen, ne? Ah, ist das eine Toilette hier? Ja, ich muss mal ganz dringend. Hab ich was ganz vergessen. Lass mal den Urin ablassen. Ach, das ist das Klo hier links? Das ist das Klo, ja. Super. Ah, ist das schön. Endlich. Ah. Boah, ich hatte schon die ganze Zeit Druck drauf. Ach, Helmut, redet mit mir. Schön. Ja. Ich bräuchte M4. Ah, ist das schön. Endlich wieder los geworden. Der Druck ist weg. Sehr entspannend. Ja, das ist das größte öffentliche Klo in L.A. Das ist genau hier. Super. Ja. Die haben alles. Die haben Autos, Toiletten, äh, Umkleide. Kann man da überall hin machen, oder? Ja. Kann man da überall hin machen, oder? Kann man da überall hin machen, oder? Ja, ne. Immer in den Topf da rein. Ah, da kommen sie jetzt. Das ist das Auto, ne? Ja. Boah, die sind ja schon nett. Wenn man den haben könnte, ne? So richtig. Breitbau. Ja. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. So. Heute ist ja fein im Samtanzug. Ja. Eigentlich. Hatten sie sich erst ne Glatze? Ich hatte tatsächlich eine Glatze wegen Midlife Crisis, ja? Midlife Crisis, ah. Ja. So. Also für sie beiden noch einmal einen M5, gell? Jo. Den F90. F90. Du wolltest schon vorne wieder F40. Ne. Prokop. 137.500. Check. Haben wir gut geschätzt, ne? 137.500, ne? 137.500, ne? Oh, gut geschätzt. Am ARFD ist nicht im Dienst. Die müssen zur Bertha gehen, weil die haben ein Problem. Das ist alles gesperrt. So. Drei Gruppen Vierer besetzt. Wie wäre es denn, wenn die drei Gruppen sich irgendwie entscheiden, dass die vierte Person irgendwie vielleicht zu einer Gruppe wird? Oder je nachdem halt. Ja. So. Sieh dann gleich her, dann kriegst du einen Schlüssel. Helmut, wo bist du? Ja. Danke sehr. Bitteschön. So. Unser Lift hat das schon hochgeliefert, ja. So. Wie viel? 100... 137.500 Dollar. Bitteschön. Sehr gemalt. Verschworen. Einer unter der Beratstellung. Kriegt man da ein Kennzeichen dazu? Ausnahmsweise natürlich. Super. Gehe ich da. Danke schön. Und den Schlüssel habe ich auch schon hier. Danke. Kauf mal auf. Mal auf X1. Perfekt. Das Auto steht draußen. Super. Top. Weil den habe ich doch nicht. Das ist mal was Neues. Schönes Auto. Kann man auch so ein leichtes Breitbau-Kit bauen machen. Sehr schick. Einen Breitbau kann man dran bauen? Geil. Ja, so ein bisschen... Flippen unten. Spiele. Sehr cool. Dankeschön. Super. Gerne. Wir sehen uns gleich in der Werkstatt. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao. Aber seid ihr den Wagen in die Werkstatt tun gegangen? Ne, die Werkstatt ist so. Ich habe ihn zu Bennys gefahren. Dort ist einfach getunt. Okay, ja. Dachte mir schon. Gut, dann fangen wir mal. Ich überweis dem Herrn gerade noch das Geld. Ah, okay. Wie viel war das jetzt? Sechstausend. Ja, gebe ich dir dann. Aber kein Führerschein. Das macht es natürlich schlecht. Tanken sich halt auch noch fahren. Das ist halt alles in einem gerade. Nicht gehabt. Oh, geiles Kennzeichen. 420. 420 ist auch nicht schlecht. Kein Wunsch-Kennzeichen. Das war schon so. Für gar nichts. 420-Kennzeichen. Was muss los? Jetzt kann ich es mir glaube ich abschminken. Jetzt ist schon alles kaputt. Angehend auch nicht. Warte, kann man da. Ah, vor der Kennzeichen kann man abbauen. Das ist geil. Das M5 Logo. Ah, das ist wieder so ein Bug. Na gut, das ist. Das Auto ist ein bisschen buggy. Gefixt auf 3.0. Ein Buggy-Auto. Wie viel hat das Tuning für den M5 gekostet? Weißt du, kann auch nicht. Wobei, wir gehen ja eh tunen, ne? Dann ist der Tank eh gleich wieder weg. Ich tappe zur Hälfte. Bestimmt so 40.000. 50.000. Jetzt so 50.000 nehme ich das gleich mal ab. So, auszuhören. Wir haben eh genug Geld jetzt. Wir haben jetzt 50.000 nochmal. Wie siehst du denn jetzt mit dem? Wir haben die Schüler knapp. Wie lange braucht ihr noch? Ja, ich gehe jetzt noch rein tunen und dann bin ich fertig. Jo. Also wir warten schon mit ein paar Leuten am Mann bis hin. Ah, keine Frage. Dreh bitte, was habt ihr denn vor? Wir machen die Asservaten. Das ist das Saga von Snape Prison. M5 Weiß war das, oder? Korrekt. Bestimmtes Weiß oder irgendeins? Ich glaube normales Weiß, einfach pures Weiß, oder? Ich habe Schwarz. Genau. Also wir können Weiß und Schwarz drehen. Ja. Marc, wo sind wir uns hin? In welcher? Ich fahr zu der alten Bennys Garage gleich. Oder zum Flughafen. So, ganz kurz nochmal. Punkt Frick. Alle, was jetzt schon umgezogen sind, nochmal ganz kurz. Zivil umziehen. Let's go. Hufen Leute Brache. Jo. Was ist denn los? Ich komm. Autos abholen. Pablo kommt. Helmut auch. Hm. Jetzt kann ich gar nicht. Bulldozer. Da ist er. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin kommen, Wolfi? Die, was jetzt am anwesend sein, alle beim Brunnen treffen. Und die, was nicht am anwesend sein, am besten schnell her vorne, die alleine im Auto setzen. Wie viele Leute habt ihr da am anwesend? Zwei. Äh. Es wird gerade andere rumlaufen. Keine Ahnung. Einige, sehr, sehr viele. Also fünf sind eigentlich geschossen. Oh, oh. 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 Sollen wir da den Lightbar einbauen, um es noch ein bisschen lustiger zu gestalten, das Ganze? Da sind wir dabei, ich fiel. Wohin? Von Brunnen. Okay. Auf dem Weg. Okay, dann kannst du ziemlich tief legen, ne? Alter, ist der tief. 5.000 tieferlegen, 15.000 Motor, 15.000 Panzerung, 10. Ja, nicht günstig das Ganze, ne? Dann bitte einmal Raptor voll besetzen und Holmann voll besetzen. Was ist denn jetzt das Bodykit, was der Herr Autohausverkäufer gesagt hat? Von wegen Bodykit. Wo sind da Anbauteile, hä? Nicht doof? Der hat kein Bodykit. Wir wurden nur abgezogen. Der Autohausverkäufer hat uns richtig hart abgezogen. Das Autohaus, hier werden sie abgezogen. Haut sie raus, beim Autohaus. Da werden sie komplett von vorne bis hinten abgezogen. Wir haben noch einen Platz hier frei. Volle kann abgezogen worden. Ja, da kommt auch ein Bodykit dran, so ein Breitbau. Den kennt man doch. Ja, mein Geld zurück. Die werden Mäßigung haben. Also, wir haben noch einen Platz im Pullman. Ja, der eine, kann ich sagen, der geht sich umziehen und dann kommt er noch zu euch. Ich bin gleich am Gelände, ich bin kurz, ey Gott Gott. Die Mercedes-Felgen waren schon heftig. Aber ich glaube, ich lasse die Standard, die sind am besten aus. Gibt ja noch hier, oder Sport, muss doch im WFelgen gehen. Ja, neun und wir sind sechs, sind wir 15. Wir haben zwei Fahrer. Oh nein, wirklich? Schon wieder? Ist alles dunkel. Oh nein. Das heißt, Karl, du, du bitte, denn der, was da hinten kommt, in Weiß tragen und setzt die Pullman rein. Ja, ich lasse die Standards verhängen. Perfekt, Abfahrt Jungs, mehr nach. CX-Hamter wird mir nur aufgehalten. Der Raptor bitte langsam vor, wenn die Leute auf der Ladefläche. Ja, 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 ja. Ja, ich lasse ihn schwarz. Hier wird es natürlich auch schwarz, das passt. Ähm. Schreiben, Tönung, Full. C. Wie fühlen? Ja, jetzt der Verkehrsanhaltung und elf Leute steigen aus dem Pullman aus. Die wird es auch fehlen. Vor allem dann kommen wir noch an und da steigen auch nochmal sechs Leute aus. Also, Pablo hat übrigens gern Mechaniker. Ich habe schon mitbekommen. Ich habe halt jetzt nicht ganz tief gelegt auf den Boden. Das ist halt jetzt. Aber im Bodykit konnte ich nicht dranhauen, wie er gesagt hat. Boah, der geht ab. Huch. Das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Man sieht auch nicht durch. Aber eine Lightbar würde ich natürlich jetzt fühlen. Kann jetzt raufschallern würden. Wenigstens. Aber erst in die Garage stellen oder so. Damit der 100% safe ist. Fürs Erste. So, Blinker geht auch gut. Kann sein, dass wir das Model mal gechanged haben, ne? Wenn Andel denkt, dass das noch der... Vielleicht das alte Modell konnte man, glaube ich, mit Breitbau ausstatten. Aber den nicht. Da haben wir nicht mal irgendwann das Modell gechanged. Deshalb denkt er das mit dem Breitbau. Ah, ja, ja, ja. Wir hatten ja mal einen anderen gehabt. Also, wir hatten mal einen M5. F90 mit Breitbau, glaube ich, ja. Wo wir noch ein bisschen was umändern konnten. Und der hat das nicht. Dafür ist das Modell an sich schöner. Was natürlich supi ist. Aber ja, kein Breitbau, wie er gesagt hat. Ich bin sehr enttäuscht vom Auto aus. Unglaublich. Schauen wir mal, ob ich das vorne wegbekommen. Und beides ab. So. Jetzt aber. Im Wert Blinker? Hä? Ja, haben sie wirklich. Krank. Ne, richtig krank ist das. Fällt nur grad was auf. Hat der... Ne, hat er nicht. Schaut da dauerhaft die Rückleuchten an. Hier drin ist es komplett stockfinster. Man sieht nichts. Man sieht einfach gar nichts. Die Rückleuchten sind ein bisschen zu hell, finde ich, bei dem Auto. Wird ein bisschen weniger hell sein. Wird schon mal tanken. Vielleicht ein neues Kennzeichen dran kommen. Oh, wir lassen das gut auf. Wird einfach voll rum. Geil. Boah, jetzt ist doch die Polizeihupe nicht drin. Egal. Muss ich halt ohne. Ich fahr jetzt sicher nicht noch mal zum Tuner. Mit der Polizeihupe. Boah, sieht aber schon frisch aus, ne? Jetzt sehen wir echt fast aus wie echte Marshalls. Das freut mich. Schildi, nur 90. Danke für 90 Cent. Oh, weil, danke, danke. Das war auch vorgesen. HBMR. Danke für den Zehner auch vorhin. Dankeschön dafür. Marius hat sich gerade noch 50 Sekunden im RP überschlagen. Ja, das ist, das ist Marius Moment. Das freut mich. Danke Leidenheit für diese tolle Information. Flo Paul, danke für 10 Euro. Red Monkey ist auch dabei. Dankeschön fürs CP werden. Und King Elias, morgens um was geht, was das Beine hat. Was geht so anders? Haben wir auch vorgelesen, meine Freunde, ne? Oder? Ja, haben wir vorgelesen. Was ich weiß. Zack. Gut, jetzt bauen wir aber wirklich eine Lightbar ein. Einfach zu Just-Verfahren. Wir können ja. Wir dürfen ja. Gibt kein Gesetz der Welt, was mir das verbietet, oder? Weil man sieht halt nichts vorne, ne? Von dem Blitzer. Man sieht halt nichts. Vom Abend vielleicht ein bisschen mehr. Weil es ist doch mal geil, oder? Dass man es kaum sieht. Ist ja gut, weil dann sehen die das von, von außen aus nicht. Einfach so den kleinen, einfach den Straßenräumer drin lassen. Boller. Jetzt ist das Auto kaputt. Ne. Ha! Warte, kriege ich das Ding. Was? Das mit dem Kennzeichen machen wir fertig. Ach komm. Lecko mir. Das Auto ist verbuggt. Das Auto ist verbuggt. Du musst Hops fixen, bitte. Hops, bitte macht das schön. Dass aber hier heute das Auto wo hinten die Fensterscheiben nicht richtig sind. Aber das hat Hops glaube ich gefixt. Auf 3-0 gefixt. Auf. Fahren die da gerade? Ich bin die richtig verarschen. Die fahren da gerade vorne alle. Weiß ich ob das Kartell war. Kann sein ne? Wobei ne, ich glaube das sind ne andere Fraktionen. Die fahren ja kein Gold. Also ein bisschen Leichtgold. Ja, ich helfe mal mit bei den Sachen zum holen. Ja. 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 Aber das müssen wir bei allen dann einbauen oder? Aber das ist eigentlich ganz gut. Ja. 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 Ich kann nichts dafür. Der ist vor meine Nase gerannt. Direkt vor meine Nase. Scheiße. Einfach so puf und dann war er weg. Ah ja, ich schulde dir noch jemanden ganze 6.000 Dollar. Ah, ist er nicht da? Ah doch, warte. Ich schulde dir doch die 6.000 Dollar, ne? Ja, ich gebe dir die. Du, ich will mal keinem jetzt hier, ne? Danke dir. Müllwagen für Unfall brauchen einen Abschlepper. Ja, ganze 6.000 Dollar Rechnung bezahlt. Für Kosten des Patienten, den ich angefangen habe. Ey, der war komplett offen oben, ne? Der hat oben, hier hast du ins Gedärm reingucken können. Ja, der hat immer noch alles sehen bei ihm. Wird doch schlimmer gewesen sein. Hat die Stadtwerke nicht vorhin geschrieben, dass die in einem Meeting sind und nichts machen? Ja, irgendwann soll ich es machen. Also, was ich mir aber auch vorstellen kann, dass da kein PD oben ist. Im Oceans ist auch irgendwie, was los, da ist alles gesperrt. Wenn da oben kein Ding steht, keine Stadtwerke, keine Security und PD, dann machen die nichts. Weil sie sonst überhaupt, ähm, wahrscheinlich... Ja, das PD wird nicht anfangen, wenn die jetzt schon Juge machen. Heute war im Canyon ein Kleinstein oder ein Georock, das hat Tarnsteine eingesetzt. Ich weiß noch, wie es geht, ich kann kurz hochfahren, aber ich glaube, ich kann sie machen. Ich weiß noch schon, wie es jetzt am Abend aussieht, wenn man sieht es kaum. Also kann das noch stumpfer kommen, oder? Ich würde ja bitte auch dann machen. Das ist kaum schon richtig geil. Ja, was man sieht halt kaum. Hatten wir Probleme? Hatten wir auch Probleme? Hatten wir auch Probleme? Hatten wir auch Probleme? Es hat was. Was? Helmut? Einmal. Einmal drücken für Probleme. Ja, krass. Funkspam gemacht. Helmut, noch im Funk? Spam bitte nochmal, falls das Problem machen. Ja, Helmut ist, Helmut ist da vorne. Da steht da und da im BMW. Ah, ok, ich dachte schon. Kann nochmal Funkspam machen, wenn du Probleme hast? Nee, kommst du nicht mal drauf, also wenn da wer eingepackt wurde, dann... Ich glaube, irgendjemand aus Versehen. Ist das unmöglich? Ist Pablo hier? Ja, wenn es irgendjemand aus Versehen gemacht hätte, dann hätte er sich ja gemordet. Ja, wenn es irgendjemand aus Versehen gemacht hätte, dann hätte er sich ja gemordet. Ja, Tim ist nicht hier. Ich weiß nicht. Tim war am Geländer und er hat sich umgezogen. Das steht doch so. Ja, weil er sich umgezogen hat. Ach so. Ah. Nile? Nee. Okay. Warte mal, wer ist denn? Wolfi? Ja. Tim? Ja. 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 Jason Mike. Aaron? Ja. Tobias Heber, kommt mit. Ja. Renzo? Renzo? Lorenzo? Ob der jetzt eingepackt hat oder was? Okay, wir würden mich nicht wundern. Gestern wurde Gibi auch Rops genommen, ne? Von irgendwelchen Zivilisten. Äh, vorhin ist mir da, in der Gass hinten sind mir ganz viele Range Rover entgegen gekommen. Ganz viele. Ja? In der ganzen Reihe war das. Die waren so schwarz, golden, ein bisschen Gold, glaube ich. Ganz wenig, aber schwarz eher. Das ist safe, Kartell. Okay. Die haben ja, die haben ja neue Farben, ne? Äh, was sind für welche? Fahren die nicht mit dieses ekel Gold? Nee. Die fahren jetzt rott. Genau. Die fahren ganz, 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 so schwarze, 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 schwarze farbe mit einem goldenen Pearl fahren die mittlerweile. Ja, dann war das Kartell. Ja. Ganz leichtes Gold. Ja. Wirklich Minimalgold. Allein so ist doch schlafen. Ja. Äh, Dolor ist noch am SG. Also Lorenzo ist übrigens Penn, ne, seit einer Stundenlosung. Hat sich auch im Funk abgemittelt. Da hat er sich nicht ausgetragen, kann man austragen, ne? Doch, ist ausgetragen. Ja, warum wurde er gefragt? Keine Ahnung. Er wurde eben ausgetragen, deshalb. Ah, deshalb auch. Achso. Ja. Check, ja. Handy? Ja. Ja. Handy ist da? Flo? Ja. Handy ist da? Safe? Ja. Ja. Jonas? Ja. Strom geht nix. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir jetzt alle geantwortet. Habts eh schon Dispatch geschickt an die Stadtwerke. So, wir brauchen bitte wieder Strom. Danke. Ja, sonst kann keiner arbeiten. Ja, wir haben sie im Krankenhaus. Wie? Kubi ist aber nicht im Funk. Da ist es rot. Schau mal, ein Motorradfahrer mit Helm. Alle aufheben. Mann, Kubi ist im Funk. Neumann ist aber da. Da ist er vielleicht. Und niemand ist auch da. Und Skarschen ist auch da. Ja. Ganz kurz. Wer hat eben den Funk-Spam gemacht? Mal kurz. Einfach irgendwas sagen. Vielleicht war das ein Versehen mit dem Funk-Spam. Dass er einfach aufs Funk-Gerät gekommen ist. Und dadurch das gar nicht gecheckt hat. Dennoch wärs gut zu wissen. Wir sind ja alle da. Ja, aber vielleicht. Vielleicht weiß er es ja selber nicht. Weißt du, was ich mein? Vielleicht ist er irgendwie drauf gekommen und hat es selber nicht gecheckt. Stimmt. Na ja. Ich hab gehört, bei manchen passiert das ja, wenn die SMS schreibt. Okay. Die dicke Finger haben. Wir kriegen es ja noch mit. Mal eben zum Juwe. Der ist noch grad angefangen. Mal eben kurz gucken, ob da einer von uns war. Wenn irgendwas war, dann werden wir es später rausfinden. Georgi. Mach schon mal ein Kanister. Ja. Hast du irgendwas mit deinen Haaren gemacht? Irgendwie ist dir ein Schnauzer gewachsen. Was ist das denn? Was ist das denn? Die haben zu. Ja, sorry. Brauchen sie einen Werkzeugkoffer? Ja. Marc, der will nicht mit dir reden. Vergiss es. Wer ist das? Was ist das denn? Hä? Keine Ahnung, ich glaub der braucht eine Reparatur bei seinem Motorrad Rauch. Ja, ich wollte einen Werkzeugkoffer anbieten, aber er ist weggefahren. Nein. Ja, es ist 100 Minuten, dass er sich stehen bleibt. Äh, Marc. Ich hätte ihnen einen gegeben. Ja, ich hätte ihnen einen gegeben. Suchen wir eigentlich noch Leute? Ja, schon. Also, Azubis neue, schon, ja. Ja, man kann sich Dings hier bewerben, aber erst ab Juni. Ja, aber ich hätte nicht jemanden, der hat schon länger Interesse bei uns. Ja. Du, ich bin immer offen für neue Leute und einfach schauen, wie es läuft. Die hat ja, die hat eine Bewerbung geschrieben, die war früher bei der Mafia, die Anna. Achso, Anna, ja. Oh, die kenn ich auch. Ja, die hat ja auch. Die, die, die ist wirklich gut. Und, äh, ja, die Schäden. Check. Klar, kann man ja schnell mal machen. Check. Ich war doch damals auch bei dem Mechanismus. Ich frage an den Funke, wer von uns ist nochmal im SG? Ja, da war ich doch Helmut. Ich hab' eh gesagt, wir sollen eh schauen wegen, ähm, Azubis. Weil jetzt haben wir ja sehr viele Plätze auch wieder oben frei. Achso, gar nicht. Von dem her, das bleibt es sehr gut aus. Entschuldigung, ich glaube, wenn da gar was reingeht, wie läuft. Das hab' ich gesehen, das ist sehr traurig auch. Das ist traurig, vor allem, weißt du, so die, die Führungsebene eher, weißt du, dass die so betroffen ist. Das hat mich ein bisschen schockiert. Marc, soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Ja, sag mal. Ich hab' euch so viel zu verdanken, ja? Ja, warte. Jojo. Ganz kurz. Oh, scheiße, ich hab' euch so viel zu verdanken. Hm. Und, äh, ich hab' ja eine Sekunde dann überlegt. Ja, aber weißt du, was ich halt vermute, dass halt wegen, wegen Liam und, und als dann die eh nun so weg waren, dass das so eine Art Clique war oben, weißt du? Ja, jawoll. Dass die so ein bisschen, dass die Freundschaft denen wichtiger so ist. Dass die gesagt haben, in einer zieht sie, in die anderen auch mit. So hab' ich das Gefühl. Ja, also ich lasse im E-Mail-Verteiler gewesen habe, dass man, äh, dass man gehen könnte. Ich hab' nicht eine Sekunde dran überlegt, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin euch so viel dankbar. Ich hab' hier meine Familie gefunden und ich will niemals gehen. Aber das ist das Schöne, wenn's solche Leute auch noch gibt, die sagen, sie will niemals gehen. Aber weißt du, was halt das Ding ist? Das kann sich halt immer ändern. Ich hätt' mir auch niemals, ich, schon mal hätt' ich einen Edin vielleicht gefragt, so vor, vor, vor einem Monat, vor zwei Monaten, hätt' er vielleicht dasselbe gesagt. Weißt, was ich mein' so? Das ist, und auf einmal dreht sich das so ein bisschen, dass diese Leute einfach sagen, nee, ähm, sie gehen. Und oft weißt du auch nicht so wirklich, warum. Ich weiß bis jetzt nicht, warum genau. Okay, kannst du dich noch an das Krisengespräch erinnern? Ja. Wir hatten in der Führung. Das stimmt, ja. Und, äh, ja, diese eine letzte Chance da gegeben wird. Ja. Da waren, glaube ich, ein paar Leute ziemlich pissig. Da haben sich ein paar etwas, äh, ja, die haben sich ein bisschen verraten gefühlt. Und ich denke mal, das war dadurch, dass halt Elena nach hinten ging, dann halt wieder nach vorne ging. Ja. Na ja, verraten gefühlt, wir haben das machen müssen, weil nichts gelaufen ist, wie es sollte, ne? Ja, verständlich. Aber guck mal, Marc, äh, für mich ist Loyalität das, was ich der Familie geben kann. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, ja. Und ich bin, ich bin auch jetzt, im Endeffekt bin ich froh, dass die draußen sind. Dass, dass wir wieder Platz für neue Leute haben, die dann die Plätze übernehmen und dann in der Familie bleiben. Aber es ist halt, weißt du, wenn du dir so denkst, die waren schon so lange da und haben das so mit aufgebaut und haben, weißt du, die haben, die haben einfach auf das Kartell so gespuckt damals. Und dass die, dass die dann so einen Turn machen, weißt du, ich sag ja nichts, wenn die, wenn die zum Bike oder sowas gegangen wären, aber weißt du, die spucken so aufs Kartell, haben damals gegen die gekämpft und dann von heute auf morgen sagen sie, sie wollen dorthin. Ja, das, äh, ich bin da ganz bei dir. Ich bin da, also ich bin da schon ein bisschen schockiert. Ich hab damals gesagt, ich hab ein Ziel und das Ziel verfolge ich. Ich will irgendwann auch mit oben sein, aber dann, wenn ich es verdient habe. Ja, aber weißt du, was auch sein kann? Weil, weil wir hatten ja so das Ding, wir haben ja jetzt Vize, ne? Ja. Und du kannst ja nicht weitergehen als Vize und jetzt ist das Ding, zum Beispiel ein, ein, ein Edin, der könnte niemals Vize werden, weil der einfach voll ist, der ist belegt, wir haben jetzt schon so viele Vize. Wir haben die besten Vize, die wir haben können. Und weißt du, was ich mir da so denke? Vielleicht, dass sich die Leute auch so denken, sie können nicht mehr, sie können nicht mehr aufsteigen, so, was wollen sie jetzt noch viel machen? Dann können sie dort vielleicht als Vize aufsteigen. Ich weiß ja nicht, was die denn angeboten haben, keine Ahnung. Kann ja sein, dass die denen irgendwelche Sachen gesagt haben. Ein Vize ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben zwei der besten Vizes. So betrachte ich das mal, ja? Mhm. Und selbst wenn du nur, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Director bist, trotzdem kannst du noch viel bewirken in, äh, in der Familie. Du kannst für die, äh, anderen Leute da sein und dann eben, äh, dann die Tiere eben, wenn irgendwas stört. Ja, klar. So betrachte ich das Ganze. Mhm. Egal ob du Director oder Vize bist, wir sind grundsätzlich halt eine Familie. Ja, sehen halt andere ein bisschen anders. Also, ich glaub halt, wie gesagt, das war so die eigene Clique. Ich glaub, die waren gar nicht so auf die Familie aus. Die haben das eher untereinander gemacht. Weißt du, was ich mein so? Es hat ja mit denen damals auch nicht so gut funktioniert und die waren tatsächlich untereinander, waren die. Und anscheinend war der die Familie so ein bisschen egal. Hauptsache, die waren immer zusammen, wo sie sich. Guck mal, äh, das ist das beste Beispiel. Ich hatte jetzt letzte Woche mal gefragt, habt ihr, hat jemand Bock mal mit der Familie, komplett mit der Familie mal anbauen zu gehen? Mhm. Da haben sich maximal drei, vier Leute gemeldet. Ja. Aber mit drei, vier Leuten braucht man nicht anbauen zu gehen, weil man eigentlich nur eine Großanbauaktion dann schon im Kopf hat und so, weißt du? Ja, klar. Aber deshalb, es muss, es muss einfach, es muss einfach, es muss einfach, es ist etwas Neues, ja. Ich bin froh, dass das jetzt so gekommen ist. Irgendwie, das, ich mein, jetzt hat eh, äh, haben wir eh gesagt jetzt, wer jetzt noch gehen möchte, der Tag ist jetzt noch frei. Sieben Tage war das ja jetzt, wo die Leute changen hätten können, von uns gehen hätte können ohne Probleme. Jetzt ist das, das ganze Unkraut ist jetzt gezogen, kann man sagen. Alle die, die nicht wegen uns da waren. Das Einzige, was ich dir sagen kann, Marc, und ich glaub, da spreche ich in jedem, äh, äh, auch, äh, jeden Mitarbeiter, ähm, ich danke, ich bin einfach froh und dankbar, dass es die Familie gibt. Das freut mich. Immer, dass es noch solche Leute gibt. Noch der, noch der Lichtblick des Tages. Ne, ich hoffe einfach, dass die Leute auch so denken, weißt du, weil, im Endeffekt, ist das der Zusammenhalt, der halt so zählt, weißt du, und nicht um vier Leute, die sich, äh, ineinander, ne Klick aufgebaut haben und überall hingehen, wo der andere hingeht. Das ist halt nicht Teil, was es sein sollte. Ne, das ist nicht der Plan. Das macht keinen Sinn. Ne. Wenn man, wenn was nicht passt, dann sollte man reden. Ja, hat da war keiner. Man kann mit jedem halten. Ja, hat da war keiner. Die haben alle die Schlauze gehalten. Aber stattdessen schweigen sie lieber. Ja, du, ich weiß ja, ich weiß ja mittlerweile auch so, dass, ich mein, das Ding mit, mit Edin war immer so ein schweres Ding. Da gab's immer Probleme und da wussten wir, dass er sich so ein bisschen im Hinterhaltung so ein bisschen aufgeregt hat. Ich glaub, bei Lehm war das auch. Da haben sich immer so im Hintergrund, haben sich ein bisschen beschwert, das haben wir das mitbekommen. Aber zu uns sind sie nicht gekommen und haben sich beschwert. Immer nur so ein bisschen hinterm Rücken. Aber guck mal, wenn ich ein Problem hatte und mich hab das gestört, dann bin ich, wenn ich in ein Hör gegangen oder sonst wo und hab dann meine Probleme angesprochen. Ja, so gehört sich das ja auch, ne? Dass man einfach das anspricht. Weil nur Reden im Action kann geholfen werden. Ja, ist so. Komm mal nur zurück, wenn du schon am privaten. Aber man kann einfach keinem helfen, wenn er nicht herkommt und sagt, was ein Problem ist, aber sich dann einfach so verpissen, find ich halt auch, ja. So, ohne einfach zu sagen, was es ist. Ich sag jetzt mal ganz blöd, du hättest ja auch rein theoretisch sagen können, als ich damals zu dir gekommen bin und gesagt hab, Kusch fehlt, hättest du auch rein theoretisch sagen können, ja ist nicht mein Problem. Stattdessen hast du zugehört und versucht eine Lösung dann irgendwie zu finden. Muss man ja. Aber rein theoretisch hättest du es machen müssen. Stimmt schon, ne? Sag mal, wie viele Autos sind denn das jetzt? Äh, 15 Stück. 15? Mal zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Da fehlen noch ein paar. Ich muss die Kennzeichen gucken. Habt ihr die Kennzeichen schon gemacht? Wer ist? Ja. Wer ist Y-M-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Der ist eigentlich wieder verkauft. Theoretisch, ja. Aber solltest du jemals unsere Familie verlassen, musst du ihn zurückgeben. Ja, das ist mir klar. Das ist mir nicht der Plan. Ja du, aber wenn es nicht der Plan ist, wenn du immer in der Familie bleiben möchtest, dann kannst du deinen theoretisch verkaufen. Außer du möchtest privat kein HB-Kennzeichen haben, weil bei HB-Kennzeichen bist du gerne mal angehalten. Ich hab jetzt schon Malbach mit HB-Kennzeichen. Achso. Wäre gut. Ja, ja. Wäre gut. Aber dann verkauf ich den wieder, ganz ehrlich. Ja, du hast doch die Möglichkeit theoretisch deinen privaten zu nehmen, dann geht auch natürlich. Ja, der ist schon da und ich verkauf einfach den privaten. Kannst du auch machen, dann hast du halt mehr Geld, ne? Weil du kannst auch deinen privaten fahren und wir tragen das so ein, dass das dann privat gekauft ist. Nee, nee. Ja, dann kannst du ihn verkaufen theoretisch. Aber da muss ich nicht erst ab Assistent sein. Wie ist Assistent? Da müsste ich fragen, wie wir das jetzt machen. Ich glaube aber, ja. Bei Azubis haben wir das tatsächlich nie ausgestellt damals. Aber ich weiß ja nicht, er hat jetzt 15 Stück haben wir jetzt bestellt, also Ryan hat die bestellt. Das würde mich interessieren, für wen er jetzt die 15 Stück bestellt hat. Ja, für uns. Für die Azubis. Okay, also doch für die Azubis. Das sind nur Azubi Malbach. Ja, weil das haben wir damals nicht gemacht. Damals haben Azubis bei uns eigentlich keine Malbachs bekommen. Dann hat das aber Ryan so gemacht anscheinend. Ich hab meinen, glaube ich, erst ab dem Mitarbeiter bekommen. Ja, ja, genau. Ich hab meinen ab Assisten bekommen. Ich hab Assistenzeit keinen bekommen, ich hab den ersten Mitarbeiter gekriegt. Wir haben das erst viel später gemacht. Aber wenn Ryan das so abgesichert hat und gesagt hat, das passt so, dann passt das so. Dann wird das schon seinen Grund haben, warum das so ist. Ich mein, wir hatten jetzt ja ein bisschen Geld auf der Kante zum Einkaufen. Und ich sag mal so, auch wenn wir jetzt für die Azubis die kaufen, es macht ja keinen Unterschied so. Weil irgendwann kriegst du ja so oder so einen Malbach vorgestellt. Irgendwann kaufst du den. Die sind ja von der Firma. Ja, von dem her passt das schon. Dann wird ein Vertrag gemacht, dass wenn sie weggehen, dass wir die wieder kriegen. Mhm. Und irgendwann werden sie ja sowieso gebraucht. Ja. HB ist alswieso kritisch. Achso, wegen dem Kennzeichen davon, wegen SS1, sehr gut. Wer das jetzt falsch auffasst, der tut mir wirklich leid, weil wir nehmen den Vor- und den Nachnamen. Und wenn du, ähm, was gibt's denn für Namen? Selin Sedian heißt, dann steht halt HB SS1 auf dem Kennzeichen. Aber nehmen wir dann Vor- und Nachnamen. Wird doch sicher einen geben mit, äh, mit HL als Kennzeichen. Oder, ähm, hab ich auch schon Kennzeichen gesehen mit einer 88. Wenn jetzt MontanaBlack88 streamt und der hat auf seinem Kennzeichen, äh, MB88. Also, das ist, also, ich hab auch schon gehört, dass Leute wegen Kennzeichen deshalb übelst abgehen. Nicht mehr so ab, Bruder. Es gibt so viel schlimmere Sachen im Leben, als nur weil jemand einen Vor- und Nachnamen, äh, 2S genannt, das ist direkt falsch zu sehen. Aber es ist natürlich Sass, ne? Warum bist du über eine 1? Ich weiß es auch nicht. Ich glaub, weil mittlerweile die Kennzeichen vergeben sind. Bitte alle, was bereits schon einen Maybach privat haben und jetzt noch einen Firmen-Maybach bekommen haben, jetzt bitte zu Jonas gehen. Bisschen Deutsch ist gerade, ja, aber wie gesagt, wenn du Vor- und Nachnamen der Doppel-S hast, mein Gott, dann ist das halt so. Was, wenn du jetzt noch ein Adolf-Weiß auf dem Kennzeichen hast. Was, wenn du jetzt noch ein Adolf-Weiß hast. Was, wenn du jetzt noch ein Adolf-Weiß auf dem Kennzeichen hast, dann kann's Adolf-Weiß auf dem Kennzeichen. Schau, Ass1! Das ist J-M-U, keine Ahnung. Neumann. KA, auch nicht schlecht. Ja. Keine Ahnung, aha. HAW, keine Ahnung. Nee, das ist andere Kennzeichen für die Behörde. Fahrer. Das ist nicht schlecht. Ja, Fahrer. Du musst eigentlich nicht sagen, wie du ein B-Medium-Real erfährst. Weil ich mir so denke, Privatsphäre ist wichtig und richtig. Alles Gute Nacht. Oh, Dankeschön. Sehr lieb. Danke. Bösen steckt. Du bist gefeiert. Also, gefeiert wird nicht. Jetzt wurde schon gefeiert. Was, wo gefeiert wurde? Im Knast habe ich gefeiert. Ach nein. Da sind alle gekommen mit Happy Birthday. Ich bin aufgewacht, drei Minuten später, wo ich eingeknastet habe. Weil ich auf der Fahne stand. Ja, war lustig. Und dann erst mal 45 Monate abgesessen, glaube ich. Und dann gab es eben die Überraschung mit Gesänge im Prison. War ziemlich lustig. Ich bin aufstehend an dem Taten behalte und den Firmen einfach schnell. Ich will den Firmen einfach. Wie viel Geld kriege ich denn für meinen Mann? Kurt fährt ein I3, weil er an das Klima denkt. Voll elektrisch ohne Elektriker. Nee, bei meinem I3 geht dann der Akku nicht. Den muss man nicht tauschen lassen. Ja, darum geht es, ja. Ich denke mal, so muss ja nicht jeder wissen, was du für eine Autoverstellung von. Ja, ich weiß nicht. Aber, um echt zu sein, zweimal mal, was brauche ich nicht? Dann würde ich beim Re-Fahren, weil ich die Kette schon hatte, an euch verkaufen, also euch beschreiben. Ihr dürft euch gerne, ihr dürft euch gerne selber denken, was für ein Auto ich fahre, was für ein BMW ich in real life fahre. Dürft euch gerne denken. Vielleicht fahre ich in I8, vielleicht fahre ich in M3, vielleicht in M5. Vielleicht auch nur ein, äh, vielleicht auch nur einen kleinen 1er BMW mit 100 PS. Weil man sich in Österreich eh nichts leisten kann, gefühlt, wenn du ein paar PS mehr hast. Handymanager, äh, F. Weißt schon, ich sehe gerade einer da. Jonas. Vielleicht auch den 2er Family Van. Mach doch auch bitte mit allen einen Vertrag. Ja, die Manager kann mir helfen. M3 Competition, ja. Ich fahre eine M3 Competition, aber das Eier, Bruder, das war schön. Vielleicht ein M6 Cabrio, ja. Danke, danke. Ja, ebenfalls, ruhig Dienst. Tschüssi. Haben wir jetzt alle Autos schon? Weiß waren ja 15, ne? Ja, fahr zu. Wir haben ja wieder dabei. Ein paar nehmen nämlich den privaten, die kriegen dann in den Firmen natürlich nicht. Und, ja, da sind wir gerade dabei. Das nennen wir jetzt mal gerade alles. Ich will jetzt in eurer Stadina jetzt einmal alle da draußen haben, die mal einfach. Das sind alles andere, Klammer dann im Nachkommen mit den Verträgen, etc. Das machen wir alles im Nachhinein. Das muss einbauen, wer jetzt privat der Assumen macht. Okay. Du kannst entweder deinen privaten Assumen mal auch hernehmen. Mhm. GD1. Oder ich verkonne. Ciao, ciao, Dola. Hast du ne M5R60, ja, voll. Ich darf mal fragen, was dir so abgeht. Trabi. BMW Trabi edition. Du musst fragen, welchen du nicht hast. Leute, welchen BMW könntet ihr mich gar nicht vorstellen. Schreibt mal rein, welchen BMW eher ich nicht habe. Das würde mich mal interessieren, was die Leute so denken. Hm? Ich weiß vielleicht ja auch einen älteren M3. E92 M3, geiles Teil. Ja, weiß ich. Der war auf Leistbar eigentlich, ne? Ciao. Oder vielleicht habe ich mir schon einen GTR gekauft. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, ich will mir einen GTR kaufen? Vielleicht habe ich schon einen. Vielleicht fahre ich gar keinen BMW mehr, sondern vielleicht habe ich einen GTR in der Garage stehen. Der weiß, der weiß. Vielleicht ein R34. Ja, ich komme mit drauf. Vielleicht hat das Geld nicht gereicht. Dann war es doch ein R32. Oder ein R33. Wir haben es ja dann noch von euch. Ich mache euch nur was vor. Ich fahre eigentlich Ferrari, Leute. Ich fahre eigentlich einen Ferrari F40. Ich mache euch nur was vor. Wir haben AS1, AS1. Ja, 8, 8, 8, 8. Da könnt ihr mich gar nicht vorstellen, die Mi 8 oder i3. Ja gut, die Mi 3 könnte ich mir nicht vorstellen. Z4, ja gut, Z4 ist auch nicht mein, stimmt. Z1. Ich habe sogar einen Star, ich habe so einen Porsche-Bobby-Car zu Hause. Wir werden jetzt fragen, was jetzt mit Firmen und Privat ist. Das klein wir dann alles im Nachgang, sobald man da draußen mal was draus haben. Siehste? Oh, mein Auto steht vorne ein bisschen blöd, ne? Weißt du, Tings, hast du deinen komplett Pull Pull gemacht? Ja, komplett. Also auch Federung und so, okay. Achso, nee, Federung auf vorletzte Stufe, weil mir das dann doch zu tief war. Okay, ja. Da dachte ich mir so, ich mache es ein bisschen dezenter. Also eine Stufe vor. Aber ist Originalfelgen wichtig in dem Fall dafür? Nö, ich habe die nicht so gelassen. Ich habe gedacht, die sind am besten aus. Ja, weil es gibt ja noch Originalfelgen im Shop und Kaufe. Genau, ja. Die habe ich aber nicht gefunden, da habe ich hier was drauf gelassen dabei. Okay, aber wir könnten ändern im Prinzip. Ja, theoretisch kannst du machen, was du willst, da hat einer dann. Aaron? Okay. Jo. Ciao. Okay. Dann pack mal gleich mit ein paar Leutchen ein. Achso, die Gezinne-Garage. Pack das hier ein, hä? Boah, Alter, sind das viele. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, dafür noch, äh, 3 Stückis fehlen noch, dann sind wir fertig. Die Autolieferung. Ich dachte schon ganz am Anfang, wo Andel den Stream angekündigt hat, dass neue Autos auf RLO sind. Da habe ich ihn gefragt, hä, was neue Autos? Also ne, große Autolieferung ist okay. Okay, dann komme ich heute rein und höre, ah ja, Scotty hat Autos bestellt. Das war unsere Autolieferung. Ja. Scotty hat Autos bestellt. Äh, habe ich meinen Namen gehört? Nein. Okay, alles klar, danke. Ich habe gerade Marc verstanden. Marc? Erna? Herr Erna? Das ist viele. Da kommt noch einer. Es fehlen noch, äh, zwei Stück, dann sind wir fertig. Normale. Wir kriegen heute die Azubis, ihre Maybachs und dann am, am, äh, machen wir uns auf, auf die Dings, auf die Höschenjagd. Da holen wir nämlich die, ihr wisst schon, boah, ich brauche was zu trinken, ich habe nichts zu trinken da. Hallo. Die Nudel. Wollen wir wieder live dabei? Jawohl. Hamsterlunke. Hi, habe eine Idee für einen Überfall. Klaut doch mal einen Gefängnisbus und macht damit einen Raub. Ja, Gefängnisbus kommt so schwer ran, leider. Kannst du dich grüßen? Liebe Grüße aus Hessen, Samuel. Ich grüße den Samuel, gerne aus Hessen. Tja, war ich eh schon öfters mal. Handel der Gummihammer wieder. Wie wäre es, wenn Pablo wieder Director wird? Das war vor allem Bann ja auch auf dem Posten. Ja, aber der müsste halt wieder ein bisschen zeigen, dass er halt da ist und so, ne? Kann sich das geil aus. Erna. Erna. Borussia Mann, den Brünen, Erna. Erna. Au. Er bringt sich erst mal das Genick, Alter. Let's go. Nicht hin, Alter. Ich stand nur auf der Kante. Hudri, Hudri, Nusspotizen vom scharfen Kränkrieg, geht die Flitzen. Hudri, Hudri. Kennst du das? Malerjagdverein. Natürlich kann ich das. Kennst du das Video, wo sie die Party gemacht haben? Lass es, wenn da ist, Alter. Alter, was ich sage jetzt schon wieder. Wo die diese ausgestopften Dinger mitgenommen haben. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hab ich gesehen. Einfach, einfach, einfach so einem ausgestopften Mann. Und dann hat er eine Kippe ins Maul gesteckt, Alter, an einem angezündet. Ich, ich fühl das so, ne? Der höchstens so, dass die Typen... Das ist Erna. Das, ich glaub, das will mal Erna heißen. Erna, gib mal Bier. Wir, wir, wir können gern zum Subminko nach, wenn du fahrst mag. Ist gar kein Problem. Erna, Rumpel. Erna. Rumpel. Nee, nicht. Erna. Rumpel. So. Weißt du? Erna. Immer, immer, immer betonen mussten. Erna. Ja. Guck mal kurz drauf hin, weil das... Alter, es regt so auf. Du brauchst eine Stunde, bis er... Pass es dir herzusetzen, oder was probierst du? Nein, Junge, nein. Ich bin mich genau mit dem Poppens hier drauf. Sieh's. Ich hab das geschafft. Ich hab grad Beintraining vom Feinsten, Alter, mit deinem... Ja, ich zieh's ja an. Ich hab ja meine Armut drüber. So, dann bitte alle mal oben bei dem Eiweiß am Weißklotts versammeln. Das Arschtraining, irgendwie. Hm, das Astrid-Training. Astrid... Astrid-Training. Ja, Astrid Lindgren, kennst du den? Nee. Leute, beim Polmann... Äh, Pipi Langstrumpf hat die gemacht. Astrid Lindgren. Ach, scheiße. Ach, egal, Mann. Sag ich meine Hose aus. Dass keiner Astrid Lindgren kennt, das wundert mich. Nee. Pipi Langstrumpf, Astrid Lindgren war doch die, die das geschrieben hat, oder? Ein Anblick, Eure. So, jetzt stellt sich mal bitte jeder zu seinem und wenn er selber keinen da hat, zu einem, Eure. Ja. Am besten draufstellen, dass wir sehen können, welcher Eure jetzt ist. Keine Angst, das Dach ist aus Panzerglas, da passiert nix, das bricht nicht ein. Irgendwie waren wir eben mehr Leute. Ja, das ist ein recht festes Weg. Dachte ich mir auch gerade. Da unten war ja ziemlich viel los. Wir waren mindestens... Äh, äh, Entschuldigung. Wir waren mindestens 15. Da fehlen ein paar, äh. An Eure, die, die, die selber keinen da stehen haben, die sollen sich bitte auf einen anderen da aufstellen, der, was keinen gehört. Nur einfach so, genau. Weil ich, weil ich hab, ich hab auch Sexe, glaube ich, jetzt von denen. Und so sehen wir das am besten, wenn sich die Leute draufstellen, sehen wir das. Der ist besetzt, der ist besetzt, hinten fehlt noch. Ach so, da kommt noch. Ach so, dann muss ich ihn aber doch richtig hinstellen, glaube ich. Ja, dann auf. Genau, bitte auf die Maybach-Stelle. So, es geht. Du auf, wenn man seinen privaten... Nein, auf. Auch wenn man einen privaten hat, einfach draufstellen, dass wir den liefern können. Wohin gehen? Geht's wo alle, bis auf die Seite, bitte. Immer noch zu wenig. Du hast dir gesagt, auch die Leute, die keinen Maybach haben, sollen sich draufstellen, ne? Genau, die, die keinen haben, sollen sich jetzt auch irgendwann draufstellen, der nicht innen quert. Okay, kann sich auch theoretisch auf einen draufstellen. Okay. So, dann haben wir jetzt... Einer, einer fehlt noch einen Fahrer. Ja, der Jonas ist hier an, oder? Ah, nee, zwei, zwei, da hinten ist auch noch einer. Der ist auch noch, den, und dann brauchen wir noch einen. Den Lern mit dem Auto da, aber... Können wir auch noch fahren. Ja. Dann steigt jetzt bitte jeder in seinen Maybach ein. Damit die Nona D jetzt draußen stehen habt, der jetzt keinen Schlüssel haben zum Maybach. Sind die angemeldet? Ja. Äh, bist du gar nicht bei einem Maybach jetzt dabei? Äh, ich hab keine... Äh, ernsthaft, steht kein Maybach von mir da. Äh, ja, muss auch nicht. Du musst nur fahren. Nur darum, dass der gefahren wird. Das ist gut. Jo. Okay. Aber welchen bist du gestanden? Was? Ja, der ist zu. Der ist zu? Ja, warte, wir machen das ja. Hallo, du kannst die Bände einsteigen. Wir sind gerade eingetragen im ZRD. 15 Leute da. 25 sind aber eingetragen, ne? Ja. Und wir sind 15, die gerade da stehen. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 15. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Ja. Können wir noch ein paar von euch, äh, da einen nehmen? Einer fehlt noch. Einer müsste nehmen. Ja, ja, auch ein Azubi. Hauptsache, einer hat einen. Äh, nur zum rüberfahren. Es geht jetzt nur zum Parkplatz bringen. Ja, dann holen wir gleich. Wir werden gleich ausrasten. Den Gehooken 3. 2. Ah, ne, doch noch nicht. Schade. Wolfi soll ja, der würde mal sowas durchdrehen, wenn einer die Dauer aufhugt. Hier ist einer drinnen. Da ist einer drinnen, da ist keiner drinnen. Da steht einer drauf. Wir fahren schon ein paar. Ich hab auch einen Schlüssel. Erst. Wissen die, wo sie hinfahren müssen? Nee, wir fahren ja nicht. Ich hab nicht. Ich sparen jetzt auch mal was. Ey, wo fahrt ihr denn hin mit dem Aiwas? Ihr bleibt eh stehen, oder? Naja, wir warten. Jawohl. Machen wir so eine kleine, äh... Ja, der erste, der kann schon mal rechts um die Kurve fahren und sich am, äh, lassen anstellen. Ja. Soll man die Gegenseite, wo es da steht, ist er noch mit dem Aiwanz? Wenn einer fahren kann, ja. Ja, der 7 hat doch keine Vorzeit. Das ist, glaub ich, der größte Konvoi, äh, bei 15 Autos. Fangen wir auf ein neues Kapitel. Äh, ganz am Anfang vom Streams jetzt erklärt, warum. Sag mal so, die ganze, um es kurz zu erklären, sehr viel von 1 zu 7 Führung kommt neu. Wir fangen heute ein neues Kapitel an, was 1 zu 7 betrifft. Leute, komm, Leute, gehen. Und, die Leute, die gehen, müssen halt jetzt oben ersetzt werden, ne? Ja, alle haben die Maiwax anwesend. Alles klar. Sollte fallen doch? Ja, keiner mehr, aber auch. Was? Wir können von vorne, die G-Klasse ist doch. Boah, Alter, was ist das denn für ein Konvoi? Ich glaube, das ist jetzt der längste Konvoi, den wir ja gemacht haben, mit 15 Maiwax. Ich denke, da waren die, wo es nur immer im Kopf ist, ja. Und hinten noch ein paar. Ich glaube auch. Ich seh nicht mal den Anfang. Ach, du Kacke, sind das viele Maiwax. Aber ja, vielleicht kurz, ja. Ja, ich seh auch nicht mehr den Anfang. Das ist die längste Schlange, die wir immer gemacht haben. Wir müssen den Hauptplatz sehen. Ja, wenn wir auf dem Hauptplatz einmal im Kreis herumfahren, dann würde der Anfang am Ende rauskommen. Ich will gar nicht sagen. Was, dann machen wir noch was vor? Sag mal, sind die angemeldet? Ja, alle angemeldet. Okay. Wolfi, willst du sie direkt sortieren zwischen Besitzer ist da und wo der steht? Ja, ja, darum sage ich jetzt alle mal anwesend. Und alle am besten hinten auf der Wiese, nebeneinander aufrein. Ja, vater bis gleich hinten rein. An der Notbahn-Tor. Soll ich zwei Autos da stehen? Super. Wie viele Manager haben aktuell jetzt im Tisch? Bitte, was war mit den Managern? Ich brauche alle Manager, was jetzt da aus dem Anwesen ist. Drei. Dann, wenn möglich, alle drei bitte aus Anwesen. Ich bin schon da. Jeder Besitzer von der Maibach bleibt bitte bei seinem Maibach. Gebrauchtwagenhandel-Rumpe. Wie kann ich Ihnen helfen? Was suchen Sie Schönes? Ein Porsche. Ja, genau das haben wir nicht. Ah doch, jeden. Manager, bitte alle zu mir. Ja, gib mir mal drei, vier Minuten. Ich bin oben am Observatorium. Ich glaube, ihr müsst jetzt nicht mal auf den Autos stehen. Wenn du was hast, hast du noch über Zahnar nichts gewählt. Jetzt geht es jetzt zu jedem hin. Klärt uns darüber auch, dass die Entweder in Firma Maibach jetzt mir übergeben. Boah, alter, so viele Maibachs. So viel. Da hat Ben ganz schön Geld mit uns gerade gemacht. Und auf allem das Autohaus muss jetzt die Kohle gemacht haben. Gebt euch das mal. Das sind ja nicht mal alle Maibachs, die wir haben. Das sind jetzt 15 Stück an die neuen Leute. Das ist halt schon heftig viel. Noch die BMWs jetzt hier stehen, die neuen. Auch geil, ne? Ich fühle ja die BMWs. Vielleicht neu machen, Maibach und BMW. Ich mag den M5. Also der M5 ist geil, finde ich. Werden auch mitfahren? Wo kommt der her? Oder sieben werden wir die neuen. Das geht mir ganz seltschen, so hier. Ich habe einen M5 geboren. Und ich nenne ihn Fredo Lietz. Das war wohl dann eine Arr-Geburt, oder? Der kam von hinten rausgeploppt. Eine Arr-Geburt, der kam von hinten rausgeploppt. Ja, das sind schon viele. Die brauchen ein paar Stipfel unten dran. Die müssen eingepackt werden, auf alle Fälle. Die müssen eingepackt werden. Ich schaue mal, ob ich hier das PD reinguckt, was die schauen. Das ist schon jetzt viel gewesen. Ich sehe jetzt schon auf TikTok die Edits. Oh, ja. Nee, kein PD weit und breit. So kürzt sich das. So und nicht anders. So, Itachi R6 Kaweira. Danke für 2 Euro. Danke für die Stream-Spieler. Der Zuschauer. Vielen Dank. Danke an David YouTube. Hem-Hem-Hem-Eli ist noch VIP geworden. Dankeschön. Beide. Dann Coach Robby. Wann kommt denn das Gespräch mit Arzten? Ja, ich weiß nicht. Die Lizenz, die muss ich mal holen jetzt bald. Meine Lizenz muss ich wiederholen. Bitte beachtet, dass die Vertragspartner schreiben müssen. So. Wunder, Carsten. Einen wunderschönen guten Abend. Wie war es gestern den Jahrestag? Alles Gute zum Jahrestag, ihr zwei. Ja, der Jahrestag war schön. Schön verbracht gestern. War supi. Dankeschön für den Wundercast. Deshalb, ich war gestern nicht da. Genau. Schildi 99, danke nochmal für 90 Cent. Das haben wir vorgelesen, glaube ich. Genau, ich habe noch irgendwas nicht vorgelesen gehabt. Julian. Mal auch vorgelesen. Genau. Conor hat es noch VIP geworden. Danke dafür. Maximilian. Kannst du mich grüßen? Heiße Maximilian. Ich grüße Maximilian. Sehr gerne. Ich hole mir nur ganz schnell was zu trinken. Dennis Streis. Ein Malbach ist schon kaputt. Ja, D-Sync. Der war halt vorne ein bisschen eingedellt. Ein bisschen war gut. So. Ich habe mich schon verstanden. Ich würde bloß gerne wissen, wie viel jetzt die Firma zahlt wird. Ganz kurz hier. Ich bin ja gar nicht in Lulu. Da kann ich mir was zu trinken holen. Alter, der sieht geil aus in der Farbe. Blauer Ferrari. Sieht man ganz selten. Also ich finde, das hat was. Blauer Ferrari, jo. Kann man machen. Mal was eigenes. Nicht immer dasselbe. Alle fahren sie in Rot oder in Weiß oder in Schwarz. Wie geht's los mit der Action? Ja, jetzt dann. Jetzt nach der Übergabe werden wir mal durchstarten, Leute. Also wer jetzt Action haben möchte. Ihr habt jetzt richtig eingeschalten. Wir legen gleich los nach dem Klogang. Geht's eigentlich, glaube ich, gleich zur Action. Also Leute. Lasst jetzt schon mal ein Like da. Ich bin gleich wieder da. Ah. Jetzt aber. Warum bleibt denn der stecken? Hoffen wir es unbedingt gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Gut. Jetzt nochmal. Ich bin gleich wieder da, Leute. Kurze Piepenpause. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. So informativ, ich werde jetzt dann doch festgenommen, die haben leider keine Handlungssperrung und kriege jetzt 80 Sozialstunden. Dann bin ich erstmal außer Funk, bis nachher. Ich melde mich dann nachher am Hauptplatz. Hier, Papa. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der Sound of a Spende. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Die Hose, äh, betont, sobald man da früher war, ist die Sechwester eigentlich, aber ja. Ja, ja. Okay. Gefühle ich ja schon. Ja. Umcheck. Check. Okay, danke. Hallo. 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 Ich darf jetzt 80 Sekunden machen. Ich hab jetzt die Ausrede mit dem Heiratsantrag, da hat nie geholfen. Hä. Oh, klar, dass das nicht funktioniert, oder? Ich weiß nicht, die wollten zuerst sagen, ist okay, aber dann hat er mit der Führung gesprochen... Das war gut, dass du mich angesprochen hast, danke. Ja, alles gut. Deswegen, es hätte ja klappen können. Weiß, 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 schwarz, gut. Äh, andere Frage, wann machten wir das jetzt mit der ASI-Kammer? Jetzt. Jetzt? Hm, okay. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. ASI-Kammer. Ja, dann werde ich wahrscheinlich jetzt nicht dabei sein. Schade eigentlich. Du hast achte Sozialstunden. Du kannst uns dann am Hauptplatz sagen, ob die Cops Richtung Highway auffahren. Ja, gut, das kann ich denn machen. Ja, ich hab jetzt noch 75 Sozialstundenmark. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange wir müssen erst mal suchen gehen. Das dauert ja erst mal. Also, wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht. Ich beeile mich so schnell, das Kind. Ja, hat er euch. Ich geh wieder auf einmal 6, 7 BMWs ranfahren. Ja, hat ja man recht. Ihr, ihr bumst euch damit gerade wieder so richtig selbst in den Arsch. Ähm, ich geh ganz kurz noch mal ein Powernap machen. Okay, das wird sonst nix. Prinzessin, ich kann mal ganz ganz kurz hinten pingeln. Oh, ich muss ganz ganz... Olinja, komm mal kurz ein Powernap. Ja. Ach, du stehst neben dir? Ich steh neben dir, ja. Hallo Mark. Hallo. Äh, Planung stimmt noch bei dir? Wirst du bei... Ja. Soll ich bei dir mitfahren? Weil du hast halt... 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 das ist halt schon nice. Ja, ja. Ich kann's gerne mitfahren. Ich weiß nicht, wo ich eingetragen bin. Ja. Das ist halt mein Auto so. Das wär halt mit blau ich nochmal schon sehr originell. Oh, mit CXM-Kennzeichen. Ja, ja. Das ist fies. Das ist mal richtig fies, ey. Markus haben ja USJ drei Zahlen und ich hab halt USA drei Zahlen so. Könnte ich aber auch noch ändern. USA 420. Wie kommst du auf 420? Ich hab nicht bei mir 420 dran am Auto. Ja? Willst du... willst du ein Fun-Pack wissen? Ja, sag. Äh, ich hatte damals 4Wheel als Staats-Kennzeichen bei dem Marschfahrzeug mit 420. Ach so. Ja, ja. Ja, mein Auto ist so rausgekommen heute aus der Garage. Mit dem Kennzeichen. Guck mal hier. Das steht einfach 420 dran. Nehmen wir eben an. Ja, naja. Ja. Können deinen eben auch gut oder wo? Ja, ich kann das auch ändern. US immer noch irgendwas drauf. Dann mach's einfach bei mir drauf so. Äh, Mark, wo bist du? Ach so. Hast du auch so'n, 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 so'n Movia von Wish? Könnte ich dran machen, aber sieht dann blöd aus, oder? Ja, mach einfach wie du willst. Ach so. Vertrau dir da. Das gibt Stress. Das gibt Stress. Das gibt Stress. Das gibt Stress. Macht mal den Weg frei. Das hat euch durcheinander gestellt. 5000 und der Popo da hochgehauen. Kurze Frage ist jetzt der, die haben Planung eingetragen, ist noch aktuell so. Servus. Gut. Wir fahren. Bleiben die Teams jetzt so wie sie eingetragen sind bei der Planung? Ich denke. Findest du das Kennzeichen? Da ist Marc. Da ist Marc. Da ist auch geil. Da ist auch geil. Ja? Ja, Marc, dann fahr du einfach. Ja, ich mach. Wir fahren B3. Okay. Können wir machen, ja. Ja. Ganz kurz, ganz kurz, Moind. So. Hello. Hello. Punkt check. Ja, hola. Haben wir ein Stück vor, bitte Marc? Hat irgendjemand Check gewonnen? Marc, schon über Verwurten oder nicht auf Verwurten? Ich hab noch gar keine. Ich muss noch eine holen. Achso. Ich hab nur eine Glock dabei. Ich werde nur noch mal vorbeigefahren. Ich kann ja eine Ampli 5 geben. Ist die man jetzt vollgeladen oder haben wir noch Platz? Ja, wir fahren jetzt zu dritt. Wir haben einen Platz für eine Geisel. Ah, okay. Stimmt. Für Marshall. Da war ja was. Sieht es bei den anderen Teams aus oder Team A ist vielleicht? Wo ist Team D? Wo ist Team Jessie? Wir sind Team A, oder? Wir sind Team A, ja. Wir sind ready. D hier, oder? Ja, ready noch nicht. Ich muss noch die Waffen holen. Ja, aber. Ja. Wichtig. Ich bin am Anwesen. Eine M4 mal gesagt, ne? Achso, bist denn du? Ja. M4 oder MP5? Ja, dann durch MP5. Sie weit. Äh, ich würde bei dir mit Backup machen. Äh, dann stell dich hoch zu dem M8 auf dem Gelände. Ich bin gleich da. Da nehme ich den MP5 lieber mit. Bin ich mehr safe. Tobias? Ja. Wo bist du? Dann musst du noch den Held. Geil. MP5 oder Win, weil die können wir einfach auspacken. Dann hatte ich das Problem an der Verkehrskontrolle. Und der MP5 geht gut. Also, äh, die darf man nicht unterschätzen. Die MP5 ist sehr stark. Und, äh, sehr gute Waffe. Kann man nichts gegen sagen. Alex, äh, Kalkstein, danke für einen Euro. TCD, danke für vier Euro. Vielen, vielen Dank. Und danke, Alter, weil heute fünf Mitgliedschaften raus. Äh, Mabasika, danke fürs... Alter, fünf Mitgliedschaften. Dankeschön. Ihr habt Licht da drin, ne? Ja, Marc hat Licht da drin. Ja, Marc. Hast du noch Blaulicht davon, wusch? Ich hab eigentlich nur eines. Ich würd's gerne aufteilen. Nein. Nein, belastend. Eieieiei. Das ist halt so maximal wild, ne? Ich feier das so sehr am Arken, ne? Das ist halt wirklich wild, Alter. Ich kann nicht mehr. Außer, wenn ich damit anfahre und ein Marshall frag, was los ist, dass wir aussteigen, dass du das nicht checkt. Jawoll. Aufs Kennzeichen wird das hier nicht achten. Hi. Wolfgang, hi. Tschüss. Ja, danke, Vater. Gern dich. Wo... Wollen wir uns mit den ganzen Fahrzeugen treffen? Werden die irgendwer suchen, ja. Achso, ja, oder so. Wir suchen ja direkt nach, ähm, nach Marshall in schwarzer Kleidung oder in so einer, ähm, olivfarbenen Kleidung. Also grünes Shirt oder schwarzes Shirt. Sind denn alle Fahrzeuge ready? Ja, Team A ist ready. Also, Erwin, jetzt frag nur mal, ich stell nur mal die Frage mit Mark. Heißt Tomatenmarkt bei Mark Tomatenmarkt? Äh, wenn ich heirate, bin ich Mark Brot. Aber ohne Tomaten. Mark Tomatenbrot? Mark Tomatenbrot. Was? Was? Magie mit Mark... ...mit Tomatenmarktbrot. Magie. Magie mit Brot in... ...Tomatenmarkt, hab keine Ahnung. Mark Brot, aber auch wild. Mark Brot, wer wusste ich, ne? Mark Brot, Mark Brot. Check. Wir fahren mal bei dem, äh, beim Cod vorbei, schauen mal ob da was los ist. Aber Gisi könnte doch auch Rumpen nehmen. Ja, Witze eh. Hört's wahrscheinlich, oder? Setz den Holstums hier wieder ab. Ne? Immer wenn ihr, wenn ihr Gisi sagt, oder was ich an die... ...an die Paid-Marke denken. Die Gisi sagt, oder Stut, muss ich immer denken. Erna! 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 Ja, aber daneben ist ein Cop. Wir fahren einfach vorbei. Äh, Team A hätte schon einen gespottet. Das Problem ist, da sind zu viele Cops drum. Am, ähm, am Court steht einer draußen mit einem olivgrünen Shirt. Check. Check nach, komm mal. Ist aber sehr viel PD dort anscheinend, oder? Da stand vorhin auch ein PD da draußen, es ist sehr viel dort los. Also hinten. Ja, also Blinkert wird auf jeden Fall auffallen, wenn ihr da jemanden hochnehmt. Nicht zwingen. Du, wenn der Cop jetzt wegfährt, könnten wir es easy machen. Ich muss noch warten, bis der Cop da weg ist. Ist das gerade eingestiegen ins Auto? Ganz kurz? Wenn wir Lack haben, ähm, bekommen wir einen bei einem Gefängnistransporter. Ja, warte, die, die drüben da Panik, bist du, geht nicht mehr im Gefängnis. Der steht gerade draußen, weißt? Ist es lieber, wenn der draußen steht, ist im Auto. Aber wenn wir, wenn wir schnell, wenn wir den MP5 in die Hand nehmen, und schnell dann dahin gehen, wir sagen, da soll die Hände hochnehmen, ohne Panik zu drücken. Dann müsstest du ihn kurz anhalten, dass du die MP5 rausholen könnt. Habt ihr die MP5 nicht in der Hand? Ich hab die nicht gerade in der Hand. Ich muss nicht einfach so schneiden auf. Ja, warte, dann nehmen die in die Hand. Warte, warten wir da schnell. Dann ziehen wir die kurz raus, weil ich hab meinen, glaub ich, auch nicht in der Hand. Dann ziehen wir die. Mal ziehen. Genau, und rein. Perfekt. Also wenn wir das jetzt schnell machen, ich fahrts nochmal dran vorbei. Wenn er vielleicht nochmal da ist, dann vielleicht. Lass mal ihn einpacken. Dass einer direkt schreit, dass er nicht in Panik drücken soll, ne? Mhm, genau. Mal beißen vorne, ne? Ja. Dann ist einer von uns. Genau. Ja, der ist da grad eingestiegen. Du bist im Arschl, glaub ich. Ja, wenn der vielleicht gleich wegfährt. Mhm. Ja, so lange halt da drin ist im Auto. Gute Idee, wenn der wegfährt, fahr ihm rein, sag sorry, es war ein Unfall und warte halt bis er aussteigt. Schade, da sind nicht alle auf ihren Schlag dahinter. Oder weil Mechaniker warten, bis einer tanken wird. Ja, Mechaniker hauptsinnen finde ich schwierig. Nein, die tanken aber bei den USA. Ne, aber hier, wenn man tanken mag ich. Ja, oft tanken sie, stimmt schon, da seh ich sie übelst oft. Aber hier kannst du halt auch ganz schnell vom Kopf bringen, ne? Aber nicht alle hinten so wie im Fahrt fahren, ne? Das ist auffällig. Was halt wirklich cool wär, wär halt auf dem Highway, aber da sind sie halt auch im Auto, das ist halt auch scheiße. Da hinten fährt der Marshal gerade. Da hinten fährt der Marshal gerade. Da kommt der uns jetzt da entgegen, hinter uns. Wollen wir nicht gehen? Ja, ich raus. Er hat das Kennzeichen abgecheckt, sind wir gearscht. Dann fliegen wir auf. Der hat gerade eine Richtung Arcadius Power. Bitte nochmal das. Der sitzt auch allein im Auto. Der sitzt auch allein im Auto. Ich glaube, ein Marshal müsste jetzt auch Richtung Armonation Hauptplatz fahren. Oder wir spotten Mission Road mit dir hinten. Das ist viel zu gefährlich. Ja, wir wollen ja das erste Elf machen, dass es keiner raufkommt. Weil, wenn der im Mission Road im Panic drückt, da kommen 80 Officer. Weil die Hälfte im Ding sitzt. Mark, du bist allein im Auto? Nein. Nein, mit Eben und Aaron. Ich habe nur gesagt, der eine Marshal, der da gerade rumfährt, Arcadius, der sitzt alleine im Auto. Schau mal. Ja, also hier am Hauptplatz, warte mal am besten, wenn hier am Hauptplatz lang ist. Sehr viel Polizisten im Boot. Hauptplatz, Armonation ist glaube ich einer. Ja, Armonation steht einer, aber ich sehe nicht, was der für ein T-Shirt anhat. Ich glaube aber schwarz. Ja, grün ist er. Grün? Okay. So, aus wie cool. Ah, welches Armonation? Ich kann da hingehen, ich bin zufrieden. Hauptplatz. Und, also der steht gerade, wir könnten den direkt hops nehmen theoretisch. Der steht gerade unten. Karl, wieder am Funk nach Code Zero. Ist hier jetzt kein Kaffee? Leute. Unter Team B, Armonation ist einer. Bitte nicht so durcheinander. Lass meinen fahren. Ich fährt jetzt am Hauptplatz lang Richtung Fahrradverleih. Ich weiß nicht, ich muss noch nicht tanken fahren, ich bin schwer bewaffnet. Typisch. Wenn jemand ist draußen, wem weh an der, äh, fachst du bei der Tankung? Ach, die sind wir. Ja, wundern wir. Okay. Wir hätten einen Marshal im Blickfeld. Was für ein T-Shirt? Äh, Richtung Hauptplatz, tanke. Ja, aber was für ein T-Shirt hat er an? Keine Ahnung, konnte ich nicht sehen. Ja, ihr müsstest das abchecken, dass er 100 pro dieses T-Shirt anhat. Sammel wurde er sicher nah. Was für ein T-Shirt musst du anhaben? Schwarz oder grün? Schwarz oder grün? Sollt ihr ihn eigentlich gehen wird morgen? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist jetzt bei der Pizzeria fertig. Pack am besten, äh, sag mal, hast du nur die M4, habt ihr nur die M4 dabei? Ja. Achso. Ja, sonst packen wir die M4 dabei rein. Packt ihr am besten dabei rein. Weil wir brauchen nicht mehr aus der MP5, wenn wir auf Nahkampf gehen. Ist die M4 eh unnötig. Und hier in Koffer raumpacken oder was? Ja, ja, in Koffer raumpacken. Weil so sind wir dann, wenn wir irgendwo stehen, ein bisschen unauffälliger unterwegs. Und, äh, so sind wir mehr Stealth. Das, äh, ganz wichtige, wenn wir jemanden anhalten. Das erste, dass wir sagen, drück Panic und du bist tot. Das ist das allererste. Und das schreien wir noch an. Das ist das allererste, das wir sagen. Weil dann haben sie am meisten Schiss, glaub ich. Hm, du weißt, wie ich ihn zur Pico geschrieben hab. Ich schrei gerne Leute an. Okay, fährt mal hoch ins K&D. Alter. Der Julian Ebel haut 200 Euro raus. Ja, bist du Depp und er schreibt nichts dazu. Julian Ebel, vielen Dank. Vielen Dank, Bruder. Warum so viel? Warum nichts dazu geschrieben? Ja? Ich hau mal nen fetten, fetten Herzring raus. An dieser Stelle. Julian, vielen herzlichen Reizdarm. Der Chat ist grad rotseig. Vielen, vielen Dank. Ich hau raus für dich. Na, 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 nie so schnell. Der Arme. Der Arme, der hat sich noch richtig eingeschissen. Er wusste nie, was passiert. Fährt er nur 60 oder so? Na, 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 nicht so schnell. Hey, die fahren zum Jubilieren. Ja, check. Oder? Warte mal. Also ich war extra ein bisschen langsamer, als wir nicht zu aufwendig sind. Hey, die fahren alle vom Jubilieren weg. Ähm, fahren jetzt Richtung Norden am Mechanikerland. Aha, Norden. Äh, gerade nicht hier irgendjemand raus. Nein. Grab check. Boom check. Boom check. Check check. Check check. Check. Ich glaub, da ist grad ein Bogen im Gang gewesen. Das ist ein Not. Richtung East. Richtung Startsfang. Aber deswegen will ich jetzt mal beim vorgucken. Ich meine, nicht immer sind alle Nachwuchs dabei. Es müssen immer ein paar stehen bleiben. Check. Oh, da vorne fahren sie gerade. Kann ich jetzt wieder Richtung, ähm, Highpoint laden. Stopp. Vielleicht einfach mal die Tump-Stellen abfahren und gucken, ob da wer auf Tump kann. Hier ist keiner. Ich guck was vorne. Ich guck was vorne. Keine Ahnung. Da steht hier. Da steht hier. Da steht hier. Da ist hier rechts. Das ist das andere, wie ich bin. Wir bräuchten eigentlich Backup. Äh, Niklas, dann machen wir das so. Ich hab grad noch 29 Sozialstunden. Machen wir beide irgendwo nachher Backup. Der braucht wohl Backup, Ralle. Wie man nicht so später bräuchte Backup. Achso. Ich hatte gerade gesagt zu Niklas, dass ich und Niklas dann eventuell später Backup machen können. Wo? Ey, wir könnten das so in Prison gucken, ne? Und schauen, ob die da sind. Da sind schon welche von uns da. Das haben wir uns da. Wenn ihr es hochbekommen. Super. Pablo, ihr seid am Prison, ne? Ja. Also wir fahren da die ganze Zeit gerade rum und gucken. Ganz kurz. Eine Marshall Einheim mit schwarzem T-Shirt ist gerade in Supreme Court reingerannt. Oh, der ist da ziemlich alleine drin, wenn wir da jetzt alles reingehen. Warte, ich fahr zurück. Seid ihr mit eurem Team Supreme Court noch drüben? Ja, ich geh da mal reingucken. Warte mal. Ganz kurz. Wenn wir da hinfahren, dann bitte noch ein zweiter BMW mit zwei Fahrzeugen. Kommt noch ein zweiter BMW zum Fort bitte? Positiv. Team C. Äh, wenn da nen Hintereingang, ne? Jo. Ja, ich geh. Pupsi kommt noch dazu. Den können da rechte Seite. So, eher Mechaniker oder Jure. Ja, da ist jetzt ein Fahrzeug. Wir stehen jetzt zu viel geparkter. Es sind vier Leute im Supreme Court drinnen. Davon auch auf jeden Fall der richtige Marshall. Wenn ihr euch beeilt, knappt ihr ihn. Pupsi, wenn du dich beeilst. Sind die in Krippsekunden da? Ja, check. Sind die vorne im Eingang? Sind da. Sind die vorne im Eingang? Mark, aufsteigen. Jo, raus. Gib mal bitte jemand ne Antwort. Sind die vorne im Eingang? Hat Mark gefragt. Okay, danke. Wurde bejaht. Wurde bejaht, eben. Dann geht bitte einer links hinten und wir gehen rechts hinten rein, okay? Check. Seid ihr schon bewaffnet im Auto? Ja. Ja. Wir auch. Dann würde ich sagen, wir legen los in 3, 2, 1 und rein da. Ja. 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 Ja, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Warte, ich schaue nur schnell wegen Telefon und so. Könnt ihr Telefon mit abnehmen? Seid ihr auch weg? Ja, ganz schnell. Ich bin so frei, ich gebe euch das direkt. Ich kann ihnen das auch geben. Okay. Funkgerät eh kreise. Hast du ein Telefon? Leid ihr auch weg? Ja, weg. Zack. So, jetzt so schnell wie es geht, weg von ihr, ne? Informativ, wir haben den G. Der Marshal. Wir ziehen. Ja. Ja. Ja, der muss selber rausgehen leider. Anfangen wir jetzt direkt zum Streit lösen. Positiv. Niklas, hast du vorhin gehört, was ich gefunden habe? Wem gehört, das C-63 liegt ja. Jo. Einmal an die Tür, ich werde dich einmal reinsetzen. Der ist im Kindersitz hinten drin. Scheiße. Wir machen ein Kabelbinder hinten dran und dann kann er sich hinten reinsetzen. Ja, genau. Aber fahren wir irgendwo hin, ne Gasfahrt rein. Wir fahren schon hin, ne Gasfahrt rein. Wir tun dem Marshal den Kabelbinder an. Funkcheck nach Bauernetz. Check. Check. Bei dem, den ich gerade hops genommen hat, der hatte noch 69.000 Schwarzgeld einstecken. Soll ich dir das kurz irgendwo abnehmen, direkt waschen, ob dir überweisen sind. Komm mal her. Ich mach schon. Mach schon. Oder so. Ja, okay. Gut dann, ich setze nochmal hinten rein. Ich schalte dir einmal die Tür auf. Dann schalte ich einmal an. Ähm, also eine Frage, habt ihr ein spezielles Outfit an oder nicht? Ja. Ein Fail Cop Outfit. Ah ja, okay. Sind sie der Chief? Ja, zwei Stunden. Das ist der Break. Nicht der Director. Der Director, okay. Team A hat den Director des USMS sind jetzt auf dem Weg mit dem State. Gut, wir fahren am besten immer lang. Wo sind die da aufgelassen? Das heißt, bitte einmal alle Teams sich den State da zu bewegen. Fährt Team A gerade mit dem BMW Alter 107 Straße lang? Nein. Das ist Team C. Okay. Hier steht schon im Prison. Ja, Logan, lange nicht mehr gesehen. Okay, vielleicht steht auch da. Oder gleich da. Ja, wenn sie mir sagen wer sie sind, dann kann ich so sagen. Ah, das ist Logan. Das ist Logan, ja. Das ist der, der oberste Chef. Hat gesagt der Director. Der United States Market Service. Ist der Director das System? Das ist Rückter, ja. Ah. Ja, super. Besser geht's ja gar nicht mehr. Und wie kommt dann noch Nixon, Maxwell O'Donnell? Sie können froh sein. Wenn der BMW reinfährt, links in die Garagen steht der andere BMW schon. Ach, macht ihr ja öffentlich in den Werbungen aus. Und indem wir da kein Geheimnis machen. Ja, stimmt auch wieder. Also von dem her. Was macht die denn? Das ist ja nicht so smart klar gewesen. Ah. Überhalb vom Prison. In den Busch beobachtet von Weitem. Informativ. Zwei Cops fahren jetzt auf dem Easter Railroad. Ja, check. Habt ihr... Habt ihr irgendein Wort über das, äh... Werden Sie uns erfahren, was ihr vorhabt? Oder... Äh, ja, weiß ich ja. Oder dass wir da sind. Wir wollen sie jetzt nicht irgendwie, ähm, umbringen oder so. Was geht's uns nicht? Sie sind eher so mittel zum Zweck. So leise wie es geht, Vorsicht geht. Können wir sogar vielleicht Rundenverfolgung bekommen. Nehmen Sie es nicht. Was für mich. Da sind gerade auch noch mal Leute mit Blaulichtlosen dran. Na rein, Tore. Ich lieg's dann an. Ja, ja, kann sein. Da war auch noch eine Geisse. Können wir dann stehen lassen. Da muss ich recht geben, ja. Man sagt mal so, mal so. Weil das wir direkt den Director eingepackt haben, das ging aber schnell. Dass sie da so ganz allein drin sind. Fahren sie immer allein herum. Ja, normalerweise sitzt ich ja auch im Büro. Oh, ich bin nicht draußen. Aber, wenn halt die Kollegen auch kündigen, dann muss man halt auch mal raus aus dem Weg. Ja, das ist natürlich, äh, Pech für Sie, Glück für uns. Das ist lustig, ist ja, dass ich heute im Gefühl hatte, dass sowas passieren könnte. Na, warum? Einfach, weil es vor ein paar Tagen auch eine, ne, Geiselnahme auf dem Sublimport gab. Ich weiß nicht, darum geht's aber gar nicht. Es ist nichts ganz anderes. Es ist irgendwas ganz anderem hier. Ich hab alle gehalten, aber es ist blöd. Das ist ja auch nicht so smart. Nein, nein. Glauben Sie, jemand will Sie rächen? Ja. Ich hatte dich vorhin dreimal angefangen, und zwar ob du mit mir gleich weitergekommen haben willst. Daumen geht's ja nicht. Weiß ich nicht. Ne, darum geht's doch nicht. Und unsere BMW ist informativ. Wir wurden vom State Prison jetzt grad von den, vom Vicky schon bedroht. Ich lass mich einfach mal überraschen. Wir müssen jetzt pflichten erstmal. Wir müssen jetzt pflichten erstmal. Es ist noch 6,2 Stunden, was ihr hier sammelt euch ein, wenn ihr mögt. Ein ganz kurzes, rücken weitere Pediler an. Also ihr seid auf jeden Fall ausgeflogen, wie auch immer. Wie? Ganz komisch. Ganz komisch. Oh, ganz ganz komisch. Die ganze Stadt rückt grad an. Ja, was ist das bitte für ein Zufall bitte? Ja, ganz komischer Zufall. Ey, Logan. Da fährt ganz viel Pedieren. Ja. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe nix gemacht. Ganz komisch, ganz komisch. Wie geht's denn der Mann zum BMW? Da ist gerade eingekennstelt worden. Ich habe wirklich schon nichts gemacht. Weißt du was komisch ist? Wo wurden BMW eingekennstelt? Das Pedie weiß schon, weiß schon Bescheid, wo wir hinfahren wollten. Was ist das für? Wie gesagt, ich habe weder Position Panic noch irgendwas gemacht. Ja. Darum geht's doch gar nicht. Ich habe Handschellen und Kabelbänder. Ja, ja, um sie geht's doch gar nicht. Ich komm nicht mal an mein Funkgerät. Es geht ja ums Pedier, es geht nicht um sie. Ich bin nicht halt schwach irgendwie. Ich bin nicht schwach irgendwie. Ey, am besten ihr lenkt jetzt ab. Passt schon. Überschlagen. Hoho. Geil. Du, dich? Was für ein Manöver. Cops und Marshalls. Lass mich rein. Scheiße, die ist gefahren. Dann sind wir da, ne? Eigentlich schon, ne? Wir wären jetzt da, ne? Ja, alle anderen von uns sind gerade weggefahren, weil die Cops waren. Ich leg mir mal so rein. Alles gut, wir gehen dann in der Zwischenzeit rein, oder? Sollen wir das alleine machen? Ja, mach das, mach das. Alles voll. Warte, da kommt nochmal Pedier, nochmal einsteigen. Steig nochmal ein. Schon möglich, schon möglich. Dann einfach die Ablenkung für die anderen. Ja. Ja. Weißt du was? Komm mal kurz her. Gib mir einen kleinen Moment. Wir machen das woanders. Ich fahr vor, ne? Ich fahr vor, ne? Ich fahr vor, ne? Ich fahr vor, ne? Ey, lass uns noch mal einsteigen. Wir fahren vor. Ist besser. Lass uns noch mal los. Lass uns noch mal einsteigen. Wir fahren vor. Ist bescheid, aber hier alles rüberrend ist blöd. Da hoch kommt angefahren. Da hoch kommt angefahren. Das gehört. Steig ein, schnell. Zu euch kommt auch noch ein anderer Pedier da. Da liegt am besten wohl die Tür voran, ne? Ja, Niklas, das muss ganz kurz ein Fahrrad machen. Das auf jeden Fall auch machen. Schwarze 4. Das steht. Wo habt ihr das Blaulicht her? Sprüge ein bisschen abzulenken mit Aliexpress. Wir haben da auch Kennzeichen von euch. Ja, nicht ganz. Aber ich weiß. Eigentlich wird da ein Jotten aber egal. Ja, pass auf Leute. Ich hab ne gute Idee. Wir gehen ein bisschen ablenken von außen aus. Geht rein. Ja, geht nicht. Da ist ein Suburban, der hier rumfährt. Ja, der ist gerade, fährt der da hinten weg. Der hat gerade mein Kennzeichen hier fortgeschickt. Der fährt gerade hinten rum rein. Komm mit dem W gerade dazu. Dann lenkt er ein bisschen ab, dass wir da oben nicht dort rein können. Und das geht's nämlich gerade. Der ist gerade einmal hinten rumgefahren. Guck mal, da sind deine Kollegen. Ja, schön. Die verfolgen nur das falsche Fahrzeug irgendwie. Ja. Ey, fahrt am besten mit den ganzen Cops. Fahrt weg vom Jail. Bringt die Richtung Stadt rein oder so. Dass die wegkommen, ja. Team BZ, wir haben keine Cops hinter uns. Wir versuchen wieder welche auf uns zu losen. Der Suburban kommt wieder vorne rum. Moin, Moin. Jetzt steht der vorne. Es kommt noch ein Fahrzeug dazu. Ja, der macht Auge. Der macht Auge. Ja, vielen Dank. Punkt check. Suburban fährt hinterher. Mit höherer Geschwindigkeit fahren die hinten rum. Das haben wir. Ja, der... Die riechen das, ne? Die riechen das, dass wir hier sind. Ja, ja. Finde ich irgendwie lustig, weil ich hab mich jetzt komplett undercover gegeben mit dem Blaulicht, dass die extra so ein bisschen... Sind's gerade Backups bereit zum Abräumen? Ja, positiv. Auch in der Innenstadt. Also, also ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Es fahren gerade zwei Fahrzeuge. Also Suburban und noch ein BMW, der hier angekommen sind. Sie fahren gerade wieder weg. Mit Blaulicht. Richtung Highway. Suburban hat sich überschlagen. Und an dem... Der Suburban hat sich überschlagen. Ja, zum Glück. Dieses Drecksding. Am Jail, am Jail vorne ist ein Marshal außerhalb, der gerade in seinem Fahrzeug stand. Ja, lass den ganz normal gehen. Einfach ganz, den brauchen wir nicht. Der soll Einstein wegfahren. Ganz entspannt. Ja, der geht, der geht die ganze Zeit an seinen Koffer rum. Ja, ja. So. 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 Die Fins war schon wieder absolut schwierig. Wir waren irgendwie unterwegs. Ja. Meld dich bei mir. Das ganze PD ist dort. Das ist aus dem Nichts. Ja. Im Nichts gemacht. Es wurde halt kein Pelle gesetzt. Gar nichts. Nein, gar nichts. Es wurde keine Info weitergegeben. Was wir machen wollen. Keine Ahnung. Es ist halt... Das ist jetzt ein... Das Einzige, was sein kann... Das Einzige, was sein kann, interner Spitze. Einzige. Intern. Kann nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ahhhh... Wäre ich vorsichtig. Könnte immer sein. Das ist anders. Überleg mal. Überleg mal. PD... PD interner Spitze. Stell das mal vor. Ja. Äh... Das ist ja schwierig. Weil die haben... Die waren ja vorbereitet drauf anscheinend, oder? Ja, ja. Ja, also nichts von der selbst. Wir haben also vorbereitet drauf. Echt? Also, wow. Das heißt... Naja, ich würde sagen vorbereitet. Aber ich meine... Wir hatten... Wir hatten Logan im Auto. Und zack ging die Party ab, Alter. Ich bin nicht. Also das sagst du mir doch... Du kannst es nicht erzählen, dass innerhalb von 10 Minuten, wo die von nichts wissen, unser Bourbon ums SG patrouilliert. Kann mir doch keiner erzählen. Wir haben uns ziemlich zu viel gegeben mit den Autos und so. Und ich habe jetzt sogar Blaulich eingebaut, dass die so aufhängt. Also, ihr beiden... Da... Da denke ich aber genauso wie ihr beiden, ne? Nein, der geht gerade. Das ist schon sehr, sehr freundlich. Also, finde ich echt spätig. Also, finde ich echt spätig. Die haben irgendwas von dir geredet. Wer steht denn da unten an dem... An der G-Klasse? Sehr, sehr spätig. Ah, der grünen? Ja. Weiß ich nicht. Ja, da steht ein Marshall unten an der G-Klasse. Die stehen hier vorne. Ja, weißt du was wir jetzt machen? Jetzt müssen wir eine Stunde warten und dann nochmal rüberfahren. So bringt sich das nichts. Aber du kannst die Geisel doch keine Stunde jetzt so festhalten. Ja, geht ja nicht anders. Was sollen wir denn machen? Ich finde das sogar so kurios. Wieso kommen die auf einmal dahin? Wie wäre es denn, wenn wir dann umplanen und runterfahren in die Stadt und das dann da holen? Das ist echt kurios. Ja, ne, werde ich nicht machen. Ist doch kacke. Dürfte ich eventuell was essen? Gleich, ey. Warte, ich mach dir mal einen aus dem Kamier. Daraus hat er liegt, glaube ich, 17 ans Knie. Und dann kannst du das. Ja, warte, ich noch nicht. Du weißt ja nicht, ob er dann funkt oder so. Jungs, ich bin nicht weg, ne? Ich weiß nicht, wie es ist. Ich halte doch 17 nach Knie. Wenn er das macht, dann halt. Ich meine, aufgeflogen sind wir ja sowieso schon aus dem Nichts, so. Weißt du? Auch schon nicht mehr das Ding. Halt mal hier eben an. Ja, eben nicht tanken, falls das Problem ist. Es ist ja dann nicht die Tanke, wer ich gefahren. Weißt du? Aber alle Tauber hinterm Prison. Die, wo die Guides waren, können 500 prison kommen. Den C macht sich auch wieder auf dem Weg zum Prison. Wird jetzt noch Backup in den Hills benötigt? Frage 7a mit Freifahrt und muss eben tanken fahren. Wo ist die Truppe, die Backup in den Hills gefordert hat? Bitte rechts. Und Augen, ich habe gehört, Lex ist ganz schön lange im Urlaub jetzt. Gibt's das? Ähm... Ne, er ist wieder da. Er hat sich jetzt mal ein paar Tage Urlaub gegönnt. Ah, okay. Finde ich auch absolut okay, muss ich so sagen. Mhm. Ich muss sagen, du hast ganz schön viele Informationen, meinst du? Das stimmt. Also... Augen oder so. Du bleib drin sitzen, nicht getankt, ja? Ja, jo. Was? Alter. Maber Sieg kann nochmal 50 Euro. Vielen, vielen Dank. Liebe und Kuss geht raus. LinkLP, danke für den Euro und für 2 Euro. Gameskill, danke für 2 Euro. Hab heute Geburtstag und dachte, ich spende dir vielen Dank und alles gut zum Geburtstag. LinkLP nochmal. Guten Abend, hoffe euch geht's gut. Jawoll. Und Alter Julian, eben noch mit von 100 Euro im Superchat. Der spinnt. Alter Julian, vielen Dank. Ich lass das nochmal regnen. Leute, lass mal nochmal ein Like-Hype da. Ein Like-Hype. Ein Like-Hype. Geht aber nochmal raus hier. Auf die 6000, Leute. Macht die noch full. Macht die. Full. Auf alle Fälle. Weißt du, wo ich jetzt gerade das Problem sehe? Wenn wir jetzt da zurückfahren, da ist ja dieser Suburban umgefallen. Team C ist aber schon wieder beim State. Team C ist schon wieder da. Team D. Was? Team C ist weg. Der Motorradfahrer dahinter und zwar hat ein Unfall gebaut und der Marshall Stinkelbeam für ihn. Tipp für die anderen Teams, bitte umsteigen auf andere Fahrzeuge, bitte keine M5 mehr fahren. Einfach komplett zivile Fahrzeuge, die jetzt noch nicht erkannt werden können. Mike und Olivia sind auch weg. Ist jetzt die Frage, unser Fahrzeug, sollen wir das jetzt switchen am besten? Ja, hätte ich auch gesagt. Suburban Richtung SG, Suburban. Ich meine, ich hätte eine Idee, aber da müssen wir wo hinfahren. Ähm. Ja, mach das. Ich muss auch nicht gehofft, dass ich mit 210 da wegfahre. Ich will mir noch nicht eben switchen, aber ich kann es gerne loggen, mal das suchen. Sicher, sicher. Warte, habt ihr gerade gesagt, SG ist gerade sicher? Ne, es kommt gerade ein Suburban. Achso, ja. Was für ein Zufall, ey. Ich wollte gerade sagen, Alter, was für ein Zufall. Ja, das Problem ist da, wo wir reden wollen. Da haben wir gerade ein bisschen Probleme. Es wäre easy gegangen, wenn ihre Kollegen da nicht hingefahren. Dann wären wir schon fertig eigentlich. Dann wären sie schon wieder frei. Oh. Die machen das alles ein bisschen kompliziert für uns. Wir sind doch nicht weg. Wir haben jetzt einen Civic und einen BMW-Band. Ja, das war aber eine coole Farbe. Frage, welches Team hat den Typ für sich? Mal was anderes. Team A. Ja, ich meine, irgendwo kann ich sie auch wieder schon verstehen. Wir haben halt immerhin den Director mitgenommen. Also das nehmen die halt schon so persönlich wie beim Komischner, ne? Verstehen. Naja, aber wir wollen es dann wissen, wo wir hinwollten. Das ist eine andere Sache. Ja. Du, ganz ehrlich, Alter, bringt auch nichts, sich drüber aufzulegen. Was willst du halt machen? Ist es eben ein bisschen schwerer, aber es ist nicht schon lösbar. Warte mal. Glaubst du, der Wandel ist offen? Ich bekomme halt... Ja. Lass mich mal kurz checken, wenn der offen ist, wäre das super. Naja, das sieht schon sehr von einem Fall aus. Ja, aber dann... Ja, gut, der ist nicht offen. Ja, stimmt, der ist ein bisschen kaputt. Das Ding ist halt, wir kommen ja gerade Flashbacks, wie vor ein paar Wochen, wo dann der SPD meint, einfach schießen zu müssen. Mhm. Ich meine, mir ist das prinzipiell egal, also... Ich meine, ich kann ja mal eine Masche fragen, finden sie der SPD sehr schießwütig geworden mittlerweile? Ich sage immer dazu, Aktion erfordert Reaktion, beziehungsweise fördert Reaktion. Und so, nicht erfordert, sondern erfordert. Aber nach dem Prinzip gehen wir auch... Ja, aber es schaukelt sich halt hoch. Deswegen probiere ich immer noch, zumindest irgendwo eine friedliche Lösung zu finden mit den Parteien. Ich sage mal so, mit dem PD kannst du in den letzten Wochen gar kein friedliches Einkommen mehr finden. Das ist ziemlich brutal geworden. Ja, ich meine, Verhandlungen werden ignoriert, Einigungen werden auch ignoriert. Es wird nur noch ein Blick auf irgendwelche Verhandlungen geben bei ihm, in Räumen oder sonst irgendwas. Es ist jedem vollkommen egal. Ähm, es wird... Zum Beispiel... Ich glaube, du bist jetzt kriminell und du spielst mit einem Porsche 911. Hast noch einen Kumpel dabei, der hat auch 911. Und das PD kommt mit 6 High Speeds und 2 Civic. Da... Sondern es geht eher darum, ähm... Ja... Den einen oder anderen eine Kugel durch den Kopf zu holen. Ja, das merkt man schon. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe des PDs ist. Jemanden, der probiert dann noch friedlich eine Lösung zu finden, eine Kugel in den Kopf bekommt. Ich sage halt nur dazu, man muss es halt auch schon irgendwie, um eine friedliche Lösung zu erzielen. Ja, wir sind noch da, wir sind halt im Gespräch. Ähm, seid ihr jetzt frei drüben? Am SG ist aktuell nothing. Ja, dann kommen wir rüber. Let's go. Raptor sind wir. Okay, dann kommen wir. Und fahrt nicht so auffällig hier rum. Ja, am besten hier versteckt durch den Büschen im Wald oder so. Und von oben könnt ihr runtergucken. Okay, Logan, für dich. So, jetzt gleich zum Steeprissen fahren. Du musst aussteigen, dann gehen wir rein, dann gehen wir weiter. Okay. Das einzige, was von dir brauchen, ist deine Kooperation und dein Schlüsselbund. Wollt ihr Auto mal wechseln? Soll ich euch jetzt frei stellen irgendwo? Frei stellen wäre super, ja. Mehr brauchen wir. Bekommst du das hin? Ja, das bekommen wir hin. Wir gucken, dass wir jetzt, also der BMW ist jetzt vollgetankt. Wir stellen jetzt dennoch einfach mal Umtuch hin. Soll ich euch irgendwo einsammeln, dann wechselt da ein Parkplatz-Moto oder stellt den irgendwo ab? Wir bräuchten jetzt eine Abholung. Wir sind gerade genau hinterm Lasertag. In so einer kleinen Gasse. Gut, ich bin in Centi, ich komme runter. Habt ihr schon den Wald oben abgecheckt, dass da keiner spotten kann? Im Wald bin ich wieder, ja. Jawohl, danke. Bitte auch, da oben im Wald sich positionieren gleich. Ja. Helmut, vielleicht könnt ihr Bescheid geben, dass er jetzt schlafen geht, weil, ähm, kurz Halle und Schmerzen hat. Alles klar. Alles klar, gut. So, Info. Ich und Kyri, wir sind in der schwarzen G-Klasse bereit als Backup. Wir sind noch ein paar Meter zum Fahren, wir sind gleich da, ne? Das Ding ist halt, wir müssen uns halt darauf einstellen, dass wenn die Sache hier schief geht, dass das wirklich wieder zum Fetzen wird. Weil ich glaube, dass das Bidi malen will nicht zögert. Naja, die, in letzter Zeit, du kannst mit denen gar nicht mehr irgendwas ausmachen. Ich meine, ich könnte jetzt so viel da sagen, aber es wäre jetzt blöd, ich würde mich damit nur belasten. Also, ich kann, kann, kann euch sagen, ähm, ich kann zwar mit meinen Jungs reden, dass sie nicht sofort anfangen zu schießen, auch bei MPD sehe ich da ein bisschen schwarz. Na, weil, eigentlich haben meine Jungs hier sofort die Geschussfreigabe. Los, dass ihr es schon mal gehört habt. Na, auf was denn? Haben wir auch. Ja, sobald sich jemand, der nicht, äh, praktisch in Gefangenschaft befindet, im Wissen, das haben sich sofort die... Ja, wir sind ja nicht in Prison, oder? Ja, warte, chill, chill, chill. Es darf doch jeder vorne reingenommen, oder nicht? Ja, ich meine jetzt auf den Innenbereich. Warte, stopp, stopp, stopp. Äh, Ninel, seid ihr noch an der Verfolgung, oder seid ihr weg? Was ist das so? Nein, wir sind weg, wie gesagt, wir stehen jetzt. Ist er gerade da runtergefahren? Ja. Ey, ey, bleib weg, bleib weg, hier ist gerade noch ein Charger, noch, noch zwei Charger angekommen. Wird er ein M5, ja? Äh, ganz kurz, wenn der Ninel abholen wollte, ich wäre direkt neben denen quasi. Das hat auch so... Wir sind komikerweise jetzt wieder mit drei Fahrzeugen. Ja, das ist nix in Ordnung. Denk bitte besser an die Funkdisziplin. Ist von da oben runtergefahren, ne? Fahr einfach bei mir. Ja, entspannt, Torino. Wir kommen zu dir. Ja, check bitte alle DMV mit dem Motor. Team A steht im SG, wir warten bis der Charger weg ist. Wir stehen auf dem SG Parkplatz. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr den Charger nicht sehen hättet können, ne? Wo war denn der? Der Charger, der ist gerade von dem Berg abgefahren, vom Highway einfach bergab, straight runter. Mit, äh, ziemlich erhöhter Geschwindigkeit. Vom Easterrail kommen mehrere Einheiten noch. Ja. Ne, wer meint, ist Feuerwehr, alles gut. Also es sind jetzt aktuell drei Fahrzeuge hier am SG, die hier rum fahren. Ja, die haben auch sicher schon Kennzeichen abgefuckt und so. Kann mir vorstellen, dass du jetzt auf Backup waren. Natürlich werden sie. Natürlich werden sie. Ich komm hier im Gibi. Ich komm hier im Gibi. Ich komm hier im Gibi. Ich glaub, die checkten das gar nicht. Also sobald wir aussteigen, sind wir gearrscht, ne? Aber ich glaub, die raffen das grad gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Direkt am Golf am Prison State ist aber auch... Dann hätten sie uns schon umstellt und dann hätten sie jetzt Backup geholt. Wenn wir jetzt schnell sind, könnten wir das machen, dass er schnell reingeht. Aber das ist mir jetzt zu, zu aufwendig. In dem Wald steht ein Taro, glaub ich, müsste das sein. Oder... Ich seh's nicht genau, wir sind sehr weit weg. Beide wieder machen. Aber müsste auf jeden Fall ein... Ich muss Marshal, einer, oder PD sein. Das heißt, in dem Wald oben drüber guckt immer einer drauf. Ist das ein Marshal links? Oder du hast gesagt, das ist ein Zivilpolizist, ne? Detektiv, ja. Ja, weil sobald hier ein Marshal auftaucht, sind wir gearrscht mit unserem Ding. Aber der hat anscheinend das Kennzeichen nicht geguckt, ne? Der steigt wieder aus, der checkt das Fazit da vorne. Wer ist weggefahren? Ja, schau mal, die Tarnung ist richtig gut mit dem Blaulicht drin. Der hat sich gerafft. Nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen. Was ist das? Charger fährt, Charger fährt in den SG rein. Boah, sind die Lost, die haben uns echt nicht gecheckt. Ich glaub's nicht. Wollen wir? Ne, ne, ist grad schlecht. Oder soll man? So einfach, schnell. Warte, wo ist jetzt gerade der, äh... Wo ist gerade der, 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 der Ram, der draußen rumfährt? Oder was ist das? Nein, das ist ein Durango, der draußen rumfährt. Ja, der wird weggefahren, das Hange. Da vorne ist er. Kurzer Vorschlag. Wenn jemand bei den Satelliten immer ein paar Schüsse hat, dann, ne? Der fährt drum rum, der fährt drum rum. Wenn wir jetzt dann gleich schnell, na, der hält er an. Können wir machen? Ne, der fährt weiter. Fährt weiter. Marschland, jetzt, jetzt, komm, 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 wir machen jetzt. Jetzt schnell, 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 schnell. Raus, raus, raus. Schossen. 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 Der Rango fährt auch direkt Offroad. Schossen. 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 So, wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. So rein, doch? Ja, hey, pass auf, pass auf, Charger ist da, Charger ist da. Charger fährt raus gerade. Da ist noch ein Ram. Dann sag ich mir jetzt, was hier im Lager drin ist. Okay. Und zwar sechs Handstellenschüsse, acht Euro, niedrische. Ey, ich hab ne Idee, äh, holt, holt jemanden dorthin zur Ablenkung. Fahrt mit irgendwas rein und tut so, als würdet ihr hier was machen wollen, okay? Dann sehen wir nämlich, ob die hinter uns her sind oder hinter euch. 120 Dünger. Stopp. Es fahren grad zwei Fahrzeuge in das SG rein. Ein Marsch und F5 Mark und der, äh, der Ram. Flüstern bitte, flüstern. Ja, der Ram. Ja, weiter. Ein Fahrzeug außenrum und ein Fahrzeug Offroad. Es sieht aus wie ein Raptor. Hält. Nein, meinst du mal, Team C hat gesagt, schwarzer Raptor. Stopp, stopp. Fahrzeuge, die in das SG gefahren sind, haben im SG geparkt, sind ausgeschieden. Wir haben schon vier M4. Eine Klopp 7. Eine Klopp 7. Wir werden sicher verkämpfen. Eine Klopp 8. Eine Klopp 8. 14 Star. Sieben Äxte. Acht Itzis. Charger steht auch von außen dran. 13 Spring Messer. 7 Thompson K2. Vier mal Reden. Acht mal Slating. Sehr gemacht, deine Busch. Neu mal Feuerwehr. Ähm, dreimal HKT 7. 10. 2,5 18. 3,5 9. Charger fährt weiter, wieder Richtung Highway. 3 MP5. Sieben Messer. 3 Ruhrzahlen. 2 Scorpions. 1 Thompson MG. Was, was, habt ihr irgendwie Drohungen oder sowas hier? Ähm. Die haben 21 Push. Und zweimal Coca-Platt. Und sonst noch was? Das war's. 3 Spikes. Also das heißt, gut, du gibst wieder einmal die 3 Spikes. Hast du uns schon durchsucht, was du da warst? Nein. Ne, ne. Zusammen. 2 Fahrzeuge vorne weg. Durango und ein Charger, komikerweise. Durango kam direkt angerast mit Blaulicht. Die Leute, die im SG sind, kommen jetzt auch raus mit langgezogener Waffe. Zu Fuß. Achtung, sie kann gleich den scheppern, ne? Dankeschön. Ist der FSA Präsent, oder? Nein, die stehen jetzt gerade vor dem SG, komikerweise. Die stehen langgezogener Waffe, stehen die vor dem SG jetzt. Sollen wir die auf dem SG beschießen, dass die dann uns verfolgen? Ne, nicht beschießen. Ne, nicht beschießen, weil sonst kommen hier jede Menge an. Fahrt vorbei und probiert die ein bisschen abzulenken, dass wir wieder rauskommen. Also aktuell, es kommen mehr Fahrzeuge. Aktuell stehen draußen 5 Leute vom Marshall Service. Da kommt noch ne Einheit, sieht aus wie... Crown weg. Ja, Crown weg. Ja, wie ein Hunde sind alle ganz nervös. Am besten können wir noch ins B. Leute, die ja mal mit vorbeifahren. Bitte. Ein Crown weg da rein. Wir sitzen hier drin fest, ne? Bitte, macht draußen Rambazamba. Ich bin halt, die gehören aber auch in der Nähe. Gehört der R6, der auf dieser Straße zu uns? Sollen wir von draußen machen? Druck? Ja. Umfahren. Äh, nerven. Es fährt noch eine COP-Einheit an. Aber verstehen die das nicht? Ich hab doch gesagt, alle sollen hinfahren und Rambazamba machen. Schon seit 5 Minuten probier ich das denen zu sagen. Macht doch endlich. Wir sind da alleine drin. Mit ner Geisel, aber... Naja. Find's halt n bisschen komisch, dass die anscheinend Bescheid wissen. Also entweder wir haben Spitzel oder ich weiß nicht. Wollt ihr es hier auch mit der Heckmecken? Wir brauchen mehr Leute, bitte. Alle anfahren und ein bisschen... Wir machen, wir kommen auch mit. Am besten wirklich alle. Ja, ich bin auf dem Weg. Nur anfahren oder auch Action machen. Also Thomas wollte das. anfahren, anfahren ablenken. Dann kommen Jesse und ich jetzt mit ner schwarzen G-Klasse auch nochmal zu euch in die Richtung. Ich bring auch nen COP mit. Grab da vor dem SG von uns. Ja. Okay. Ich komm jetzt mit nem schwarzen... Es fahren gerade ein Marshall BMW und ein Polizeimotorrat hoch East Highway statt auswärts. Marshal M5 Markt kommt in Richtung SG gefahren. Äh, wo sollen wir jetzt Action machen? Beim SG oder wo? Das können wir ablenken. Ja. Marshal M5 fährt außen rum. Ja. Es steht nur ein Charger vor dem SG. Es steht nur ein Charger vor dem SG. Ja. Okay. Die pitten mich direkt halt auslösen lassen. Hast du was gemacht oder wie? Ich hab bloß ne ganz normale Verfolgungsjagd. Also ich bin... Du warst das im RS6. Der würde nicht in die Klammer schassen. Ja genau, das bin ich. Die Civic ist aber auch zum Opfer. Brake, brake, brake. Ich hör grad PD-Gedern zu. Die reden irgendwas von State Prism. Und fahren jetzt die da alle rein. Jetzt kommt ein Durango an die Verfolgung oder ein Civic oder keine Ahnung. Könnte wenn Juve starten oder so? Maserati ist wieder weg, weil die Marshalls so professionell fahren hat, die sich wieder gegenseitig fast auseinander sehen. Und dann auch noch so doof sind. R6 und 4. Marshalwagen kommt über die Route 68 angerast zu euch. Beim illegalen Maffenhändler. Ja, Richtung SG. Beim illegalen Maffenhändler vorbei gerade. Ah, der Blitzer. Schwarzhautier ist weg, einer von uns. Ja, wo? Ein Charger, ein Weg fahren aus dem Prism raus. Und es kommt ein weiterer Charger von Marshall. Es nähert sich ein weiteres gepanzertes Fahrzeug BMW. Ja. Und noch ein Durango MSG. Ich hab einen Notfall lang. Sollen wir jetzt vorab lenken an MSG oder nicht? Geben wir ihm hier gleich ein Funkgerät wieder. Ne, ne, ne. Die werden das nicht machen. Die werden das nicht machen. Fährt jemand gerade im schwarzen R6 hinterher? Stimmt. Was ist, was ist, wenn du sagst, du bist, du bist, äh, in Palito oben? Und wirst du das Geisel genommen? Kennst du das durchfunden? Wahrscheinlich nicht bei der Bruchhoff. Du Gippsburg, 1199, Palito-Gühnefabrik. Okay. Kriegst du das hin? Okay. Ich hab's nicht verstanden, sorry. Du hast gleich ein... und ein falsches ding und du bist weg du sagst genau das was er gesagt hat ok ja sekunde ich muss kurz warten bis die 1199 hühnerfabrik 1199 hühnerfabrik palito das wieder ab hast du abgenommen leise sein ja 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 Fahren die weg? Oh, ich habe mein Funkgerät nicht an. Fahren die weg? Geben wir das Gefahrt, Marsche werden wir die ganze Zeit rund. Die Gefahrt von Gute Nacht. Fahren die anderen Marsches weg? Gute Nacht. Hallo? Die Frage ist, fahren die anderen Marsches gerade weg? Negativ. Hast du dein Position-Button oder irgendwas durchgegeben, irgendeine Position geteilt, egal was, gar nichts. Gar nichts, das hattet ihr ja mitbekommen. Warum fahren die dann nicht weg? Das kann ich dir nicht beantworten. Es könnte sein, dass die auch in einem anderen Funk sind. Ich weiß aber nicht, welcher. Ein Marschall-Fahrzeug ist rausgefahren aus dem SG? Ja. Sie sehen, wer im SG noch ein Fahrzeug ist. Ich kann nur den Parkplatz sehen. Ein Lago von uns? Sorge für Ablenkung in der Stadt. Wir werden auch gleich in die Uwe starten, einen kleinen Moment noch. Informativ schwarzer, ein Lago in den Parkplatz. Ich habe gerade einfach in der Nähe vom Supreme Court in die Luft geschossen. Schwarz-G-Klasse bin ich. Nenel, wo bist du? Also MSG sehe ich keine Marschalls, nur auf dem Parkplatz. Nenel, wo seid ihr noch auf dem Parkplatz? Wir sind jetzt gerade gleich Hauptplatz. Wir sind jetzt gleich in der Pillbox. Wir sind jetzt gleich in der Pillbox. Wir sind jetzt gleich in der Pillbox. Sind noch Marschalls am SG? Ja, sind es. Für den Break, wir haben nicht mehr mit uns. Ja, fahr nochmal zum Pillbox, sorry. Ich kreise einmal um den Hauptplatz und komme ich sofort an. Du hast zwei Cops hinter dir, merke ich gerade. Ja, jetzt gerade zwei. Kurze Funktion, bitte. Bitte, bitte. Freund, was hast du denn jetzt vor? Ich komme gleich mal zu sagen. Jetzt fahren wieder Marschalls an. Und wo ist die Chance, dass wir wieder zu uns in den BMW steigen können? Ist Parkplatz frei? Negativ. Ich würde mal gerne was ausprobieren, dass wir uns einfach mal fernhalten und nur Beobachtungspositionen wahrnehmen. Weil wir ziehen die nicht weg. Immer wenn wir den Parkplatz befahren, werden es mehr im Arsch ist. Wir sind zu dritt im SG. Kommt mir so nicht raus. Wenn ihr jetzt weg seid, sind wir im Arsch. Ich werde jetzt von Marschall verfolgt. Ähm, vermutlich gerade drei Marschall-Einheiten auf dem Weg zum SG. Die sind nämlich gerade erst mir hinterher gefahren und jetzt gerade abgebogen. Ja, ein Marschall-Loughroader verfolgt mich gerade. Informativ. Es werden gerade vorm Parkplatz immer mehr Marschalls. Meine Idee wäre jetzt, dass ihr irgendwo anders Verdau macht. Absolut nicht beim State Prison, dass die hier wegfahren. Ja, dann lass doch. Hey Mike. Wo bist du? Die ist halber ja aktuell kurz vor der Grenze. Pablo und Ronny sind gerade im Gefängnis und schauen, ob hier irgendwo drin jemand ist. Aber hier ist niemand. Die Leute, die in der Stadt unterwegs sind. Ja. Lippert zwischendurch aus euren Autohaus und schießt einfach in die Luft. Alles klar. Soll ich es aber öffnen? Jetzt geht es um es geht. Frage an den Funk. Lorenzo ist gerade in der Verfolgung. Sollen wir auf den Civic schießen, der den verfolgt? Auf die Reifen, wenn nur. Auf die Reifen. Nur kurze Info fahren. Nicht am Arbeitsamt, bitte vorbei. Ich will doch hier noch raus. Ich hab eh keine gute Beute. Wir holen doch hier noch raus, Alter. Doch, ist wieder frei. Kannst wieder da lang fahren. Paar Spikes, drips, paar Waffen. Bisschen Kusch. Das hat sich nicht rentiert. Ich will hier einfach raus. Ist gerade ein schwarzer Supersportler am SG auf dem Parkplatz von uns. Wiederholen. Von uns aktuell nicht. Dann ist es wahrscheinlich ein Kopp. Also stehen gerade auf dem Parkplatz zwei Kopp mindestens. Das sind wir. Ich wollte es nur testen. Alles gut. Die haben uns gehört. Das war einer von uns. Alles gut. Die wollen ins Gebäude reingehen jetzt. Plötzlich. Informativ. Informativ für euch Jungs. Wir stehen zu zweit hier vorne am Empfang. Zu welcher Seite aus kommst du? PD. Durch. Jawoll. Draußen zurück. Hier draußen stehen gerade ich glaube vier oder fünf Offroader und ein Charger. Informativ. Weitere Durango kommt. Informativ. Die wollen jetzt so viele X-Ray Einheiten wie möglich ans SG bekommen. Und das Gebäude einmal sauber machen. Ist doch schwarz. Jungs, wie siehts aus bei euch die, die geschossen haben? Ja. Ähm. Ich habe jetzt wieder eine Einheit. Zwei Einheiten. Weißt du was? Wir gehen jetzt raus. Wir gehen mit der Geisel raus. Problem ist, die, die jetzt gerade geschossen hatten, hatten jetzt auszusehen einen Kopf ungenietet gehabt. Raus. Geht einfach raus. Geht einfach raus. Ich möchte überschlagen. Aua, 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 aua. Wo, 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 wo? Ich bin äh unterhalb Brow Street. Du schlagst ein. Du schlagst ein. Verstehst du mich? Steig ein. Äh, beim? Hinten. Steig ein. Äh, ja. Spür ich zu erklären. Wie gesagt. Mit X-Ray Run. Verpisst euch. Ich hab mich überschlagen. Ich hab mich überschlagen. Ich versuch zu kommen. Und mit Charger. Kommt bei mir. Kommt nicht zu Lorenzo fahren, herzlich überschlagen. Okay. Kommt dann weg, okay. Kommt dann weg. Wir haben keine Angst bei mir. Wir wissen jetzt, dass wir dem M5 den schieben. Seid ihr weg mit M5. Folgender Plan Erna. Sag gleich mal an. Laufen. Wenn wir anhalten, sagst du dem, wie sie uns verpissen? Oder wie... Nein, nein, nein. Pass mal auf. Ich hab ne Idee. Die sind jetzt mit nem Superminton zu schaffen. Das auch ohne irgendwie. Schau mal schnell. Ja. Ich glaube, wir sind so ein Fahrer. Ja. Danke. Ich geb dir den Wegbeschreibung. Unser Brake. Informativ. Die Maa ist aufgeflucht. Wir haben ein Suburb und ein Charger in uns. Wir haben das Paket noch dabei. Wir fahren jetzt alte Straße durch die Stadt einwärts. Auch die einen Händler halt. Äh, kurz kurz. Alte Straße. Stadt einwärts. Kommt vom East Highway aus. Offroader jetzt hingefahren. Check. In den 107 weit reinzufahren und den Trampelfahrtwagen zu fahren. Wir brauchen halt Unterstützung, oder? Versuchen Weg abzuschneiden. Fahrt mal den Trampelfahrt rein. Spitz, spitz der Trampelwagen. Sollen wir euch unterstützen und keine Jungen mehr mehr machen? Nee, keine Jungen mehr machen. Unterstützen, bitte. Wir haben auch zwei Unabhängige dabei. Irgendjemand bitte helfen. Danke. Ich weiß nicht, ob der FG da ist. Ich kann nichts mehr machen. Einfach ein bisschen mehr auf den Kopf. Das Ding ist, ich seh mein Handy nicht. Ich seh nicht, wie schnell ich fahre. Ich seh keinen Tank nicht. Schießt die auf den Kopf? Reifen, 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 Reifen. Nur Reifen. Check, check, check. Ganz kurz. Ganz kurz, Greg. Ich hab jetzt zwei Geil in den Rechner mit irgendeinen Winkel. Das muss ich jetzt auch mal sagen, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass die dann immer schießen. Wenn ihr jetzt schon... Es wurde auf die Reifen geschossen. Nichts anderes. Für Abdenkung mit den zwei Geisel. Es wurde nicht auf PD geschossen. So, dann. Abdenkung. Finde ich halt sehr lustig, dass über PD drumrum stand. Und dass auf einmal die das PD rein wollte und mal gucken wollte, was drüber los ist. Sehr komisch. In das Detail würde ich zur Höhe ziehen. Wir fahren ab. Wir sind jetzt in das schönen Viertel. Wir fahren würde ich zur Eastside. Wir fahren jetzt ein bisschen seitengast und sind das, wenn wir hier sind. So tief, wir haben einmal swatted uns, einmal verbörden uns, einmal Durango und einmal Charger. Wie ist denn euer BMW aufgebaut, von der Farbe her? Schwarze. Schwarze BMW-Kentzer in diesem festen Leer M4205. Würde ihr auf die Reifen schießen? Wir fahren jetzt hinterm Bidi vorbei, hoch bis zum Fernsehen. Passieren gleich eine Straße, Flüsterbank. So, er hat aber eh einen Kabelbindaden, oder? Ja, hat er. Höhe, Ende-Store. Passieren gleich eine Rockport-Laser. Wir haben noch Hälfte tankt, ein bisschen weniger als die Hälfte. Passieren, Flüsterbank-Mechaniker sind jetzt für die Kirche. Könntet ihr einen Hinterhalt aufstellen, wäre das möglich? Versucht mal bitte Richtung Casino auf den Parkplatz zu fahren und dann einmal durch. Was? Ich jetzt? Check. Ich bin jetzt Ocean's Kreuzung. Kleine Info, wie sie da sind. Bei diesen roten Parkplatz oben auf der Brücke, wenn ihr unten ruhig habt, können wir sie rein schießen. Wir bekommen immer mehr Einheit hinter uns. Einen Explorer Schiefe am Schiefe an. Check. Check. Wir fahren in den Garten. Wir müssen uns schicken jetzt. Filmstudios fliegen rechts ab. Feld hier unter die Brücke kam ein roter Kaffer. Wir fahren jetzt Richtung Burger King. Warte Leute, ein bisschen koordinierter. Die Frage, die ich jetzt schon das 50. Mal stelle. Könnt ihr einen Hinterhalt aufbauen? Haben wir an drei Positionen. Wo jetzt genau? Weil ich habe das nicht verstanden. Einmal. Einmal, wenn du von Hauptplatz Richtung rotes Parkhaus hinter dem roten Parkhaus, zwischen Arbeitsabendem roten Parkhaus, danke. Stehen Leute auf der Brücke drauf. Dann stehen zwei Leute, wenn du am Casino vorbeifährst. Vorne an. Ja, ich komme rotes Parkhaus. Dann wird jetzt Casino aufgelöst und wir fahren ein rotes Parkhaus. Ja, wir haben das ganze, die ganze Marsche hinter uns. Wo ist noch einer? Okay, jetzt kommt zurück. Bitte was? Im Casino lang. Ja, aber wo genau? Durch den Parkplatz durch? Ja, nee, nicht durch den Parkplatz durch. Vorne an der Hauptstraße. Alles klar. Alter, wir haben ja hinter uns. Ja, die haben Bock. Wir haben auch vorhin den Direktor. Die haben massiv vorhin die Typen. Wir haben massiv vorhin gerade. Ich glaube, die nehmen das bisschen persönlich. Also wenn ihr von der Lazio kommt, nach der Brücke direkt auf die Straße und dann vor dem Casino lang. Wir fahren auch Richtung Casino. Ich glaube, die nehmen das für mich persönlich, Alter. Also Richtung Norden. Genau. Genau, aber vor dem Casino lang. Ja. Klage an diesen Fahrzeugen. Spider Wrangles 1. Und eine heißen. Genau. Also nach der Brücke links und dann einfach rein. Genau. Und du fährst quasi zwischen, auf der Straße und geradeaus bleiben. Wir kommen jetzt durch. Gleich richtig. Schützer hier. Wir haben kein Mensch noch. Weg hier. Danke Jungs. Wir sind weg, danke. Hör ab. Jawoll. Weißt du, der ist so hecklastig, der Wagen. Ist irgendwie so auf den Sack. So, wie sieht's aus bei Team A? Team A ist weg, keine Fahrzeuge mehr. Seid ihr alle weggekommen? So, CTA. Oh, super. Serious, wie sieht's bei dir aus? Mike ist weg, safe. Sehr gut. Ja, siehst du, du bist einfach die andere Schiene gefahren. Team A ist auch weg. Offroader von uns ist auch weg. Team C ist offroader, ja ist weg. Team G ist auch weg. E ist auch weg. Alle Teams sind weg. Sind alle weg, ja. Alle weg. Alle Teams sind weg. Super. Siehst du, das musst du so machen. Geht gar nicht anders. Wir werden niemals losgebracht. Hast du gesehen? Das ganze PD hinter uns drin. Ja. Und ein Geschenk haben wir auch noch für zu Hause. Ich glaube ihm immer noch nicht, dass er nichts gemacht hat, aber... Soll ich kurz tanken? Ja, tank mal voll. Ohne Funkgeräte. Ja, passt schon. Alles gut. Und mit... Ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Ich vertraue dir, ich vertraue dir. In der Arbeit, Jungs. Die beiden soll ich tanken. Ich steuze auf euch. Wenn du sagst, dann glaube ich's dir. Aber man kann halt PD und Marschen nicht brauchen. Hast du, äh, hast du noch nen Telefon? Ne, ne? Ja, doch hat er noch. Team A uns mitteilen. Passt. Ja. Ja, mehr wollten wir eigentlich gar nicht, ne? Über die war hatten wir aus Paket, weiß ich. Deine Sache nehm ich dir noch weg, mit der du uns schlagen könntest. Den Paket noch in die PD an der Wandkammer, wenn er Zugriff hat. Das Ding ist, Erna, ich will gleich noch was, äh, Privates zu hören. Ja. Ich meine, Aaron hat ja gesagt, dass... Hast du nen voll gemacht? Die hochrangigen dazugriffen. Ne, mach mal. Muss ich mich reinsetzen, wenn er voll ist. Ja, komm mal. Ich... Das nochmal schnell. Boah, hat sich tankt? Ah, okay. Ja. Also, da muss ich nochmal reinsetzen. Ich hab gedacht, du hast schon getankt, weißt du? Ne, mach nicht. Ne, mach nicht. Keine Ahnung, das macht mir egal, hab ich gesagt. Würde funktionieren. Du hast heute nichts gesehen, nichts oder gar nichts? Ist das so klar? Ja, könnte gleich sein, dass einer von euch mich einmal rausholen müsste. Sehr gut. Sag mir Bescheid, wenn ihr... Ja, ich gebe euch sofort Bescheid. Ich war nach oben gerufen, bitte. Ja, doch. Kleines Abendsgeschenk. Alter, war das grad heftig. Oh, da 12.000 Leute grad im Stream! Da müsst ihr doch mal ein Like-Up raushauen! Haut mal rauf auf den Button! 12.000 Leute, Alter! Spiel doch! Haut mal auf den Like-Button, aber schnell und abonniert und aktiviert das Glöckchen. Wirklich sehr freuen! Ja! Ah! Ja, Logan. Schauen, ob der voll ist. Ja, passt. Ja, ich vielleicht gleich, aber weiß ich noch nicht so genau. Was hast du gemacht? Ja, wir haben Chancen. Warum hast du hier entschlossen? Ne, ne. Knie-Scheibe. Knie-Scheibe? Achso, ist er humpet. Ja. Ja, gut. Alte Rechnungen. Alte Rechnungen. Super. Hm. Willst du maskiert? Ich ne. Ich glaub, jemand von euch hat voll meinen Namen gedroppt. Ja, das war ich leider. Ja, Mister, ich fall hin und dropp deinen Namen. Oh, Gott. Das ist total geil. Aber zum Glück den Vornamen, aber Alter. Dann hat er eh gesagt, Erna, Erna ist hingefallen. Ich frage, was ist los? Ich hab's aber genau gehört. Es tut mir, es tut mir so leid. Äh, in Abholung, oder? Ich bin lost. Ja. Ist, glaub ich, am safe-sten jetzt. Ja, Junge, ich... Was war so ein Lost-Moment, Alter? Ja, passiert im Besten. Einfach, einfach nicht nachgedacht. Hier rein in den Busch. Team A bräuchte ne Abholung. Ja? Na, geh mal hier hoch. Aufroad am Mittag. Schick den Zernot. So, jetzt nochmal kurze Frage. Alle Teams jetzt weg? So wie's aussieht, ja. Ja. Vorne anfangen. Team A. Äh, wer von euch, wer von euch macht Abholung? Äh, Bescheid geben? Nee, weg. Ich, ich mach's. Okay. Frage, wer kann Team A abholen? Wo? Äh, Windpark. Ich würde die Person Standort schicken. Schick Sergei, Standort. Ich komm vorbei. Check. Check nach Powernetz. Boah, das haben wir heute richtig gut gemacht. Wir müssen einfach andere Seiten aufziehen. Oh nein, das ist nicht gelohnt, ne? Das nicht, aber wir haben uns wenigstens mal wieder Eier bewiesen. War lustiger, nicht gesagt. War lustiger, nicht gesagt. War lustig, ja. Das geht ja auch darum. Hat Spaß gemacht. Vor allem jetzt wissen wir, was da drin ist. Es rentiert sich nicht. Nein, nein, nein. Jetzt wissen wir mittlerweile, dass das Einzige, was sich rentiert, die PD-Dings ist. Ja. Asservatenkammer. Bestimmt, ja. Naja, im Endeffekt haben wir jetzt beide Optionen und durch. Beide Optionen waren scheiße, aber für das nächste Mal wissen wir es. Diesmal ist es wenigstens nicht süß gegangen. Und wir können stolz behaupten, wir sind die ersten Leute, die die Marschall-Asservatenkammer ausgenommen haben. Oh ja. Ja, weil da nicht so wirklich Interessantes drin sind. Vielleicht hat die vierte Kursschule ja noch irgendwas gemessen. 21 waren es. 21. Ist halt aber auch bis in Peanuts irgendwie, ne? Ja, ja. Ja, ist so notbedürftig. So, ihr habt es schon gesendet, ne? Nur, dass ich es nochmal sicher stelle. Ja, hab ich gemacht. Hat auch nochmal bestätigt, dass er kommt? Ja, ja. Okay. Super. Wenn wir es so sehen, haben wir aber, glaube ich, mal ein Statement bewiesen. Ich meine, wir haben Logan öffentlich. Da unten fährt was. Ist das ein Hopfloser? Fährt ein schwarzes Auto lang? Ist das unsere Abholung? Serge, bist du im Golf? Ja. Ich hab ja wohl ein Auto gefunden. Alter. Ich hab ja wohl ein Auto gefunden. Alter. Einfach in diesem Billig Golf, Alter. Und jetzt nicht tanken. Jetzt fahren wir. Jetzt wird nicht getankt. Das machen wir später. Alle bitte das Oberteil unserer ausziehen. Hose. Alles. Wir gehen dann, wenn wir nach vorne tanken, wollen wir unsere Ruhe haben. Oder nicht hier mitten auf der Straße, weil der Bray ist da hinten. Der chillt direkt da hinter uns eigentlich. Der hat noch einen Schuss in die Feature bekommen von mir. Alleine für den Disrespect haben wir auch hier verwiesen. Weil wir haben den öffentlich im Supreme Court vor allen Leuten eingepackt. Haben es aus dem SGD ausgeschafft, die haben nichts gemacht. Wir haben alle Einheiten verloren, die haben richtig auf die Straße bekommen im Endeffekt. Plus wir haben den Director ins Knie geschossen. Ja. Wir fahren jetzt folgendermaßen. Wir fahren jetzt einfach zum Kleidungsladen. Und da ziehen wir uns auch schön um. Auch ganz entspannt, okay? Wir gehen dann später tanken. Weil sobald wir da drüben sind, sind wir safe. Relativ. Aber wir ziehen durch, da fährt eh nicht jemand lang. Wobei heute wär ich mir nicht so sicher, ne? Ja. Ja. Heute haben wir es wieder übertrieben. Heute haben wir alles gezeigt. Heute haben wir alles gezeigt, was es gibt. Ja, Alter, lass mich doch nicht verarschen von denen, dass die da mit 50.000 Pops hinten hinkommen. Wir hätten da rein, für heute sogar noch Geld fordern können für den. Ey, vor allem wie das jetzt alles aufgestellt war. Zum Glück haben wir gewartet. Mit den mehreren Aufstellungen, weißt du? Ja. Schnell rein da. Schnell wie es geht. Zieht euch um. Oh, ist das schön. Nicht vergessen, für alle die geschossen haben, am besten die Spuren abwischen. Sollte irgendwann mal wieder angehalten werden. Ah, schon, der tankt schon auf. Ging sich perfekt aus mit dem Tank, ne? Jungs, das war ne super Arbeit. Gucken, wo Wasser ist. Gucken, wo Wasser ist. Gucken, wo Wasser ist. Jetzt, weil keiner, weil kein Petit kommt, weil die sich keinen Bock haben, um uns zurückzumelden, hab ich überschlagen. Was für ne arme Erde, ob wir den nicht helfen. So, Marc, und jetzt nur Stopp zwang. Ja, aber das war, das war, das war schon so ein bisschen Rache, wo wir es geschossen haben, da, ne? Waffen abnehmen gehen. Für das, was vorgestern war. Verdienterweise. Weil, das war richtig verdienterweise. Verdienterweise. Das war sowas von verdient. Weißt du, wir hatten Deal ausgemacht und die können den Deal nicht einhalten. Ich glaub, es gibt viele Marks, oder? Das stimmt. Kann ja auch der, der Mark Mustermann sein, der das ist. Aber du weißt doch, heute sind sehr viele komische Sachen. Ja. Aber deswegen. Marc, immer wär's für, als er sagt, hey rum, doch. Wenn er das gesagt hätte, wär ich gearscht gewesen. Ne, aber, weißt du, wenn der Name droppt, der Vorname? Da hab ich jetzt eh nie so das Problem. Weil es gibt sicher noch irgendeinen anderen, der auch ne Marker ist. 100 pro. Du kannst ja nicht verworren, du willst, dass das dein richtiger Name ist. Eben. Kann ja Deckname sein. Stell' mal vor, ich nenn mich Toni. Ja. Toni Magnum vom Kartell. Ja. Toni Magnum vom Kartell. Ja. Und dann machst du damit scheiße. Und dann funkt das Pidi durch. Ja, Toni Magnum. Er hat grad seinen Arm gedroppt. Toni Magnum. Das war's. Kartell. Ist ja easy eigentlich, ne? Erstmal. Erstmal Ratschen beim Kartell verursacht. Ja. Ist ja easy. Nee, aber das fand ich sowieso immer so lustig. Wenn du dann direkt verdächtig wirst, nur wenn der Name so gedroppt wird. Der Vorname. Wenn der ganze Name ist, dann ja, maybe mal fragen. Aber hatte ich auch schon mal das Thema, glaube ich. Da wurde ich auch verdächtig, weil jemand meinen Namen gedroppt hat. Oh no. Also komplett den Namen. Nee, nur Mark. Aber ich bin, weißt du, was komisch ist? Ich bin dann direkt zugekommen, weißt du? Das komisch ist, immer wird mein Name gedroppt. Nie ein anderer. Immer meiner. Hast du schon mal aufgefangen? Ach. Mach dir nichts auf. Das ist mir auch schon passiert. Stehe ich im Juve, kommt einer zu mir und sagt dann, hör mal Ivan und denkst du nicht dein Ernst. Oh, Alter. Ja, passiert, ne? Ja, passiert, ne? Ja, du hast es dann tausend mal entschuldigt. Aber trotzdem erst mal, da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst zu verarscht. Ich auch gerade, ne? Weißt du, wer den Top-Counter hat beim Namen gedroppt? Das war Freddy. Der hat immer meinen Namen gedroppt. Jedes Mal. Ich glaube, der hat das drei-, viermal schon gemacht, dass er einfach meinen Namen irgendwo gedroppt hat. Oh, no. Ich weiß sogar noch, das letzte Mal war, wo wir diese riesengroße Brustgeiselarme hatten, wo so zehn Geiseln vor uns standen und er sagt, ja, hier, Marc, komm mal her. Nein! Ja, vor allem Geiseln, die haben dann alle ausgesagt, natürlich, ne? Ja, natürlich. Ich war dann auch echt verwirrt, so. Du denkst halt nicht kurz dran, sagst dann so, jo, Marc, und... Ja, du denkst uns einfach da. Also, wenn, dann sage ich dir, okay, du da, oder eben, weiß, du verfolgt. Ich bin jetzt die Erna. Ich bin jetzt die Erna. War ich echt davor als Rieseler oder so eingetragen? Oder wie riesig davor? Wie, was hatte ich? Äh, Waltraud. Waltraud, oder Ulrike, die Uli. Walter, ich hab auch schlagen mit, ich bin so bewaffnet. Also, komm für euch. Ich bin bisher die Zähne, bin ich, ne? Der 1 zu 7, Boss. Kennt mich noch? Wie geht's dir? Kennt ich noch? Kurs geht raus, mir geht's sehr gut. Ich hab die auch. Darian Borbandi, dank für den Euro auch. Jadon Zomo, dank für den Euro. Dennis Schabernack, dank für das CP werden. Dispender. Google mal nach BMW Z4 M40i. Viel Glück. Äh, kenne ich das Auto, finde ich aber nicht so geil. Da würde ich mir lieber eine Supra holen. Das ist nämlich eigentlich dasselbe Auto, nur mit einem anderen Chassis drauf. Da finde ich Supra geiler als der M40. Guter Supra. Mit 6 Zylinder natürlich. Mh, schmeckt. Ich muss auch sagen, der Motor von den 40er-Motoren ist ja echt gut. Kannste gut tunen. Gut tunbar. Ist ja selber auch in der Supra verbaut, ne? Der Sound hat der GTI gut. Muss man ja was? Ja. Hast du eine Knatterkiste so ein bisschen? Ja. Der furzt eigentlich, ne? So GTI. Mehr oder weniger, ja. Ich bin mal so stolz, dass alle rausgekommen sind aus der Kacke. Alle. Stimmt. Das ist echt mal Erfolgserlebnis ist das. Das war ein Wunder, ne? Ja, wirklich ein Wunder. Seit dem letzten Mal, das war das Ganze. Aber da konnten wir ja nichts für. Da war das, das bin ich dran schuld. Ja, das ist dann nochmal das Problem. Da haben die einfach drauf gehalten. Ach ja, ich geh mal runter. Die Waffen einlagen, die ich von dem. Ich hatte das jetzt. Komm mal. Oh, der offen gelassen. Ich hatte letztens beim Ju wohl gesagt, das PD. Ja, wir halten immer unser Wort. Da fing ich an zu lachen. Ja. Weißt du, wenn's so wäre, wär's ja schön. Dann könnten wir auch ein bisschen gechillt da hinkommen. Ja, dann wären wir auch ein bisschen gespannt oder so. Ne, also die Aktion letztes Mal hat's mir gezeigt. Das mit dem Cord drüben. Das hat's mir gezeigt, dass du den nicht trauen kannst. Die haben uns dreimal verarscht. So, weißt du. Zuerst das mit den Sachen mit hier. Mit den Autos wegstellen. So, das fand ich schon die erste unfassbare Verarsche. Dann die Verarsche, dass die hinten Leute reingeschickt haben. Die wollten reinstürmen. Und dann die dritte Verarsche, dass die auf uns geschossen haben, als wir rausgekommen sind. Ja, das ist aber was. Das war richtig. Also dreimal verarscht worden. Das gehört sich nicht. Ne. Da hast du dann für nächste Sachen gar keinen Bock mehr das so durchzuziehen. Und dann jammern sie rum. Ja, warum? Irgendwie direkt geschossen so auf die Art und Weise. Aber rum wohl. Ja. Sonst sind wir selber schulden. Standort von wem? Ja. Brecheisen. Warte ich mal los. Ich hab vorgestern Kopf abgemessert. Was behalte ich? Was behalte ich? Das war mit dem Springmesser hier. Warte, nenn ich das. Und wer hättet ihr zugebaut? Und... Na, komm her. Was bist du denn mit dem hier? Könnt ihr durch Gärten happen? Wo sind wir denn angestellt? Ja, zuerst ist er ausgestiegen aus dem Auto. Wir hatten eine Verfolgung. Der war alleine in der Highspeed. Dann bin ich weggerannt. Dann hab ich mich beim Wegrennen hinter einem Haus versteckt. Habe in eine gekloppt mit der Faust. Dann hat er seine M4 rausgeholt und Panic gedrückt. Und dann hab ich nochmal nach hinten gerannt. Wieder hinter einer Wand versteckt. Da hab ich aber mein Messer gezuckt gehabt. Dann ist er um die Wand. Hat mich nämlich nicht gesehen. Ich vorläufig zu bin weggemessert. Dann lag er doch. Ich weggekuckt. Nicht die Sackgasse danach, die auch nicht, sondern die danach. Das wär ich jetzt immer so machen, wenn ich Probleme habe oder so. Ich werd einfach Messern. Weil das ganz easy ist. Du musst dich einfach hinter einer Wand verstecken. Musst du warten, bis er da vorbei rennt. Dann messerst du ihn einfach. Einmal drin und dann ist er weg. Wie wollten sie dann den Schmachspunkt erst bei dir machen? Ging auch nicht. Haben sie probiert danach. Weil wir im Umkreis waren. Haben sie probiert. Sie konnten aber nichts feststellen. War ziemlich lustig. Aber ich sag dir, das ist so geil. Der war direkt down, der Bruder. Einmal rein und weg. Weißt du, wie ein Freund der abgesägten Schrotzünder? Ja gut, die ist auch geil. Die hatte ich glaube ich, wo wir den riesen Raub gemacht haben. Andanazio. Da hatte ich auch eine abgesägte. Die ging richtig, richtig steil um die Ecke. So guck, guck, hat er reingeguckt. War er weg. Okay, vier Kops, vier Kops. Voll gut, geht höher. Die Schrotzünder ist schon heftig. Oh warte, jetzt habe ich meine Pistole liegen lassen. Ich nehme mir immer eine 18er Glocke mit. Ich habe sie liegen lassen. Ich nehme seine. Ja. So Lennart, 1 Euro 7 Cent. Dankeschön. Wo ist das? Was war das gerade am Grundstück? Du schießt da mit Feuerwerk. Achso. Ja gut. Das ist aber ganz schön laut. Ich dachte gerade, da geht irgendwie eine Bombe hoch. Bruder. So. Item nehme ich. Brauche noch erweitertes Magazin. Können wir eigentlich vier Stück mitnehmen? Und wie wir vier Stück mitnehmen können. Stimmt, da gibt es ja keine Limitierung. Autodietrich erweitertes Mag. Ja, da nehme ich aber mehr. Oh ne, komm. Da lass ich drin. Die brauchen ja auch noch. Äh. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bin ich voll mit Panzerung? Gute Nacht. Gute Nacht. Passt. Der hat auch eine Kaufleute. Ist ja von euch ein schwarzen Ferrari. Ein Shunny wäre noch, geil. Aber die haben keine. Och ne. Ja das passiert immer hier, wenn ich meine Waffe change. 500 Euro meine lieben Damen und Herren. 500 Euro für dieses MLO gekauft. Und dann sowas. Unglaublich. Lorenzo kann ich. Bitte zwinkern mal beim Furz. Die Gdieler sauber. Jawohl. Ich habe jetzt nur mit dem linken Auge gezwinkert. War's gut? Ich hoffe. So. Ähm. Dankeschön an dich ne. Nochmal lieber Wiesenkopf. Können da vielleicht irgendwo dann einsammeln kommen? Na oben um. Ungedings. Haben wir ne. Haben wir? Offengelassen. Natürlich haben wir offengelassen. Und wie wir alles offengelassen haben. Ist nicht gut. Mal schön zumachen. Geh den Weg raus wo reingekommen bist. Aber. Oh. Das ist halt. Bräuchten bitte eine Abwohnung denn irgendwie demnächst. Oh. So muss er noch. Wir sind in Richtung. Ja ja. Wir sind in Richtung Hollywood. War Emma Marshall oder wie? Ich bin doch die Idee. Oh. Das ist zu laut. Das ist richtig laut ne. In Richtung anwesend. Ach der Fuchs. So. So. Müsst du mal zum Arzt gehen. Mal fragen. In einem. Psychologischen Dokument. Aber ich glaube das kennen wir da ne. Mal fahren. Mal gucken. Mal gucken. Jetzt hätte ich mal Zeit. Ich fahr mal rüber. Auf ganz entspannt. Ich hoffe ich werde nicht festgenommen wegen dem Fahren ohne Führerschein. Informativ beim Unfall in den Hills. Da ist gerade das am Rund. Da scheint jemand bewusstlos zu sein. Ich kann aber nicht erkennen werden. Wo? Ich bin Schwerzohne in den Hilden. Bitten der kommt Gegner. Ich hab ihn ja erstmal jetzt geschickt. Da schießt er mit Feuerwerksraketen und sich im Hauptanwesen. Das ist richtig laut. Das ist urlaut. Ah ne. Das ist nicht bei uns. Das ist hinten. Ich fahr da mal hin. Muss das sein? Ich fahr mal hin. Ey also das heute war ja mal richtig geil ne. Das war ja mal richtig geil was heute abging. Deshalb ich liebe 1 zu 7 Streams. Weil du kannst einfach ein bisschen die Sau rauslassen wenn du viele Leute dabei hast. Ist immer lustig. Neu Mann ist einer raus. Ich bin 100 Meter weggeführt. Hier haben wir so geschossen. Hier irgendwo. Wo ist er denn? Hier am Parkplatz. Da sind bewaffnete Leute bei mir. Wo? Äh da wo die geschossen haben. Äh dieses. Äh. Ähm. Beverly Hills Hotel. Direkt bei uns am Grundstück. Da sind ganz viele bewaffnet mit Pistole. Alle. Alle die können sofort anrücken. Ich hab jetzt grad einen Malbach da. Scheiß doch. Alles was kann. Anrücken. Ja die fahren grad weg. Die fahren grad weg. Warte ich sag auch schon die sind. Alle mal anrücken. Die fahren jetzt gerade. Äh. Runter. Beim 1 zu 7 Anwesen vorbei. Die fahren jetzt Richtung 1 zu 7 Tankstelle oder so. Oben oder unten. Ja das sind diese Raptor da drin. An. Anzüge. Da vorne. Ja. Pablo. Ich würde auch anfahren. Wo ist da vorne? Ja die. Die sind schon da. Vorm Anwesen. Ähm. 1. Eine Straße weiter vorm Anwesen Richtung Kirche runter. Also die Kreuzung wo der Friedhof bei der Kirche ist. Da sitzen die jetzt. Stehen die da oder was? Ist die 6x6 von uns? Ja das bin ich. Fangen die stehen oder fahren die? Die stehen. Viele Leute? Bin aufm Weg. Ja ich weiß nicht. Da waren 8 Leute oder so. Nein werdet ihr nicht. Werdet ihr nicht. Habt ihr geschossen vorhin? Äh wir haben ein Feuerwerk gemacht. Ja wir haben mit dem. Wir haben mit dem. Mit dem Feuerwerk geschossen. Sorry. Ne weil ihr hättet die Waffen draußen. So Pistolen. Mh nein haben wir nicht. Boah das kann ich dir sagen. Nein. Wir hatten nur ganz kurz hier aus. Ich hab nur mit dem Feuerwerk geschossen. Das sah kurz so aus. Ich dachte. Das Fenster hinten öffnen wollten. Mh. Ok. Wir haben zweimal. Ne weil ich dachte schon ihr wollt ihr mit dem Hotze nehmen oder so. Weil der stand da so im Schoen. Ich steige vorsichtig aus. Alles gut. Nein dann sei es okay. Alle da her. Ich weiß wer ihr seid. Ich glaube ich kann mir denken wer ihr seid. Ja aber ihr habt hinten geschossen und auf einmal fahre ich dorthin und dann stehen da Leute bewaffnet da und gucken. Ja wie gesagt. Also wir waren das nicht. Das waren wir nicht. Ja klar. Ich hab das. Ich hab das gesichert gesehen mit den Anzügen und so. Also irgendwer von euch hatte halt ne Pistole in der Hand. Ja. Ich hab schon gedacht es hat euch Jobs genommen oder so. Das ist der eine Typ. Oh nein. Ok. Ok. Also wir wollten niemanden Hotze nehmen tatsächlich. Nein wir wollten nur das Fenster da hinten aufschießen dass wir uns mit dem auch gemacht haben. Ja du siehst ja da hinten. Guck mal siehst du das da hinten? Da ist ein Einschussloch. Wir wollten das Fenster aufmachen. Ich seh es halt nicht. Ich seh es halt nicht. Ja aber da ist ein Einschusslöcher. So sehr gut. Das Fenster da hinten fehlt wirklich. Also das war echt laut hin. Ich bin nur in Gefahr und hab geguckt was das war. Ja wir haben auch bei den Sachen Billfeuerwerk gemacht. Ach das war halt wirklich urlaut. Alles gut. Das tut uns leid sorry. Achso ok. Das wollten wir nicht. Ne ich wollte nur checken wer ihr seid weil auf einmal standen da Leute mit Waffen vor mir. Achso. Ja ist verständlich. Alles gut. Ist verständlich. Ist verständlich. Super. Kleine Frage. Ich weiß ja so ungefähr wer ihr seid. Also ich kann mir denken wer ihr seid. Wer sind wir denn? Die heiligen drei Könige. Wer glaubst du wo sind wir denn? Nein ihr arbeitet hier in der Nähe. Nein. Überhaupt nicht. Wir arbeiten hier nicht. Wir sind wir sind wir können wir können aber gerne hier vorne arbeiten. Auf dem Gebäude ins Grab. Das geht schon. Das wollen wir nicht gerne. Dann sind wir ziemlich in der Nähe. Ich würd mal sagen. Guck mal das sind ja 5 Leute ne. Dann stellen die 50 jetzt mal in eine Reihe und laufen mal zum Friedhof rüber. Lassen das Auto hier stehen los. Ne lass die doch. Lass die doch. Die haben ja nichts gemacht. Die haben ja ein bisschen gescheppert dahinten. Mami. Wer ist meine Mami? Okay. Er darf. Er darf. Er darf 50 Meter rüber laufen. Gut. Los rüber. Auf die andere Straßenseite laufen. Los. Ja so halt. Du rennst da jetzt. Der weiß auch nicht wo Richtung Friedhof ist ne. Ja ist so. Nein. Ich glaub nicht. Gut. Die hellste Kerze auf der Torte ist er nicht. Nein. Er hat einen sehr schwachen Orientierungssinn. Für wen arbeiten wir nochmal? Für den Bestatter ne. Ja genau. Wir sind Bestattungsunternehmen. Ja genau. Wir fahren wieder. Tschüss. Danke. Ich schwör dir die hat ne Waffe in der Hand. So Pistole Glock 17 Glock 18 was hab ich gesehen. Warum haben wir den gar nicht durchsucht? Aber schön das uns. Ey schön das uns erkannt hat. Ja ne lass ihn das. Das ist ein Vogel irgendwie. Keine Ahnung. Ey die Frage wo dran hat. Haben wir uns denn erkannt? Ja wir hatten nichts an ne. Kein 1 zu 7 Shirt oder nichts. Gar nichts. Ja gut wir hatten ein Malbach doch. Ja geht. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ich will zu meiner Mami Alter. Das F an dem Bre. Was ist denn mit dem los? Du hast hier holt's mir ganz kurz die P1. Ja. Ein ganz schön Schlafen gelegt. Licht ausgemacht wurde. Nachtgeschichte erzählt. Tür zugemacht. Ja. Aber er kennt uns von irgendwo her. Komplett maskiert. Ohne Aufschrift. Ohne gar nichts. Keine Westen angehabt. Ja ich glaub ich weiß schon wer sein. Ja was ist denn das Kartell? Ja was ist denn das Kartell? Nehmt ihr mit? Der ist nicht ganz. Wie ich nen Schaltschrank noch fliegen sehen hab wohne ey. Ja Jesse führte ich einfach zum Haus wo wir uns gerade umgezogen haben. Jo. Ähm Pablo für dich. Ich kann dich jetzt leider oben denn nicht mehr absichern. Ich leg mich jetzt. Schau wer da ist. Alles gut. Okay. Dann ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ähm. Hat Spaß gemacht. Außer der Funk. Der hat keinen Spaß gemacht. Aber sonst war alles gut. Bis morgen. Ausgeräumt. Gute Nacht. 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 аете Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Weiteregut Tax. Gute Nacht. Na ja. Das hier. Aber für heute hier kommt auch rein. 100 kronische Ding. Jaапenlitzer. schon so öfters auf der Scheiße gezogen. Schon öfters wurde ich unschuldsmäßig angeklagt. Dann konnte ich mich verteidigen mit Herrn Reddington. Und dann war es meistens unschuldig. Herr Reddington einfach seine Arbeit richtig macht. So, folgendes. Wir hatten eine Verfolgung gehabt. Ja. OOC Matt. Nee, es ist keine OOC Matt. Alles gut. Wir spielen das nur. Darren spielt das auch. Er ist Matt, Darren. Er ist der matteste Cop im ganzen L.A. Deshalb finde ich es gerade so lustig. Ja, aber wir sind nicht so, dass wir das jetzt ins OOC nehmen und uns hassen. Und dann ganz kurz noch zu dem, was wir gerade schon hatten, die Thematik. Von wegen hier alle übereinkamtschern und sowas. Das möchte man natürlich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich möchte Ihnen das aber mal offen und ehrlich sagen, vielleicht, Herr Rumpel, aber nur vielleicht, können Sie da auch was machen. Weil die Leute, ich denke mal, Sie als Chef von der Organisation 1 zu 7 Hundebande werden da schon ein bisschen mehr Handhabe drüber haben als sonst irgendwer. Aber wir kennen doch nicht alle einen über den Kamm. Also ich höre ja immer von Leuten, die sagen, den und den finden sie ganz korrekt. Da ist ganz cool drauf. Ja, das mag auch so sein, Herr Rumpel, das mag auch so sein. Im einen Moment, aber im nächsten Moment ist es wiederum so, dann haben wir eine Verfolgung, dann wird hier jemand bei der Verfolgung gecatcht und dann heißt es auf einmal wieder scheiß LAPD. Das LAPD gesagt wird, das machen die hier. Nee, aber wissen Sie, ich gehe doch nicht an Ihnen vorbei, wenn ich jemanden umgebracht hätte oder versucht, einen Mord auf meiner Kappe hätte, oder? Nein, nein, das möchte ich Ihnen auch gar nicht anhängen, dass Sie dann einfach vorbeilaufen würden. Aber Sie können ja auch nicht wissen, dementsprechend, dass wir Sie auf der Fahndung stehen hatten, weil ich glaube nicht, dass Sie wissen, dass wir den Arschbund von Ihnen da genommen haben und dass wir die dann auch positiv mit dem Match auswerten konnten und Sie dementsprechend auf die Fahndung kommen, wegen des versuchten Mordes. Ach so, haben Sie irgendwo meine DNA-Spur gefunden und wollen uns dadurch sagen, dass ich irgendwen umgebracht habe, oder wie? Nee, nicht irgendwo. Aus dem Fahrzeug, aus dem Sie ausgestiegen sind, also als letzter Fahrer drin saßen. Aus welchen? Das war ein Lamborghini. Moment. Lamborghini? Ich habe nichts damit zu tun, das ist jetzt wirklich nicht. Hä? Lamborghini? Das versuchte der Mord? Hä? Mit dem habe ich doch keine Scheiße. Er meint da den anderen. Lambo war es 100 pro nicht. Meinen Sie meinen chromfarbenen Lamborghini? Ich wüsste halt wirklich nicht, was ich angestellt hätte. Wirklich nicht. Also müssen Sie mir bitte auf die Sprünge helfen. Weiß ich. Ich weiß gerade wirklich nicht, von was er redet. Ich weiß sowas mit Messern, weiß ich noch. Sorry, sorry, das war gar kein Lamborghini, das war eine Supra. Das war kein Lamborghini. Kann nicht sein, ich bin lange keine Supra gefahren. Das kann ich in dem Moment nicht nachvollziehen, aber wie gesagt. Dann haben Sie was falsch gemacht. Was soll denn das gewesen sein? Sagen Sie mal, wann ist das gewesen? Am 19.05. um 0.31 Uhr. Das war mein Geburtstag, da bin ich keine Supra gefahren. Nicht einmal, da haben Sie was falsch. Haben Sie zufälligerweise das Kennzeichen von dem Fahrzeug? Oder? Also irgendwas stimmt da nicht, wenn Sie mir zuerst sagen, Lambo, dann eine Supra. Aber es kann halt nicht hinkommen. Lambo bin ich gefahren, ja. Es war eine Supra. Kann nicht sein, ist nicht möglich. So laut der Aufnahme. Ist nicht, kann nicht sein, ist nicht möglich. War keine Supra. Ja, das Ganze müssen wir dann so oder so vor Gericht klären. Dann könnten Sie ja dann Ihre Unschuld dann beweisen, indem Sie dann sagen, zu welchem Zeitpunkt Sie dann, also wo Sie dann zu diesem Zeitpunkt gewesen sind, ob Sie dafür zeugen. Meinen Sie den, den, na wie heißt es denn? Ach, Dosenuntergefahrenung D. Wie heißt das Ding? Sie meinen, welche Fahrer hat das Auto gehabt? Vielleicht kann ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Lila. Ja, dann war das keine Supra, dann war das ein MRX. Das ist ein Mazda. Und den bin nicht ich gefahren. Aber das kann ich Ihnen vor Gericht, kann ich Ihnen das genau erklären, was passiert ist. Wollen Sie die Geschichte hören, was passiert ist? Wollen Sie mal? Also, MRX. Aber wobei, ist das schlecht, weil ich soll es ja besser vor Gericht erzählen, oder? Ist das nicht besser? Wenn ich das jetzt wieder ohne Anwalt mache, dann werden wieder Sachen auseinandergenommen, die so nicht stimmen. Aber das, was Sie gesagt haben, sind schon mal zwei falsche Sachen. Nämlich, dass es ein, ein, äh, Lambo war und dass es ein, ein Ding war. Äh, zum MRX, der stand unbeaufsichtigt rum. Und ja, ich gebe zu, es ist meiner, aber ich bin nicht gefahren. Der stand unbeaufsichtigt in dieser Gasse drin. Wenn Sie da meine DNA-Spur haben, dann ist das bitte nicht mein Problem. Ich habe versucht, mich dort rauszukriegen. Und hinten war eine Highspeed, die da drin gesteckt ist. Und ich habe probiert, den da rauszuholen. Weil wirklich gefühlt stundenlang keine Einheit dort war und geguckt hat, ähm, was da eigentlich los ist. Aber ja, es war mein Fahrzeug und jemand hat damit scheiße gebaut. Aber es ist nicht gewesen, dass ich damit gefahren bin. Das ist, äh, wrong. Aber dann ist, es stimmt, es ist dann immer der DNA-Spur dran. Aber nur, weil ich versucht habe, dieses Auto dort rauszukriegen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie mir da jetzt vorwerfen wollen. Behinderung, ähm, der, ich weiß nicht was, der, 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 der Polizeibehinderung oder so. Weil ich irgendwie ein Beweismittel wegbringen wollte. Aber eins kann ich Ihnen sagen, jemand anderes hat das dann weggebracht. Weil kein PDler dort war. Also da sind ein paar DNA-Spur dran gekommen. Und das war mein Fahrzeug, ja. Weil ich bin nicht gefahren. Aber da waren ein paar DNA-Spuren dran an dem Tag. Weil, wie gesagt, das PD hat das auch nicht, äh, angeguckt, das Auto. Das wurde dann nämlich abgeholt. Also wie Sie da die DNA-Spuren wann entnommen haben, das wird sicher ganz am Ende gewesen sein. Ne, das war unmittelbar nach dem Vorfall, soweit ich das weiß. Unmittelbar? Das soll wohl unmittelbar nach dem Vorfall gewesen sein. Die DNA-Spuren, die waren nicht älter als... Das Auto stand da minutenlang rum. Da war keiner dran. Ja, dann macht es das Ganze noch kurioser. Die DNA-Spuren waren nämlich nicht älter als eine Stunde. Ja, das kann auch nicht sein. Eine Stunde kann ja nicht älter sein. Aber es war auf jeden Fall, ja, halt ein paar Minuten stand es rum. Es war niemand da. Aber ich bin es wirklich nicht gefahren. Also, ich habe auch nichts damit zu tun, was da vorgefallen ist. Wirklich nichts. Gar nichts. Das muss dann, wie gesagt, letztendlich das Supreme Court entscheiden. Ja, das würde ich auch so machen, weil... Aber dass sie mich wie sowas rankriegen wollen, ist halt schon heftig. So oder so versucht der Mord, das ist eine Straftat, die wird nicht von uns fahren. Darf ich Ihnen kurz was sagen? Darf ich Ihnen kurz was sagen? Drücken Sie sicherlich. Kurz danach wurden wir angehalten mit einem Kfz und da wurden auch Schmauchspuren genommen. Einfach so. Okay. Darf man einfach so Schmauchspuren abnehmen? Einfach so bei einer Verkehrskontrolle? Und wenn die Kollegen dann regeln einen Tatverdacht haben, dann wird das so sein Grund gehabt haben. Ja, wir sind ganz normal mit dem Autor rumgefahren dort. Also, war schon weiter weg und die wollten einen Schmauchspuren-Test von uns haben. Der war aber negativ. Naja, wenn man mit einem Messer rumhandiert, dann Messer machen keine Schmauchspuren. Wurde, wenn man ein Messer getötet ist oder wie? Der Kollege wurde abgestochen, ja. Gut, aber ihre Kollegen haben von mir Schmauchspuren genommen. Und die waren negativ. Aber gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich wusste nicht mal, dass er so getötet wurde. Danke. Das heißt, er wurde gemessert und nicht umgeschossen. Okay, genau. Ja gut, dann macht das auch keinen Sinn. Weil sonst hätte ich mich jetzt vor ihnen ein bisschen jetzt sagen können, ich hatte ja keine Schmauchspuren an mir. Weil das war genau dann, danach, nachdem ich das Auto probiert habe, dort wegzuparken. Aber das steckte halt drin. Sie müssen sich vorstellen, hinten war eine Highspeed dran. Das Ding steckte da drin. Und es waren ein paar mehrere Leute, die da das Auto umstanden haben und einer hat es dann weggebracht. Und das haben ihre Kollegen auch gar nicht gerafft, dass das Auto weggebracht wurde. Und das war auch ziemlich, ziemlich schnell gegen das, dass das weggebracht wurde. Also wissen Sie doch, wovon ich rede. Jetzt verstehe ich es, ja. Weil ich ja an dem Auto dran war. Ist ja logisch. Ich war ja dran an dem Auto, ich bin nicht gefahren. Und ich habe auch mit dem nichts zu tun, dass da irgendwer umgemessert wurde. Waren Sie an dem Auto dran oder waren Sie in dem Auto drin? Ich war dran. Ich war nicht drin. Ich bin da nicht mal mitgefahren. Ja, wenn Sie nicht drin waren, dann ist es aber kurios. Mir wurde gesagt, ich soll das Auto abholen. Hören Sie mir kurz zu. Mir wurde gesagt, ich soll das Auto abholen. Es steht da. Ich bin hingegangen, habe es probiert. Es steckte drin. Ich habe es nicht rausbekommen. Und deshalb bin ich dann weg. Und dann kam wer anderes und der hat es probiert und der hat es dann rausbekommen. Und das finde ich halt ein bisschen lustig, wie Sie da die DNA-Spur genommen haben. Hätten Sie es ein bisschen später genommen, hätten Sie die DNA-Spur vom anderen Herrn dran gehabt, weil der hat das da auch noch weggestellt. Aber jemand hat anscheinend mit meinem Auto Scheiße gebaut. Das stimmt. Das habe ich auch mitbekommen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass der jemanden umgemessert hat. Ich dachte, der war in der Verfolgung verwickelt und das war es. Naja. Wenn wir die Akte aufmachen müssen, dann... Ja, müssen sie. Dementsprechend. So, kurz was zu essen. Wie bitte? Hast du kurz was zu essen? Ja, sicher. Schön. Was? Drücken habe ich noch. Eieiei. Ja, dann mache ich die Akte auf und habe es heute auf meine letzte Amtshandlung. Also ich hoffe, sie verstehen, warum ich so mad bin, weil ich nicht verstehe, warum ich dafür festgenommen werde, warum sie den Falschen haben, aber jetzt verstehe ich es erst. Ja, ich verstehe es, warum sie so mad sind, aber es versteht halt keiner, warum wir so mad sind. Wissen Sie, Herr Rumko, und genau das ist das, was mich abpackt und was mich zum Anschluss verlegt. Ach, ich verstehe, ich verstehe vieles, dass wir mad sind, aber manchmal, also ich weiß nur so viel, wenn jemand mit einem HB-Kennzeichen rumfährt, kommt gleich der fünfte Polizist hinten dran, weil er einfach Angst hat. Nee, es liegt nicht daran, dass die Kollegen Angst haben. Wissen Sie, woran das liegt, Herr Rumko? Nee, woran liegt das denn? Soll ich Ihnen das wirklich mal offen und ehrlich erzählen? Ja, sagen Sie auf und ehrlich. Wir als Detektives beim LAPD finden ziemlich viel raus und dementsprechend wissen wir auch, wer zu Ihren Leuten gehört und wer auch neu bei Ihren Leuten ist. Ach, das ist nichts Neues für mich, das weiß ich. Also ich weiß auch intern bei Ihnen sehr vieles. Also Sie wissen vieles von uns, wir wissen sehr vieles über Sie. Ja, das ist uns auch klar, dass einige Leute bei Ihnen in der Gruppierung mal bei uns hohe Posten bezogen haben und dann dementsprechend schön den Mund aufgemacht haben. Ja, natürlich, aber das ist doch gegenseitig doch sicher dasselbe irgendwo mal, dass Informationen auch easy kommen. Nee, also ich kann Ihnen tatsächlich auch aus offener und ehrlicher Quelle, kann ich Ihnen berichten, wir hatten noch nie jemanden von 1 zu 7, der irgendwelche Geheimnisse von Ihnen nach außen preisgegeben hat. Da bin ich anderer Meinung nach. Es ist lediglich Syntasie, die dort im offenen Vorteil sind, ja, weil die einem über das PD wissen. Also ich weiß nicht, wie lange sie schon beim PD sind, aber da kann ich Ihnen sagen, das kann nicht stimmen. Seit einem Jahr. Seit genau einem Jahr bin ich. Okay, gut, es gab mal eine Ausnahme, da erinnere ich mich, da war ich noch ziemlich in meiner Anfangszeit beim Petra Service, beim LAPD, da hatten wir mal so eine Situation gehabt, da erinnere ich mich dran, das war noch auf dem alten Geländer, ja. Aber ansonsten hat man nie jemanden gehabt, der hier irgendwie groß im Mund aufgemacht hat und gesagt hat, hier A1 zu 7, dies, das, ananas, tralala. Und hier groß irgendwelche Infos breit getratscht hat. Aber Sie wissen, Sie wissen jetzt. Aber warten, warten Sie, lassen Sie mich über das Gespräch. Ja, klar, klar. Lassen Sie mich bitte einfach kurz sprechen, ich habe doch nämlich einiges, um Sie vorzubringen. Und dementsprechend wissen wir auch, dass viele neue Leute bei Ihnen, diese, wie es jetzt heißt ja nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, wie das davor bei Ihnen hieß, auf jeden Fall volksmündlich genannt, die Azubis. Ja, dass gerade die sich ziemlich dicke Fresse leisten, gerade die. Und gerade die sind auch Schuld daran, dass das LAPD bei jeder 1086 mit einem 1 zu 7 Mitglied oder mit einem Kennzeichen, das auf einem 1 zu 7 Mitglied hindeutet, dass wir da so dick auffahren. Wir versuchen ganz normal teilweise, ja, also wirklich viele, viele Officer, ich habe öfter in den E-Mail-Verteiler reingeschrieben, bitte reißt euch am Riemen. Ich habe durch den Funk geplärrt, reißt euch am Riemen, haltet lieber die Fresse, macht keinen Stress, ich habe keinen Bock auf Rumgeficke, ich will einfach nur friedlich mein Leben leben, ich habe keinen Bock auf offener Straße eine Kugel zu fangen. Und dass es manche Officer nicht hinkriegen, okay, das ist die eine Sache, dass dann aber, wie gesagt, von seitens 1 zu 7, dass dann das LAPD allesamt über ein Kamm geschert werden, das sehen wir irgendwo auch nicht ein. Es wird von uns gefordert, schert uns nicht alle über ein Kamm, das machen wir, wir kommen damit zurecht, wir tun das nicht, einfach aus Respekt der einzelnen Leute gegenüber. Und ich bin ein wirklich sehr respektvoller Mensch, ich habe Respekt vor jedem, solange mir respektvoll gegenüber tritt. Ist der Respekt mir gegenüber vorbei, ist der Respekt mir gegenüber der anderen Person auch vorbei? Sie haben ja gesehen, vorhin haben wir uns ein bisschen in der Hand gehabt, jetzt können wir ganz normal auf Augenhöhe miteinander reden, ein respektvolles Gespräch mit ruhiger Tonlage und allem drum und dran, wie man es einfach auf Augenhöhe von, ich würde behaupten, erwachsenen Personen erwarten kann. Ja, ja, klar. Gut, dann holen wir uns eine Einheit dazu, dann wird sich beschwert, dann wird hier die Situation immer hitziger, dann holen wir uns noch eine Einheit dazu, dann wird die Situation noch mehr hitziger und noch mehr und noch mehr und noch mehr, dann holen wir uns noch eine Einheit dazu, dann flüchtet der Typ vielleicht noch vor uns und was erwartet uns in den Weinbutt-Hills? Ein Hinterhalt. Das ist natürlich dann aber nicht von 1 zu 7, ne? Oder wir fahren am Roten Park aus da vorbei. Ich weiß halt nicht, was Ihnen vorgefallen ist, ich kann Ihnen nur so viel sagen, wie es halt den Wald reinschallert, so schallert es zurück. Ja, Herr Rumpel, ja, aber das LAPD waren in dieser Situation nicht diejenigen, die angefangen haben. In sehr vielen Situationen bin ich da halt anderer Meinung, aber das können Sie vielleicht nicht nachvollziehen. Doch, kann ich verstehen. In vielerlei Situationen ist es jetzt mittlerweile vor allem, vor allem mittlerweile ist es so, dass es anders ist. Da wird seitens des LAPD schon echt groß aufgefahren. Das können wir auch verstehen. Aber wenn wir solche Situationen erleben, und das geht ja jetzt nicht erst seit vorgestern oder nicht seit einer Woche, nicht seit zwei Wochen, nicht seit drei Wochen, nicht seit einem Monat, nein, es geht seit Anfang des Jahres genau so. Aber kann ich mal was dazu sagen? Das 1 zu 7, bitte? Kann ich mal was dazu sagen? Können Sie gerne machen. Die Problematik, die ich vielleicht sehe, ist die folgende. Zau mal mal, siehe es, Pidila machen einen sehr großen Fehler. Ein Fehler, den zum Beispiel 1 zu 7 ziemlich anpisst. Wissen Sie, was dann passiert? Dann bekommen Sie das wieder zurück. Und dann passiert Folgendes. Dadurch, dass Sie das wieder zurückbekommen, kriegen Sie das wieder zurück. Und das ist so ein Sesselrücken. Einmal hin, einmal zurück, einmal hin, einmal zurück. Das geht die ganze Zeit so. Und da sehe ich das Problem, wenn einmal jemand einen Fehler macht von beiden Parteien, egal ob es jetzt ihre Partei ist oder meine Partei, es wird sich immer, immer und immer wieder darauf aufschaukeln, dadurch, dass sich jemand ungerecht behandelt fühlen wird. Dass wir da eine komplette Lösung finden, wird Sie mal es gehen. Wir könnten nur eines machen. Wir könnten mal uns in einen Kaffee setzen, ein Käffchen trinken und Sie sagen mir, was Sie anpisst und ich sage, was mich anpisst. Dann sollten wir das wohl schleunigst mal tun, weil eine andere Klärungsmöglichkeit sehe ich da nicht. Ja, weil Sesselrücken, das geht hin und her. Aber ich weiß nie, ob das passiert. Darauf haben wir, glaube ich, alle keine Lust. Ich kann Ihnen das nicht versprechen, dass das jemals 100% klappen wird, weil es wird immer Situationen geben, wo wir mal angepisst sind und es wird Situationen geben, wo Sie angepisst sind. Und aus dem Grund kriegt man das doch immer wieder zurück. Das ist wie so, ja, ich weiß nicht, Karma nennen, aber wenn du Scheiße baust, baue ich halt auch Scheiße. Das ist halt, wie du mir, ich so dir, aber das ist halt, das ist halt, wirst du nie 100%ig hinbekommen. Man kann sich halt nur zusammensetzen und sagen, was ist das Schlimmste. Ich finde das auch bullshit, dass wenn man bei einer Verkehrskontrolle ist, einen Führerschein hat und dann sagt man, man gibt den einfach nicht raus, dass es eine ganz normale Führerscheinkontrolle ist, bin ich voll bei. Das ist nicht das Problem. Und wenn Sie sagen, wir haben hier Azubis, die sich irgendwie kacke verhalten, dann sagen Sie mir das, dann kann ich mit Ihnen reden und schauen, was los ist. Wir kriegen ja intern auch mit, wenn man Scheiße baut, unnötigerweise. Die bleiben da nicht lang. Ja. Ja, aber wenn ich, also, wenn Sie wieder Sachen sehen, die wir nicht sehen, dann wäre das vielleicht gut, wenn wir ein Kaffeekränzchen machen. Dann sitzt man sich zusammen und dann sagt man, was stört einen und was stört den anderen. Was halten Sie davon? Sollte man mal tun. Wie wir uns das Kaffeekränzchen machen, einfach einen Kaffee treffen. Am besten dieses Kaffee an der Ecke am Hauptplatz. Da kann man so einiges ganz entspannt besprechen. Ja, zumindest mal ein Ansatz einer Lösung, ne? Also es wird halt, also ich kann jetzt schon sagen, es wird nie 100% funktionieren. Man kann nur etwas entschärfen. Klar. Sie sind, Sie sind der Kopf einer kriminellen Organisation. Die ganze Organisation, die Leute, die da... Der Kopf bin ich nicht. Wissen Sie, bei uns ist es so, es ist eine Art Familie. Klar gibt es eine Hierarchie, aber der Kopf bin ich noch lange nicht. Da sind Leute, die sind am viel längeren Hebel als ich. Und laut unseren Ermittlungen sind sie der Boss der Organisation. Das hat nichts zu sagen. Das heißt nicht, dass ich der bin, der das Herz der Organisation ist. Das bin ich ich. Das kann ich gar nicht. So wenig wie ich da bin, so viel wie ich auf Urlaub bin, kann ich das doch gar nicht. Ja, das mag sein, das Herz und der Kopf der Organisation, das mag vielleicht jemand anders sein, aber wenn Sie als Boss, ja, auch wenn Sie vielleicht selten da sein mögen, aber wenn Sie als Boss was sagen und wenn Sie nicht respektiert werden, wer dann? Es gibt halt Leute, die sind unbelehrbar, wenn man denen was sagt, dann ist es auch scheißegal, aber dann bleiben die auch nicht lange. Aber Sie wissen, dass wir öffentlich jetzt damit umgehen, ne? Weil, wissen Sie warum? Weil wir so viele Informationen hatten über das PD intern, dass wir auch wussten, es ist komplett egal mittlerweile. Weil wir waren ja so ein bisschen, wissen Sie, dass wir umgezogen sind? Das hat, glaube ich, zwei, drei Tage gedauert oder nicht mal und dann wusste das PD davon. Stimmt, ja. Ja, das hat sich gar nichts gebracht. Wir haben zuerst probiert, ein bisschen unter dem Radar zu fliegen. Das ist gar nichts, also das hat sich gar nichts gebracht. Also intern weiß man ja alles. Aus dem Grund hat es eh nichts gebracht. Naja, es hat schon was gebracht. Also der Fokus ist in der Zeit schon massiv von Ihnen abgerückt. Da hatten wir mit anderen Organisationen zu tun. Naja, vielleicht, weil die anderen vielleicht mehr Probleme gemacht haben und wir wieder mehr Probleme machen als früher, weil wir uns einfach ein bisschen unter den Radar stecken haben lassen. Also damals haben wir nicht so viel gemacht in der Zeit. Da waren wir ziemlich zurückhaltend, was das betrifft. Aber jetzt haben wir gesagt, ach komm, wir gehen an die Öffentlichkeit, damit ist doch egal. Im Endeffekt weiß man intern eh alles. Sie wissen alles über uns, wir wissen alles über Sie. Das ist wohl richtig. Eben. Deshalb können wir auch mit offenen Karten spielen, uns in einen Kaffee setzen und reden, was uns stört. Ja. Finden Sie das eine gute Idee? Wäre, wie gesagt, meiner Meinung nach zumindest ein Lösungsansatz. Ja, dann machen Sie das mit Ihrer höheren Etage aus oder so. Dann rufen Sie mich an oder so und dann könnten wir uns jemanden treffen. Ich weiß ja nicht wann, aber wie es bei Ihnen am besten passt. Kleinen Moment mal. Ich versuche mal jemanden zu erreichen. Kaffeekränze mit PD gab es auch noch nie. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja. Scotty, der Elektriker. Schön. Scotty, schön, dass du endlich Elektriker gelernt hast. Scotty, wann kommst du da nicht mal her und verlegst mal das Kabel im Haus? Warte, gehst du mal Kabel verlegen. Ich habe gehört, Scotty verlegt öfters mal ein Kabel. Aber das macht er halt meistens in anderen Häusern. Nee, Scotty ist unser neuer Kabelträger im Club. Also warte, Scotty kann gar nicht schreiben, weil er kann VIP. Oh, Scotty. Er kann ja gar nicht schreiben, weil er kann VIP. Oder? Hat er VIP bekommen? Oh, weil er war vor die ganze Zeit im Chat, aber es ist VIP-Mode. Er kann ja gar nicht in den Chat schreiben. Er kann sich jetzt gar nicht verteidigen. Schau, wie er ausgesperrt wurde. Gleich sehe ich, Scotty hat sich VIP geholt. Aber mit eingeblendet. Scotty, VIP. So, Dennis ist VIP geworden. Dankeschön. Marco Mörth, danke für zwei Euro. Firefighter. Hey Kurt, kannst du mich grüßen? Du bist in Firefighter162, jawohl. Chaos, Tim, für Witzig, Pro, Dankbar, 1,80. Sonja, Sonja, Sonja. Grüße mich bitte, gucke deine Videos total gerne. Sonja, Sonja, Sonja will dir grüßen. Natürlich, sehr gerne. Jetzt gibt es also sieben Gespräche im Kartell. Ja, ich meine, wir kooperieren sich mit dem Kopf, sondern jetzt reicht es runter von meinem Rasen. Sag mal, seit wann bist denn du VIP? Schau mal, der Nightbot hat es rausgelöscht. Der mag dich nicht, Scotty. Ich kann schreiben, du Anfänger. Ja, aber du kannst nur immer nicht schreiben, weil der Bot schreibt, tut dich rausbannen, weil du die ganze Zeit den Großbuchstaben in Caps Lock schreibst. Schau mal, der Bot lässt dich da rein. Du musst ohne den Großbuchstaben. Hä, seit wann hast denn du VIP? Bin ich bläht? Ja, ich bin ja komplett bläht. Hat einfach VIP, der Bruder. Ich habe es überhaupt nicht gerafft. Na, hast du das geholt? Ist mir nicht aufgefallen. Ist mir nicht aufgefallen. Dankeschön an hier Flo Paul fürs Mitgliedschaftsverschenken. Dankeschön. Da wurdest du dir gerade verschenkt. Vielleicht wurdest du verschenkt. Nee. Ich finde gerade lustig, wie er vom Bot auch noch gemobbt wird. So. Ja. Wir würden jetzt die Gerechtsakte für sie erstmal eröffnen, ne? Ja. Und dann kommt gleich noch der Deputy Chief mit dazu. Mhm. Und dann kommt noch ein anderer Kollege mit dazu, der sich das Ganze damit anschaut. Der dann auch vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen wird, der mehr sagen kann als ich. Ach so. Und dann würden wir das Gespräch dann einfach hier führen, irgendwie im geschützten Rahmen im Büro. Ah, sie haben kein Vertrauen. Wir haben, um ehrlich zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, Europäer, wir haben schon ziemlich Angst, ja. Ja, aber dann können wir ja kein Gespräch führen. Weil ich muss ja mit meinen Leuten ja auch herkommen. Ich habe ja auch noch Leute, die vielleicht ein Gespräch mithören wollen. Muss ja nicht heute sein, kann ja ein anderer Tag sein. Dann können wir das auch an einem anderen Tag vielleicht ausmachen. Muss man nur gucken, wie das dann ein bisschen... Außer sie wollen mit mir allein reden, aber ich verstehe ja nicht, dass sie kein Vertrauen haben, weil ich denke mir so, sie müssen ja irgendwie Vertrauen zu mir haben, dass ich Vertrauen zu ihnen habe. Und dann könnten wir ja nochmal reden. Ich dachte, wir machen so Kaffeekränzchen. Ja, wir könnten auch ein Gesprächs-Semien aushandeln. Äh, bloß, ja. Ja, können wir auch machen. Ich meine, sie können auch gerne schwer bewaffnet mit Panzerwagen hinfahren, ist uns egal, weil wir wollen ihnen nichts. Also wirklich nicht, wir wollen ihnen gar nichts. Wir können das ja ganz normal klären. Weil sonst biete ich ihnen das doch nicht an. Weil glauben sie, ich komme auf die Idee, dass ich hier mit meinem Gesicht stehe, ihnen sage, wir machen einen Termin aus, machen ein Gespräch und dann ballern wir alle den Kopf weg. Auf mein Gesicht so gesehen, das macht doch keinen Sinn. Wenn ich hier meinen Wort gebe, dass nichts passiert. Also wenn sie Angst haben, können sie auch gerne mit 50.000 Panzer dort stehen. Ist uns egal, wir wollen einfach nur reden dann. Oh, okay. Okay, alles klar. Wir kommen komplett ohne Waffen. Sie können dann uns durchsuchen und so, ist uns dann komplett egal. Können sie auch theoretisch so einen Kreis aufbauen, so einen, weiß ich nicht, Panzerkreis, wo dann so ein Checkpoint ist, wo man durchsucht wird und erst dann rein darf. Können sie ja auch machen. Können wir tun. Die Sicherheit. Ich komme kurz herum, sie kennen ihre Rechte als Gefangene der Staatskatifornien? Ja, kenne ich. Die Frage ist jetzt, wegen der Glock, was kriege ich dafür jetzt? Da kriege ich eine Strafe, glaube ich. Die Glock muss ich ganz ehrlich sagen, die interessiert mich gerade nicht. Also nicht, ich dachte, die interessiert sie. Weil die hatte ich jetzt dabei und ich habe es halt vergessen, dass ich die dabei hatte. Also, wir stehen gerade wegen einem höheren Deliktier bei uns, deswegen. Ach so, ja. Deswegen müssen wir erstmal das, ja, ja, das geht vor Gericht, dann wegen der Waffe, dann schauen wir gleich noch. Ich brauche einmal hier einen E-Mail-Account-Namen, bitte. E-Mail-Account, die E-Mail-Adresse. Genau. Einfach C-S-Y-O-N eingeben, fertig. Ohne Hashtag, ohne gar nichts. Alles klar. Ich habe nicht auf Discord schon Username, ich habe keinen Hashtag mehr. Der ist weg. Ich habe jetzt einen Username Xion auf Discord. Was kriegen die ganzen Partner, kriegen das? Hä, abgehoben? Ja, weil das Hashtag kommt weg bei Discord. Also, ich hieß ja vorher Xion Hashtag 0001. Und jetzt kann man sich aber einen einzelnen, also so einen Namen sichern lassen. Und wenn du halt Partner bist, kannst du das früher. Gott sei Dank hat sich den noch keiner weggeschnappt, den Namen. Zum Glück. Den Discord-Namen Xion. Er hätte ein anderer Discord-Partner auf die Idee kommen können, der im Moment einfach sagen, Ah, ich nenne mich einfach Xion, dann ist der Name weg. Ja, moin. Da hätte ich mich Xion Official nennen müssen. Ich hasse es auf Insta, dass ich Xion Official heißt. Weil irgendein Italiener sich Xion genannt hat. Ich könnte kotzen, Alter. Und der postet nichts. Mal gucken auf Instagram. Warte, ich gehe mal Xion ein. Xion auf Instagram. So, eingeben. Da gehe ich auf Konten. Und ganz... Ja, da. Ohne Profilbild, ohne gar nichts. Xion, 16 Jahre. Nieer Österreich. Wohnort Italien. Der ist an der Grenze von Österreich. Der hat sich den Namen gesnackt. Und der hat seit Jahren nichts mehr mit diesem Account gemacht. Er ist 16 Jahre. Da steht seit Jahren auf dem Profil. Das ist so uncool. Uncool ist das. Einfach Accounts wegschnappen und dann nicht verwenden. Weiß nicht, wenn der mich verwenden würde, wäre ja cool. Aber er verwendet ihn ja nicht mal. Das ist das Problem. Verwend ihn doch dann wenigstens. Kurt, Rainer, Quizon. Dankeschön. Mod for Scotty. Ja, aber dann sehe ich Scotty so. Und ich will ihn ja nicht sehen. Nee, Spaß. Ja, ich glaube, das... So. Nächstens vergesse ich nicht deine Geburtstage. Gut, dafür kriegst du Mod. Viel Spaß. Ich mache dich aber nur Standard-Moderator. Weil für leidender Moderator... Da musst du erst mal die Kabel verlegen. 17.00 ist noch aktuell. Ja. Was, klar. Sticht er jetzt raus aus dem Chat. Jetzt brauchst du kein VIP mehr kaufen. Das kannst du immer schreiben. Ja, das ist mein zweiter Account. So. Ja, gerne. 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 Über Paypal. 500 Euro. Paypal. Also bis jetzt war keine OOC-Madness, lieber Chat. Immer noch nicht, meine Leute. Vor zwei Stunden. Ja, Blacky, ich lese vor. Es tut mir leid. Du brauchst mich nicht markieren. Ich lese alles vor. Ich bin nur im RP und chill ein bisschen mit dem Chat. Ich lese alles vor. Ich bin für alles dankbar. Dann kann ich sie von der Fahne runternehmen. Aber Blacky, wenn du jetzt vorbewerst, möchte ich dir ein Küsschen aufs Nüsschen geben. Wir erreichen, was sie dann am besten, wenn sie so selten da sind. So, jeder E-Mail noch über Dinge. Ja, am besten über E-Mail. Alles klar, dann rufen wir sie dann, wenn es soweit ist, wenn wir einen Gesprächstermin gefunden haben, rufen wir sie dann einfach aus über unsere, über unseren Terminparteiler. Wollen sie auch vielleicht ein privates Treffen machen, ohne Polizeiuniform? Oder ist das zu viel? Man kann das dann im Rahmen des Cafés dann sicherlich so machen, ja. Ja, dass sie Außerdienste sind. Wissen Sie, dass man einfach offen reden kann? Dann kann man, ja, guck mal, wir haben uns ja jetzt bisher so drauf geeinigt. Wir machen das Gespräch nicht jetzt, sondern dann, wenn ein paar mehr Leute von ihm auch können, die da auch was zu sagen haben und vielleicht auch ein paar mehr Leute von uns, die da auch was dazu zu sagen hätten, dass man sich dann praktisch trifft. Dass wir das dann alles auch umstellen oder vielleicht gar oft, die dann da sind, das dann irgendwie absichern, dass wir dann sicher sein können, dass da nichts passiert. Ich meine, da müssen Sie keine Sorgen haben. Da kann ich Ihnen sagen, dass nichts passieren wird. Warum sollten wir sowas machen? Jetzt ist er leise. Ja. Ja, glauben Sie wirklich, wir wollen Sie da alle in die Dings bringen und dann umbringen oder was? Wir sind nie so schlechte Menschen. Naja, haben wir schon schlechtere Erfahrungen gemacht. Ja, wir aber auch. Aber ich muss ja Ihnen auch irgendwie vertrauen. Weil ich meine, wir müssen ja vertraulich dort reden können. Oder? Natürlich. Ja, eben. Ich verstehe die Grundlage, alles gut. Ja. Wir wollen Ihnen nichts Böses. Ich will halt nur, dass das so ein Bullshit nicht ist, dass wenn Sie wen anhalten, Sie direkt angefaucht werden von irgendjemandem, der sich fühlen muss. Sie haben mit fünf Autos hinfahren müssen, sich beleidigen lassen bis zum allerletzten Mal, nur weil Sie jemanden anhalten, muss nicht sein. Und... Ja, den Rest kann man ja regeln, was los ist. Wollen wir ja cool, wenn Sie ein paar Namen dann sagen können, was Ihnen, wer negativ aufgefallen ist. Ich meine, Sie haben eh sicher eine ganze Liste von uns, oder? Von oben nach unten. Ich werde mich da mal drum kümmern, dass wir da, ähm, das hinkriegen, dass wir Ihnen sagen, wer da negativ aufgefallen ist. Ja, also stellen Sie mal so eine Liste zusammen und sagen Sie einfach, wer negativ aufgefallen ist. Genau. Ja. Lass sich bestimmt einrichten. Ich meine, soll jetzt auch keine Kooperation zwischen uns sein. Und ich denke nur, dass wir vielleicht auf beiden Seiten Erklärungsbedarf haben, was wir scheiße finden und was ihr scheiße findet, ne? Dass man sagt... Das denke ich auch. Und bitte, Deputy, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nö. Das sehe ich genauso. Also, ich denke, dass man einfach vielleicht, dass man dann wieder auf das Level kommt, dass man bei normalen Verkehrsanhaltungen auch einfach nur eine Unit braucht und schließlich behalten kann. Und nicht dann drei Autos von euch auf einmal da auftauchen und wir dann Verstärkungen rufen müssen und dann alles am eskalieren sein kann. Gut. Jetzt bin ich zweimal auf der Fahndung gewesen. Das erste Mal bin ich so eingestiegen, aber das zweite Mal bin ich jetzt abgehauen. Super. Kriegst du da vielleicht noch was auf die Kette, dafür dass ich abgerissen bin im Dings? Einen Taser bekommen hab? Achso, sie wollten flüchten im Ausstieg. Ja, ja, da müssen sie mir ja auch noch was eintragen, oder? Dann ist die illegale Waffe sowieso egal, ja, dann haben wir tatsächlich da einen anderen Bestand. Ja, sie können ja jetzt ein Auge zudrücken und ich hab das gar nicht gesagt, weil ich hab sie jetzt nochmal drauf hingewiesen. Naja, sie würden wegen der Waffe würden sie theoretische Sozialstunden machen, aber da sie ja geflüchtet sind im Ausstieg, haben wir leider einen anderen Bestand. Ja, was ist denn das hier? Ich bin ja eher geflüchtet. Ja, ich war halb im Auto drin. Naja, das wär halt verbrecherische Flucht dann, ne? Naja, sie hatten ja meinen Ausweis. Mit dem hab ich doch da geredet das letzte Mal. Mit wem hab ich da geredet? Dann wär's, ja stimmt, dann ist es keine Flucht mehr, sondern, ja, wobei, auch wenn ich in dem Fall einen Ausweis hatte, nach dem Feststellen einer Straftat, beziehungsweise wenn ich ihm sage, dass er auf der Fahndung steht, ist es Entziehung einer Amtshandlung oder verbrecherische Flucht trotzdem? Ja, mir wurde jetzt mal gesagt, wenn man einen Ausweis zeigt und dann abhaut, ist was anderes. Ich weiß, die kennen mich da nicht aus. Also mir wurde dann gesagt, das ist eine Verkehrsunhaltung. Wenn sie eine Verkehrsunhaltung in den Führerschein zeigen und sie haut dann ab, das ist Entziehung einer Amtshandlung. Das ist nicht der Sinn, ich verstehe gar nichts mehr. Wenn sie aber so, ohne dass wir die Personalien feststellen können von ihnen, wenn sie dann flüchten, das wird... Warum ist das denn hier jetzt her? Ich habe nichts gemacht, das war auf einmal in meiner Hand. Äh, das ist lit. Das ist sehr strange gerade. Gut. Bild. Äh. Naja, also es ist ja theoretisch, Strafe wurde ausgesprochen, dann Widerstand gegen die Festnahme und dann abgehauen. Ja. Das heißt, dann wäre es halt theoretisch wieder verbrecherische Flucht. Oh, das heißt, viele 40 Monate ein. Oh, nee. Hätte ich doch einfach mal gar nichts gesagt, ne? Ja, aber die Fresse und die Krisse halten. Ja. Aber sie sind einfach ehrlich, ist doch gut. Ja, ist eben nicht gut. Ich reib mich selber in die Scheiße hier. Warum hab ich jetzt... Ich hab... Ich drück... Ich mach nichts. Drück nicht auf meinem Handy rum, gar nichts. Ich hab die ganze Zeit mein Handy vor mir. Was ist das denn? Ich hab ja nicht mal... Ich meine, Sie können gucken, ich hab nicht mal ein Handy dabei. Ich hab nichts. Ja, ich weiß, ich hab ihn dir abgenommen. Vielleicht liegt es auch genau daran, dass ich ihn das abgenommen hab. Vielleicht ist das einfach gerade irgendwie alle ein bisschen überlastet mit allem. Also geben sie mal, ich kann ja mal gucken. Ja. Ich würde das sowieso wiedergeben und dann würden wir es ja auch gleich drauf in den Setpress und verhandeln für 40 Monate. So wie? Wie viele Funkgeräte hatten sie? Ich glaube zwei, oder? 50. 51 insgesamt. Ne, so viele hab ich auch nicht dabei. Ich mach nur Spaß. Ne, 21 waren's. Was? Ja, 21. 21 hatte ich. Nein, sie hatten doch keine 21 Funkgeräte. Ja, doch hatte ich. Nein. Hä? Klar. Das kann gar nicht sein. Warum? Ich hatte 21 Stück, aber ich mach nur Spaß. Ich hatte eins dabei. Ne, zwei. Oder ich drei? Ach, keine Ahnung. Nein, bitte fragen Sie mal. Irgendwie mein Funkgerät ist irgendwie, haben sie mir das gegeben? Ne. Eigentlich nicht. Ich bin grad so verwendet. Sagen Sie mir nicht, Sie hören Funk noch. Hä, jetzt hab ich mein Handy. Also das Handy haben sie mir gegeben. Ah. Das Handy hab ich ihm gegeben. Ah, ja, ja. Jetzt hab ich Ihnen noch Funkgeräte gegeben. Okay, danke, danke. Ah, das haben sie mir. Ich bin schon so verwirrt, ich dachte mir mir Funkgeräte gegeben jetzt. Jawohl. Ach, alles gut. Dann drauf geht's. Auf geht's. Die Handys haben keine SIM-Karten drin und die Funkgeräte natürlich auch keine Akkus, ne? Ja, natürlich. Haben wir X-Race noch im Dienst? Ja, haben wir noch. Dann würde ich einfach eine Marshall-Einheit hierhin bestellen, die sie dann selbst ein bisschen raufbringen, ne? Jawohl. Super. Ja. 21 Funkgeräte, zweimal. Ich hab mich nur verarscht, Leute. Alles gut. Bin ein bisschen aufgezogen. Herzlich-Tuning. Hallo, Xion, kannst du mal einen Audi S4B5 halten? Haben wir, glaube ich, gar nicht auf dem Server. GameKili. 44, danke fürs Zipwerden. Vielen Dank. Fokus MK4. Leider wird man Mark und Sven nie miteinander reden sehen können. Ja, das wird niemals funktionieren, leider. Was ist rot und steht im Wald? Ach, Kirsch. Das kenn ich auch schon. Feini? Ach, Feini. Ich hab schon gesehen, auf TikTok überall Xion sind Feini. Mein ganzes TikTok ist voll damit. Danke dafür. Und danke an die Leute, die mich da auch noch mehr extra mitmarkieren, weil so seh ich gar nichts mehr auf TikTok. Ich werd einfach überall markiert. Und die Leute schreiben Xion so ein Feini. Danke dafür. Ja, Spam TikTok damit richtig voll, Leute. Einfach überall Xion so ein Feini hin zu kommentieren. Genauso ist es. 10.000 mal besser als dieses Platin so ein süßer. Xion so ein Feini. Richtig und wichtig. Dennis Meis, danke für 1,40. Oleg. Maipal. Danke für 2 Euro. Das soll, glaube ich, wieder so ein Oleg My Ball sein, ne? Ist das so? Keine Ahnung. Danke für 2 Euro ohne Message. Da war die Xion so ein Feini. Schau. Dankeschön für 2,40. Legend Space. Hab, sie, es, ob, meine erste Spende. Ey, also, hey, Zopp. Ich heiße jetzt Zopp. Dankeschön. Für 2 Euro. Samuel Stein, danke fürs VIP werden. Safe Matt, danke fürs VIP werden. Typisch Vicky, danke für 2,40. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Killer, danke fürs VIP werden. Dennis, danke fürs VIP werden. Marco Mör, danke für 2 Euro. So, Firefighter162, heikurt. Kannst du mich grüßen? Grüße zu dem, Firefighter162, jawohl. Danke fürs VIP werden. Chaos Team, 44 Pro, dank für 1,81. Sonja Sunny, grüße. Grüße mich bitte. Gucke deine Videos total gerne. Ich grüße Sonja. Sonja Sunny. Der 1,07 Boss. Und ich wollte fragen, wie es den Katzen geht. Sehr gut. Wobei der eine heute wieder gekotzt hat. Aber ich hoffe, es war nur ein Haarball. Der kotzt jetzt einmal die Woche statt jeden Tag. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn er kotzt, ist es ein riesengroßer Haarball. Dann weißt du, es ist alles okay mit einer Katze. Weil eine Katze kann schon mal, wobei ich das eher so alle zwei Wochen, dass immer ein Haarball auskotzt. Ja. Aber ich bin jetzt, immer wenn eine Katze anfängt zu kotzen, habe ich direkt Angst, dass er krank ist. Jedes Mal stuhle ich mich ein, zu dem das war, wo er sich am Tag 20 mal übergeben hat. Das war schrecklich. Aber ja, Konto ist leer geplündert, was das mit Katzen angeht. Also mein Privatkonto, das war jetzt, also ich habe die, oh, die letzten, den letzten Monaten so viel ausgeben für Privates, weil halt alles, es kam alles auf mich zu. Das, das mit, das mit Katzis, das mit, das mit Bau, Bauplan. Also, da ging was weg. Aber man muss sagen, dafür, die Katzen sind wieder gesund und da bin ich sehr froh drüber. Und die eine Katze sowieso jetzt auch wieder gesund. Und das ist, ich sage auch immer so, wenn man, also, wenn man es hat, das Tier ist, Scheiße auf das Geld, wenn das Tier danach gesund ist, passt es. Ich wäre, ich wäre, es hätte, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du halt sauviel Geld in ein Tier reininvestiert und am Ende bringt es sich nichts. Aber ich bin so froh, wir haben so viel Geld ins Tier investiert, dass er gesund wird und er ist zum Glück gesund geworden. Das ist, das ist das Wichtigste, dass das Tier dann am Ende einfach gesund ist. Dass es nicht für nichts war, wisst du ja? Wenn es dann gesund ist, ist, super. Dann kannst du gar nicht drüber meckern eigentlich. Dann kannst du gar nicht drüber meckern. Bauplan, ja. Bauplan. Äh, ich bin ja, ich bin ja derzeit mitten im Baudings drin, ne? Bauplan, ja. Das ist der Sound auf der Spende. Das kostet nicht wenig. Jetzt insgesamt, also als ich das gesehen habe, was das alles kostet, ach du Scheiße, das ist gerade derzeit alles so teuer. aber, ja. Ich werde mich die nächsten, die nächsten, ähm, ähm, Jahre sehr hart verschulden. Aber man muss ja irgendwann, irgendwann muss man leider einen Kredit aufnehmen, da kommt kein Weg dran vorbei, außer du bist Multimillionär, dann kannst du es machen. Und derzeit sind die Kredite so extrem teuer, ne? Alter. Was ist jetzt? 4 bis 5 Prozent mittlerweile? 4,5? Die Rechte vorgelesen. Er hat vorhin gefragt, ob ich meine Rechte kenne. Ja gut, aber ich habe ja eh gesagt, da wo ich jetzt gerade bin, Bruchbude. Wo ich jetzt gerade lebe, ist echt harte Bruchbude. Was war das jetzt? Das hat zögert sich dann kurz. Ich hoffe, da hat sich nur ein Schuss gelöst. Hört auch an, dass die Stimme so komisch zieht. Wartet mal. Ist es jetzt besser? Ja, boah. Ist es jetzt besser, Gamer, YouTube? 70 noch, oder ist es jetzt besser? Ich habe nämlich eigentlich nichts umgestellt. Sollte ja nicht passieren. So, Firefighter. Gruß geht raus und vielen Dank mal fürs Whip werden. Er hat nochmal sich Whip geholt. Sulfix, danke für 1,07 Euro. Vanessa Strübig, danke für 2,04 Euro. Der Lerner hat sie viel Dank für 1,07 Euro. Sechs sind sie. Florian Adam, werde heute wieder die Pikes umgefahren. Heute weiß lieber man nicht. Ich bin letztes Mal fast eingefahren damit. Der Wiesenkopf. Das hat man vorgelesen im Wiesenkopf. Der war tatsächlich nicht vorgelesen hier von Ding, ne? Vor 2 Stunden hat er gesagt. Das habe ich doch 100 pro Fonds gelesen. Das Schweizer Taschenmesser aufgrund der Arbeit leider erst vor 10 Minuten eingeschaltet, aber endlich mal wieder live dabei. 50 Euro. Und ich lese das jetzt erst. Der arme Bruder. Das Schweizer Taschenmesser. Dankeschön. Vielen, vielen, herzlich reiztab. Komm, Daumen jetzt nochmal was raus für dich. Money Rain. Der muss für 50. Ist jetzt besser? Okay. Ich bin es vorhin auch gezielt. Du hast dich so elektrisierend angehört. Ja, kann sein, dass ich irgendwas aufgeladen habe in der Zwischenzeit. Interface oder so. Kann mal passieren. Dann knistert man. Fängt mal an zu knistern. Oder vielleicht, weil meine Grafikkarte überhaupt nicht ausgelastet ist. Ich weiß es nicht. Also Link LP. Ich bin schon in der angelegten Nacht für heute raus. Vor 2 Stunden und dann Link LP. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Jetzt sehe ich das erst vor. Und das vor nochmal Donnerstag. Vielen Dank. Gamescanner vorgeläsert der Geburtstag. Genau. Der Farming Simulator 19 LP. Dankeschön für 1 Euro. Dominik, danke für 1 Euro 7 Cent. Sebastian Trottnau. Danke für 2,26 und Davai, die Xenzen Feini nochmal. Dankeschön. Fahr mal mit dem GTR 32 und kennst du mich noch? Er ist 1 zu 7. Er ist 1 zu 7. Er ist 1 zu 7 kenn ich noch. Heißt jetzt Ivan. Danke für 5,99. Alter, vielen Dank. Gab Sumo. Danke für Sip werden. Ivan ist noch mitgewonnen. Vanessa Striebeck nochmal mit 10,20 Euro. Dankeschön. Was für Beträge. Enixk08, danke für das Hüpferd auch vorhin. Alex Kalkschad noch 1 Euro aus. TCD, ich mag deine Videos für den anderen TCD. Ionakutik, dann Yvonne, Scotty12 und Xenzen Feini sind mitgewonnen. Ah, da vor 2 Stunden hat sich Scotty VIP geholt. Ah, jetzt sehe ich das erst. Tatrix, danke für 2 Euro, der Cola sucht. Die kannst du mich grüßen, die ist in Cola sucht, natürlich. Und Ember, Sika nochmal, bist du der Beste. Vielen Dank. Und für das Hüpferden danke auch nochmal. So, wo habe ich das jetzt nicht vorgelesen? Ich finde es gerade nicht. Ah, hier. Bekommen wir einen Herzregen. Martin Berger, auf die 1. Dann musst du auf die 2. Dann kriegst du gerne Herzregen. Hauen wir mal raus. Alle mal nochmal ein Like da lassen. Herzregen. Oh nee, ich muss heute eine Fußraumspinne machen. Oh nee, bitte nicht. Oh nein. Ich bin ja im Knast, die wirst du das machen. Das geht ja gar nicht. Ey, ich muss mich anschälen. Ey, Leute. Wie soll ich eine Fuß... Ich werde jetzt sicher keine 40 Minuten warten, bis ich eine Fußraumspinne machen kann. 100%ig nicht. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich spreche einfach aus. Also jetzt habe ich das vorgelegt, das ist vor Blacky. Vor 3 Stunden. Vor 40 Monaten. Vor 2, vor 3 Stunden war es, ne? No, danke. So Nancy Rockenstein. Du musst was essen vor 3 Stunden. Geil. Ich bin weg. Auf Wiedersehen, Rumpel. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Türe eintreten. Ah, rantreten. Ach so, rantreten. Ich lege ihn aber hinten ein Kabelbinder an. Ja. Ja. Dann können sie mal folgen. Ja. Können sie mal ihre Maske ausziehen? Ich glaube, ich kenne sie von irgendwoher. Kann. Sind sie aus der Tür draußen, oder? Ich bin aus der Tür draußen, ja. Können sie mal ihre Maske ausziehen, dass ich die mal angucken kann vom Gesicht her? Kann ich gleich machen. Oh, echt jetzt? Oh, sie sind aber netter. Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass sie das machen. Ich kenne eh schon jeder. Ach so, sie kenne eh jeder. Ich will nur mal gucken, wer sie sind. Ich kenne sie nicht. Wer sind sie? Das sage ich jetzt nicht. Ach so. Ja, gut. Ich helfe ihnen aber hier hinten rein. Ach so, ich muss ja hinten rein, ne? Ja. Finden sie was schön? Könnte ich zu David Trashen, so wie du? Könnte ich du meinen BMW kurz abholen? Ich dachte, ich kenne sie vielleicht. Vom Outfit her kommen sie mir sehr bekannt. Ach so, sie haben ja alle dasselbe Outfit an, ne? Sag mal, werden sie alle von der selben Mutter eingekleidet, oder wie ist das? Kommt drauf an. Haben sie alle dieselbe Mama? Nächste Serie 2, dann hilft die Intention, wenn die Sexte ablösen. So. Äh, Maka Lumpa haben wir frei vorgesst. Ah ne, doch nicht. Kurti, du fährst sicherlich 1980er BMW M1 C26. Ja. Und, äh, das ist dir peinlich. Deshalb gibst du es nicht zufällig. Ich gebe gegüßt und geherzt. Dankeschön. Ich fühle mich wirklich sehr schlecht drin. Alter! Das Schweizer Tauschenmesser. Bin zwar erst seit circa eineinhalb Stunden dabei, aber wieder ein mega Stream. Grüße aus der Schweiz. Hä, bei mir stand drei Stunden, Bruder. 150. Hä, wie ist denn das möglich? Bei mir steht, vielleicht ist das Tippi, das einfach verpackt ist. Schweizer Tauschenmesser, oder, ne, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, vielleicht, ich weiß nicht, wie er das ausgerichtet hat. Oder vielleicht bist du gerade, ich weiß nicht, in die, in die Vergangenheit gereist. Ist das die Vergangenheit? Oder in die Zukunft? Ach, keine Ahnung, frag mich nicht. Reform mit Tjoki. Der goldene Berg, Dank für das Euro. Wenn man vor zwei Wochen einen aufs Ohr bekommen hat und jetzt immer noch weniger auf einem Ohr hört als auf dem anderen, gilt das doch als Hörschaden, oder? Keine Ahnung, Guter. Ich sehe aus wie jemand, der sich damit auskennt. Hä? Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage? Der goldene Berg? Hä? Wo ist du, wo ist du zusammengeschlagen? Du hörst jetzt auf einem Ohr nicht mehr, oder wie? Also vor zwei Wochen will ich mir Sorgen machen, oder? Alter, Marber! Mit nochmal 50 Euro mit dem Heiko, was ist denn los? Um die Uhrzeit, was ist denn da los? Da hab ich schon so viel rausgewuppelt. Naja, komm. Wir hauen raus, aber Kopf über, bitte. Einmal geht noch. Wir machen heute ich und auf Fußraub spinne, ach nee. Auch wenn er es nicht zugibt, aber sein Arsch geht ihm ganz schön auf Grundreis. Neee. Och, das war jetzt ein schnull Einblender. Oh nein, nein, nicht da drauf. Ja, so. Phoebe, Handler, danke fürs Vipi-Wern auch. Phoebe. Kevkev, alter, Kevkev1904, nochmal 25 Euro, alter, vielen Dank mit Moin, herzlich willkommen. Mach du mehr auf die zwei jetzt besser, nee, Blackie, war nur Spaß. Danke nochmal an Blackie. Er ist vorgelesen, richtig und wichtig. Aquam, drei Änderungen für Sipfler, ein NT-Script ist noch mitgeworden. Und Samuel Steiner, ich grüße dich nochmal, jawohl, wird grüßt. Seine erste Spende, schreibt er. Oh nee, Feini, was ist rot und sitzt auf der Toilette? Eine Klomate, das ist echt schlecht, alter. Adrian, Al, war dann für 90 Cent nochmal 90 Cent? Kurz Schock gehabt, dass jemand meinen Namen benutzt, Lach, Abo und Like da lassen. Alle, ja, Xy, ja, wichtig und richtig. CYS, Dankeschön fürs Hipferden. Mazik, Dankeschön fürs Hipferden auch. WDG, bester Streamer aller Zeiten, bleibst du wie du bist, kannst du Chasen und Nico bitte grüßen, jawohl. Wie sieht man aus mit Jason und Nico? Wir haben beide paniert und mit der Chasen. Können sie mich? Klar und deutlich, warum? 20 Mal was der Bösen? Ist das eine Fangfrage? Kommt drauf an. Er war schon mal da. Ich hab letztes Mal jemanden gefragt, jetzt sind sie endlich mal zu zweit, wie schön. Ich hab jetzt mal wen gefragt, was passieren würde, wenn ich ihn zusammenkloppe, weil er alleine war. Dass ich eigentlich flüchten könnte in dem Moment, aber jetzt geht er nicht mehr. Ich glaube, ich weiß, war es ein Kollege von uns? Nee, weil letztes Mal hat er mich da vorne, hat er mich entfesselt und dann standen wir gegen übereinander und er so, also übereinander stand er vor mir und da hatte ich schon keine Fesseln, und er so, stand so, was würden sie jetzt machen, wenn ich sie jetzt verkloppen würde und er so, ja, in Panic und so drücken, aber er war halt komplett allein, also nichts ist unmöglich, ich glaube so. Ich muss da noch einmal durchsuchen? Natürlich, ich hab ein, was hab ich denn dabei, einen Aufstrich hab ich noch dabei, einen Brotaufstrich. Also dürfen sie behalten. Danke. Aus den Funkgeräten entnehme ich die Akkus, kriegen sie bei der Leistung vor allem zurück. Habe ich schon rausgenommen, bekommen, genauso wie beim Handy, die SIM-Karte wurden auch schon entzogen. Knirschen sie da auf dem Boden mit ihren Schuhen? Ja, ja, das ist, ich brauch neue Schuhe, wissen sie. Ach so, es quietscht da ein bisschen. Da kommt ja noch einer. Das ist fast. Schau mal, sie haben doch andere Mütter, der hat sich anders angezogen. Alle von einer anderen Mutter anscheinend. Das ist der Sound auf der Spendung. Ja. Das werden das letzte Essen, was die essen. Ich nehme mir aber die Karte, wenn du da hinten abgehst. Ja, das ist die Schuhe, das ist unglaublich. Das ist doch fast wie bei dieser SpongeBob-Folge, wo diese, diese Quietschstiefel da sind. Die müssen sie unbedingt austauschen. Oder die dealen damit und verbrennen. Der Kollege kümmert sich immer, wenn ich das nicht nach der Schule kriege. Weil der ist irgendwie ein bisschen verpeilt mit dem Einkaufen. Ja, ich habe die Einkaufsliste verschmissen. Sie dürfen sich einmal zu mir umdrehen. Was, sie haben sich eingeschissen? Ich habe die Einkaufsliste verschmissen. Ach so. Ich habe verstanden, sie haben sich eingeschissen. Na gut, das macht Sinn. Ich habe nämlich irgendwo einen Furz gerade gehört, deshalb dachte ich, okay, das kommt vielleicht von Ihnen. Er hat einen Vogel zu Hause. Es gibt noch eine Rechnung von mir. Sag mal, haben Sie einen Vogel 15.000 Dollar? Aber ganz schön, seit wann ist das so teuer? Ich habe jetzt mal 5.000 dafür bezahlt. Weil sie zu dritt gekommen sind. Das liegt an mir. Ja, dann gehen sie weg, dann bezahle ich weniger. Was soll denn das? Ich bin leider mitgefahren. Warum sind sie mitgefahren? Kann man das irgendwie anders buchen? Nö. Ich habe keine 15.000, aber doch habe ich, aber ich bezahle es ungern. Das Buchungspaket entscheiden wir immer. Ach so, das heißt, wenn sie mit 50 Leuten fahren, bezahle ich auch, was wäre das? Was ist denn, was ist denn, eine Person 5.000, ne? Oder was kostet jetzt eine Person? Das ist davon abhängig, ich habe, ich habe letztes Mal 5.000 bezahlt pro Person, da war einer da, ja 5.000 bezahlt, wie kommt es jetzt auf 15, wenn sie mitgefahren sind? Haben sie noch irgendwelche Fragen an mich? Ja, sie machen sich die Welt, die sie ihnen gefällt, habe ich das Gefühl. Ne, machen wir nicht, wir arbeiten nach unserer Rechensliste. Ja, aber warum sind sie mitgefahren? Wieso nicht? Warum ist letztes Mal keiner mitgefahren, ist die Frage. Und da habe ich nur 5.000 bezahlt und sie fahren jetzt mit, ich fahre 15.000. Das ist die Frage aller Fragen, Herr Rumpf. Die Frage aller Fragen. Wie kommt, warten Sie mal, wir haben jetzt, sie sind jetzt zu zweit, das heißt, ich habe 1 plus 1 ist gleich 15.000. Wie kann dann 1 plus 0 gleich 5.000 ergeben, wenn ich jetzt 1 plus 1 15.000 habe? Die Rechnung geht nicht auf. Ich habe letztes Mal 5.000 bezahlt. Hä? Herr Rumpf, es hat alles so einen Sinn, auch diese Rechnung hat den Sinn, auch wenn sie nicht verstehen, es ist, wir haben uns schon was dabei gedacht, okay? Ja, vielleicht der Battle Pass Bonus, dass sie sich eine Fortnite Battle Pass das doch dazu holen können. Nee, ich spiele kein Fortnite. Achso, ja. Gut, dann würde ich es jetzt einmal für 40 Monate überstellen. Ja. Gut. Schönen Aufenthalt. Jedenfalls. Ciao, ciao. Hä? Wie kommt diese Rechnung zustande? Ich habe letztes Mal 5.000 bezahlt für eine Person. Jetzt ist ja mitgefahren, zahle ich 15.000. Wo ist denn da der Sinn? Er hat jetzt gesagt, er hat nur die 2 berechnet. Hä? Was ist denn das für ein Betrag? Wie kommen die auf sowas? Sag mal, hat er irgendwie, ich weiß nicht, wir sollten vielleicht die Rechnung mal öffentlich machen, wie das möglich sein kann. Wollen wir mal einen festen Betrag festsetzen? Kann doch nicht sein, dass ich an einem Tag 5.000 zahle und jetzt 15.000. Muss auch einen Grund geben, warum... Das habe ich 15.000 Mal neu gekauft, das hier. Das hat mich auch wieder 80 Euro gekostet, das Ganze hier. Und dafür, dass es wieder einen Bug hat, das ist ja schön. Sehr, sehr schön. Hat das hier auch denselben Bug? Nee, hier nicht. Das ist aber komisch. Das ist fürs Aussehen dabei, glaube ich auch. Nee, ich verstehe es ja, wenn ich, weißt du, wenn ich 10.000 bezahlen würde, verstehe ich es ja. Aber wie kommt der Betrag auf 15.000? Für zwei Leute. Wie gesagt, für zwei Leute. Abzocke. Gar nicht mehr, schreibt es euch mal rot. Hä? Du zittert drinnen, Dächtelmechtel. Was soll denn das nicht in meinem Chat? Hallo? Wird hier Dächtelmechtel im Chat betrieben? Ich verstehe auch nichts mehr. So, ähm. Irgendwas nicht vorgelesen? Das haben wir vorgelesen. Jawohl. Dächtelmechtel. Wieso sollten zwei Arschpacken nicht heiraten? Weil sie wegen jedem Scheiß auseinander gehen. Das kenne ich aber auch schon. Dankeschön dafür. Da bin ich wohl lost. Sorry. Da habe ich mich wohl vertan. Nicht der Zeit. Zeit nicht zu. Ja, das kann sein. Das Zeit vergeht schnell, wenn man streamt. Also ich merke das auch. Für mich, also ich stream seit fünf Stunden dreißig. Mir kommt es gerade vor wie zwei Stunden dreißig. Wenn man streamt und zockt, ist das so schnell weg, die Zeit. Das ist halt das Schöne dran, ne? Der legendäre, unsichtbare Kamelbinder. Ja, Xunzabub, das wird sich auf 3.0 Gott sei Dank ändern. Da freue ich mich drauf. Da kannst du dann, auf 3.0 kannst du, äh, mit Handschellen auch jemanden mitnehmen und da kannst du auch mit Handschellen, ähm, jemanden ins Auto setzen und dann kann sich anschnallen. Auf das freue ich mich schon sehr. Julian, äh, öllas Dank für das PP werden. Random Dank für das IP werden und ich glaube, ich mache jetzt eine Fußraumspinne. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich jetzt eine Fußraumspinne mache, ich kann hier gar nicht raus, ne? Ich werde jetzt zurück TP't und dann habe ich eine Haftstrafe mehr. Ja, toll, Leute. Ich weiß nicht, wie soll ich eine Fußraumspinne jetzt machen? Ich meine, es gibt schon eine Möglichkeit, aber die ist halt unfair, weil ich würde dann, ich meine, ich kann mich dann später nochmal einknasten, aber das ist halt auch dumm. Das wäre jetzt so ein bisschen Admin-Abuse, aber ich könnte mich halt später auch einknasten, weil ich komme hier nicht raus. Sobald ich hier rausgehe, ich kann es euch mal zeigen. Weil ich mich dann Unchail, ist das doch dann verbuggt, oder? Ja, mache ich lieber nicht. Dann bin ich verbuggt da drin. Dann bin ich in Bagdad. 36 Minuten. Nee, ähm, geht das überhaupt Unchail? Ich weiß nicht, ob das das Admin geht. 4, 5, 4, 1. Nee, ich muss Polizist sein, dass das geht, ja. Aber ich kann das. Wenn ich jetzt Cop mache. Ich habe jetzt 36 Minuten noch auf der Dingsne. Oh, Bagella. Oh, Bagella. Oh, Bagella. Dotteloni, Dottelini, Dotteloni. Oh, ja. Oh. Hast du Bock, was zu machen? Was denn? Ein Jumpscare. Äh, wen denn? Ähm, er fängt mit M an. Nee, mache ich nicht. Mach ich nicht. Oh, Mann. Ich will sowieso die Leute nicht Jumpscaren, mit nur die Leute Leidnis machen. Weißt du, der Einzige, die ich Jumpscaren wollte, war immer Andl. Sonst niemanden. Ich auch. Ja. Aber er ist nicht da. Ja. Ich mache das sonst mal keinmal, sonst haben die Leute Angst davor. Stell dir mal vor, du wirst ja, du wirst ja auf RLOS spielen, musst jederzeit Angst haben, bis du einen Jumpscare in die Fresse kriegst. Ja, aber mach ich aber auch die Fresse. Komm mal. Willst du es doch aussehen? Welche ID? Warte. 697. Ich weiß nicht immer, wie das Skript heißt, ne? Jumpscare. Ja, heißt es nicht. Hm? Findet er nicht. Wie ich gerade nicht? Wie das Skript heißt. Ja, Jumpscare. Das heißt. Ja, so heißt es aber nicht. Ich glaube, wir haben das gar nicht mehr. Warte. Ja, also, starten über Jumpscare. Was ist da? Jumpscare. Warte mal, ich mach mal da. Ich mach mal. Nee, geht doch gar nicht. Nee, ich lass es lieber. Eigentlich wollte ich es nämlich viel lieber benutzen. Aber du, du drängst mich dazu. Du drängst mich. Jump. Ach komm, das kann ich jetzt. Soll ich das wirklich? Nee, das will ich gar nicht. Scotty sagt auch. 6, 9, 7. Du willst es sehen? 6, 9, 7. Du willst. Also 6, 9, 7 doch. So, es ist verbracht. Jetzt hör mal auf damit. Jetzt werden wir es nicht mal verwenden. Hast du? Ja. Ich will das echt nicht mehr verwenden. Ich werde immer gezwungen dazu, dass ich das mache. Muss ich mal reinschauen. Und du musst jetzt in den Knast? Ja, eigentlich schon. Du wolltest noch Fußraum spielen machen. Ja. Ja, also, also eigentlich, eigentlich schon, ja. Aber ich komm ja nicht raus. Okay, Marius hat sich zerfetzt sich gerade. Okay, der war gut. Warte, muss ich gucken. Das ist so unnötig. Alter, wie ist denn das? Fristat. Oh, nette Arme. Ich wurde gezwungen, war Jender. mit dir Bisske. Ja, lustig. Schöne Grüße. Ja, um 40 sind alle Leute da. Echt lustig. Komm, ey. Oh, tut mir so leid. Jetzt hab ich sie ja nicht mitbekommen. Wo muss ich hin? Alter, der hat sich aus dem Sessel gerissen. Oh, Marius tut mir so leid. Ich wusste, ich wurde gezwungen, weißt du, ich kann ja gar nicht anders. Mich zwingen alle, mich hat, bis er da zreißt, er chillt da ganz gechillt. Oh. Soll ich schon mal irgendwas vorbereiten? Nein, keiner ist da. Wie ruhig es im Krankenhaus ist, da vor allem erschreit. Oh nee, oh nee, es tut mir so leid, Marius, es tut mir so leid. Oh. Nee, ich kann nicht mehr. Ich hab jetzt das Zerschaller da drin. Ja, aber. Alter, wie die Augen groß geworden sind. Ich will das aber nicht mehr verwenden, wirklich. Mir tun die Leute leid. Er kriegt was von mir. Das war das allerletzte Mal jetzt. Es geht auf meinen Nacken. Ja, das musst du ihm aber sagen. Du musst ihm eine Pizza anbieten oder so. Mach ich. Und eine Palette Red Bull. Der arme Weinschatz. Tschüss. Ach nee. Nee, ich will aber eine Fußrumspinne machen. Ich will mich, ich, weißt du was, ich chill mich dann später nochmal. Ich hab jetzt, ich muss jetzt schnell eine Fußrumspinne machen, aber es geht dir nicht anders. Ich muss sonst sehr die, deshalb, ich bin da so ein Blädel, ich hätte einfach nichts dazu sagen sollen. Ich sag nie wieder was beim BD. Nie mehr wieder. Ähm. So. 5, 4, 1. Ja, ich werde es trotzdem absitzen. Nach der Fußrumspinne werde ich mich wieder einschillen. Kann ich mich chillen? Slash chill? Ja, kann ich. Passt. Geht ja. Was hatte ich jetzt 32 Minuten glaube ich, oder 31? Weil wir waren es schon 30, keine Ahnung. Für 30 Minuten muss ich mich einsperren. Also wenn man eine Fußrumspinne kriegt. Ich hab mal Blips. Ich geh mal ins MD, ich geh mal zu Marius und frage ihn, ob es ihm gut geht. Nee, 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 war in Ordnung. Ach, sehr schön. Fürs erste Mal nicht schlecht. Dankeschön. Wir geben unser Bestes. Jo, bis nächste Woche. Jo, schönen Feierabend. Ciao, ciao. Auf jeden Fall. So. Einen wunderschönen guten Spitzenabend. Was hast du denn du da schon wieder? Ich hab gar nicht. Wann spielt's? Hab ich ein Spiel zu sehen? Also, ich weiß jetzt nicht, was du, was spielst du hier irgendwas über dein Handy ab? Nein, ich rede über Zwergspitze, hä? Ja, wir haben alle schon, ich glaube, ich muss mich doch mal in psychologische Behandlung gegeben. Du hast zu viele Bewerbungen dir angeschaut. Ich hab zu viele Bewerbungen angeschaut, ja. Also, mein Zwergspitze ist es nicht. Äh, also ich, ich weiß jetzt nicht, was wir... Wir fahren los. Jetzt auch schnell. Ich muss so dringend außer Dienst. Das ist... Das war zu viel halt. Wo geht's noch hin außer Dienst? Keine Ahnung. Darf ich mitbekommen? Ja, klar. Disney Plus, ja. Vielleicht guck ich mir Mandalorian an oder so. So was in die Richtung. Hilfe! Sind sie jetzt außer Dienst? Wenn ich mich so beobachtet fühl, dann nicht, nee. Schöne Taschenlampe haben sie. Dankeschön. Die brauche ich, um den Patienten ins Auge zu leuchten. Den Schlüsselbund haben sie, weil sie Hausmeister sind, oder? Ja, ja, genau. Oh. Ich putze hier regelmäßig. Hm. Willst du sie Kotze von alten Menschen wegwischen? Nee, zum Glück nicht mehr. Ja, zum Glück, weil dann niste ich mich gerne ein, den Kotze von alten Menschen. Dann lege ich meine Eier rein. Und dann kommen da ganz viele Babys. Ja. Meine Frage ist, sind sie spitz oder sind sie allein? Inwiefern? Wenn sie spitz werden wollen, dann ist sicher eine Freude, die ich herbringen könnte für sie. Ich bin relativ zufrieden hier. Ich habe nur sehr viele Kollegen, die mich umgeben. Ich bin nicht allein, nein. Hm. Oh, liebe unter Kollegen, ist ja auch was Schönes. So kann man sich definieren. Hm. Auf wen stehen sie denn? Auf die gute Zusammenarbeit mit den Einwohnern und dass es allen gut geht. Das heißt, ihnen ist das egal? Hm. Was denn egal? Ja. Hauptsache ein Löchlein in der Nähe, oder? Wie ist das? Nee, nicht wirklich. Ich verstehe gerade den Ansatz nicht so ganz. Was machen sie, wenn sie spitz sind? Das ist mal die Frage, an die ich sie stellen. Unangenehme Frage. Ja, was machen sie, wenn sie spitz sind? Mich um die Versorgung der Patienten kümmern. Falsche Antwort. Ganz professionell. Falsch. Falsche Antwort. Die richtige Antwort wäre... Es gibt keine falsche Antworten. Es gibt nur richtige Antworten. Es gibt nur richtige Antworten. Eine richtige Antwort. Die gibt es. Ja, ja. Die finden sie am Schnürsenkel und am Schuh. Das ist nämlich der Spitzer. Weißt du, wie das Ende des Schnürsenkels heißt? Ja. Ja, und wie? Pinke. Ja, nicht schlecht. Fini sind verb geguckt. Ja. Die Pinke. Und keiner weiß es, außer Leute von Fini sind verb. Ich habe ganz genau gewusst, sie haben es davon, weil sie Disney Plus guckt. Hat sie doch gesagt? Ja. Du überraschst mich immer wieder. Ja, natürlich. Unglaublich. Ja, gut. Dann sind sie halt spitz mit den Einwohnern. Viel Spaß dabei. Aber passt sie auf nicht, dass sie dann fünffacher Vater sind. Ja, natürlich. Einen schönen Abend dir noch, ne? Ciao, ciao. Don't forget the protection. Boah, jetzt habe ich eine gute Idee. Wartet mal. Boah, jetzt habe ich eine gute Idee. Die Patienten in der Eingang vorne. Hier oben, ähm, leidert es mich vor, gerade, ähm, bitte warten Sie auf den Arzt. Der Oberarzt, die Trittschkont um 24 Uhr ins Haus. Ansteig bitte in der Linie. Danke. Wir wollen den Oberarzt haben. Hallo? So dumm einfach. Das sind Lautsprecher hier, gerade. Sprechanlagen, nicht ob es sagt. Das ist Sprechanlage. Oh, da ist Party. Ja, da gehe ich hin. Party walking in the house tonight. Oder ist niemand mehr. Man hat irgendwann das DJ-Script angelassen. Wer macht denn sowas? Was soll denn das? Macht das doch aus? Da könnte ich jetzt mal kurz, wenn ich sowas sehe. Mach doch das. Da werde ich irgendwie was für 3-0 machen. Das ist, wenn jemand vom DJ-Ding weggeht, dass das aus ist. DJ-0. Da kriege ich jedes Mal, kriege ich jedes Mal echt. Ja, nicht Rechnung. Stage, ne? Da hat alles einfach angelassen. Das Feuer nicht. Alter, alles ausschalten, ne? Alles ausschalten, das ist nicht so schwer. Aber wie gerne möchte ich da Smug geraufen lassen. Die CO2-Maschinchen. Ich habe leider keine Musik, die cool ist. I put my hands up in the house. Feuer. Feuer frei. Hier für Andel. Rammstein. Auch schon alt, ne? Das Skript. Könnte man auch mal wieder neu machen. Mit UI. Ja. Könnte man. Muss man aber nicht. Jetzt geht's, dann geht's. Ist da wer? Niemand. Wie viel ist denn noch los um die Uhrzeit? 101 Leute noch. Das ist schön. Ich bin ja gespannt, wie es auf 3.0 wird. Durch das Farmen und so. Oh, da drüben fährt ich mehr nach Catalina. Ja, der fährt nach Catalina. Halte ich da mal nicht auf. Oh, Bankraub. Ui, ja, da bin ich dabei. Iskrot ab Bankraub. Ja. Ich denke, ich muss nur noch austragen, dann später bei 1.07. Oh, ne, das Kartell. Oh, nein. Ich stelle das mal an, die machen hier. Bellinger, Dings. Oh, er geht drüber, Mann. Ja, wir fangen hier. Frage, Mann. Das ist alles hier. Ja. Das ist genau das Ding. Komme ich von mir. Ja. Also, Leute. What you see is what you get. Das is all we have. Was? Siehst du? Ein Taft. Ja, wir sind Clowns, Mann. Keine Studenten. Okay, pass mal auf. Wir haben eine Forderung. Ich pass auf. Dafür kriegt ihr zwei. Pass mal auf. Wir haben eine Vorherung. Diese beiden dicken, schwarzen Kisten. Die? Ja. Und die. Die fahren die Kollegen jetzt um, lackieren in Celeste. Celeste. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Doch, sie machen das. Sonst bestirbt eine Geisel, Mann. Das ist mir scheißegal. Das verstehe ich. Gucken wir dir das an. Aber das sind ja auch viele. Wir waren ja auch viele. Aber guck dir das an, was da drin noch los ist. Alter, da haben wir ein paar Leute mit eingepackt. Muss ich jetzt auch singen? Ja, los. Okay. Die armen Leute, die da drin sind. Oh, da habe ich eine gute Idee. Schwimm mal. Kört den in das Wasser. Schwimmst den in die Höhe. Das war so schön. Ja, also ich sage mal so, was die Höhe von den verschiedenen Wörtern angeht. Dann müssen wir noch mal reden. Es geht immer hoch am Ende. Schwimmen auf dem See. Und ich schwimme auf dem See. Also, also, sie kann wirklich gut sehen. Sie kann. Sie hat alle meine Inseln gesucht. Wer quietscht denn hier, Mann? Hat da irgendjemand neue Schuhe? Es quietscht, Mann. Die müssen noch bezahlt werden. Loni, du sollst noch mal sehen. Los, kriegst du an der Schokolade. Ja, mit mir auf Floor 2, bitte. Zum vorderen Karls Neuse. Danke. Ja. Ja, Mann, das war, glaube ich, die Durchsage Nummer 2. Bitte zum Kassenhäuschen. Welches Kassenhäuschen, Mann? Das habe ich nicht weitergekriegt. Egal. Hat der Bajella schon eine Durchsage gemacht? Auch Bajella. Du hast doch geschokladet. Aber frei. Warte, den hier. Psst. Hey. Hey, du. Hallo. Sieht da. Hallo. Ihr hört nichts. Maxi. Max. Post Angestellter Max. Ja? Ja, komm in den Busch. Folge meiner Stimme. Der in der Ecke. Ja, folge meinem Busch in der Ecke. Ja. Na? Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und selbst? Hallo? Warum stehst du hier alleine, Mann? So ein Typ hat mich hingerufen. Was ist denn Typ, Mann? Na, ich habe doch auch so eine Stimme auf einmal. Zurück zu den anderen, Mann. So, mache ich. Du weißt das hier wegen dem Dings, oder? Ja. Ja, was machst du hier, Mann? Ja, wir geredet. Wer, Mann? Wer? Ja, der ist irgendwie nur der Pfutzenten. Der hat Stimme und rennt hinter der Stimme her, Mann. Oh, nee. Der arme Bruder. Hast du mich verstanden, yo? Yo, perfekt. Der lässt mal. Ja, gut. Ich lasse die mal alleine. Ich gehe mal zurück. Oh, ist das der Klausi? Ja, ja, ist der selber. Ich habe den selber. Also, ich muss mein Auto-SLS machen, wir zwei Geil sind. Chasen. Chasen. Ich weiß nicht, ob ich immer genauer ist. Das Chasen. Also, wir Chasen panieren. Ich, wo wir uns dann dürfen. Können wir bitte ein Script machen, wo es so eine Riesenfritteuse ist, wo du Leute panieren kannst? Das wäre so lustig. Geil sind. Ja, die anderen gehen alle nicht. Ja, gut zu wissen, ne? Ja, ich gehe mal zurück. Ich knaspe mir nochmal ein. Dann kann ich mit 1 und 7 ein bisschen telefonieren. Was passiert ist? Ich habe das nämlich voll vergessen. Ähm, chill. Also, ich muss mich cop machen, ne? 5, 4, 1. Puls 4. Chill. 5, 4, 1. Also, ja. Ich muss 30 Minuten, ne? Habe ich ja noch zum Absitzeln. 30 Minutis! Ich gehe kurz zurück ins RP. Ich habe nicht vergessen, mich abzumelden. Naja, ich wollte für euch noch eine Fußgangsschunde machen und dann. Ja, passt. Gut. So, nochmal Blips aus. Machen wir wieder 1 und 7. Back in the RP Business. Ach, das ist das, glaube ich, ne? Machen wir einen neuen Rang für Scotty. Aber da muss erst Scotty die Kabel verlegen im Haus. Äh, Tom KQP, danke für die Euro auch. Dankeschön. Äh, Gamer 3000 für SIP werden. Markus Stadelmeier. Jetzt einfach während der Jailzeit Homeland. Danach wieder RP. Willst du uns ja nur umhocken im SG. Ja, habe ich jetzt eh so gemacht. War es schon so? Ich rufe mal an. Also, ich muss zur Zelle. Muss ich ja hier reingehen, ne? So kann ich nicht nirgends anrufen. Danke, ähm. Tom, nochmal für 2 Euro. Mal im Superchat. Vielen, vielen Dank. Oder Tom. Ich weiß nicht, wie ich dich aussprechen soll. Guck mal an. Oh, ganz viele Nachrichten. Ne, muss schlafen gehen. Ah ja, jetzt habe ich Jason vergessen. Ja, bin ich eingeknastet. Ich wollte heute Abend noch Jason panieren. Ich denke an Spitz. Ich kann hier ja ins Tablet nicht gehen, ne? Wer müsste da sein? Qubis 100 pro da, oder? Ich habe seine Nummer immer noch nicht. Schauen wir mal. Wenn der Herz da ist, dann heftig. In die Uhrzeit. Wenn nicht, dann nicht. Dann nicht Matt. Oh, auf dich ist Verlass, du bist immer da. Hallo. Ich wollte nur sagen, ich bin eingeknastet worden. Du bist eingeknastet worden? Ja, du wirst niemals drauf kommen. Warum? Warum? Ja gut, du warst da, ich glaube, du warst da gestern dabei, wo dieses Auto da war, dieser mit dem Messerstecher. Äh, nee. Ah, okay. Nee, war gar nicht wegen heute. Die haben mich da eingeknastet. Jetzt sitze ich da für 40 Monate. Jetzt habe ich noch 30. 30. Brauchst du eine Abwohnung? Nee, nee. Ich gehe dann hier schlafen, aber vielleicht, dass du mich austragen kannst und dass die Leute Bescheid wissen, dass ich jetzt im Knast bin. Weil ich kann jetzt nicht ins Tablet gehörmig austragen. Wäre super, wenn du das machen könntest. Kein Problem. Dankeschön. Ach ja, kannst du den anderen auch sagen? Weil ich weiß jetzt nicht mehr, wer da ist, weil ich das Tablet ja nicht habe. Ich war jetzt im Knast unten, da wird es jetzt bald irgendwie mal zwischen PD und 127 eine Besprechung geben. Werde ich aber nochmal im E-Mail-Verteiler nochmal fragen, wer da dann alles dabei ist und wann das ist. Sag ich Bescheid. Jawohl, gut. Danke. Kein Problem. Und ciao, ciao. Ciao. Ich rufe jetzt nämlich immer, wenn was ist, QB an, weil der ist 24-7 da. Es ist egal, wann ich ihn anrufe, er hat immer ab. Das muss man schon sagen. Nur noch ihn anrufe. Nur noch ihn. So. Danke an Random. Jetzt fände ich mir auf RL schon lange nicht mehr. Jetzt, was heißt jetzt, ist es schon lang? Sagen, seit zwei Monaten, drei Monaten mittlerweile. Ja. Chris GG, danke fürs VP werden. Was ist dumm? Was, ne, wer das liest, ist dumm. Was, ich bin, bin so dumm, dass ich mal gelesen habe, Bruder. Das heißt, ich habe es richtig gelesen, das bin ich nicht dumm, ne? Liebe deine Teams-Fans, liebe, liebe den Chats. Jawohl. In der Austria-Kev, danke für 91 noch. Nico Melzer, danke fürs VP werden. Warum nicht Tim Melzer? Ja, Tim Melzer. Ich bin Koch. Ich bin Tim Melzer. Ich mache euch mit einem Pfanne mal hier was. Schönes. Ähm, danke noch. Einfach Tomek. Okay, Tomek. Wegen dem Coupé hinten dran. Das macht mich fertig. Und danke fürs Mitglied werden, ne? Vielen, vielen Dank. Haut er sich auch nochmal raus hier, das Mitgliedschaftsteilchen hier. Ich sage, du gehst auf. Ja, ich gehe jetzt ja auch auf. Ich gehe ja jetzt auch auf. Ich werde mich jetzt, äh, rein chillen Richtung Ding. Also, ich bleibe jetzt natürlich noch hier im Knast, aber es ist, mein 25 Minuten Knast ist jetzt nichts für euch und ich habe heute noch ein Gespräch, also werde ich einfach im Hintergrund offen lassen und werde dann ein Gespräch führen. Und, äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt kein Inhalt mehr für euch, den ihr jetzt euch geben müsst, dass ich da für eine halbe Stunde im Knast sitzen werde. Also, das tut es echt immer reichbar krass. Ja, das muss man auch anrechnen, ne? Ich glaube auch, ich glaube auch, dass, ähm, ja, ich muss mal, muss mal gucken, wer mal alles da ist. Jetzt sehe ich das eh immer. Ja, sicher andere auch noch, aber, äh, Q wie immer am Start. So, Leute. Alter, ganze 9000 Likes. Ich küsse euren Nacken. Heute war wieder so viel los bei mir im Stream. Das ist jetzt wirklich vielen Dank für alle, die heute eingeschaltet haben. Es war echt krass. Wirklich kranke Support heute. Danke für alle, die heute mit aktiv dabei waren, die mitgefiebert haben. Du hast ein Gespräch, ja. Schandl, ich habe ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob ich draufkomme, mit wem. Mit wem oder was? Nja. Also, Leute, ich wünsche euch wirklich eine wunderschöne gute Nacht. Vielen Dank für alle, die heute mit am Start waren. Danke an die Mods fürs Moderieren. Ähm, danke für Scotty, den Mod. Tachan, natürlich auch schön, dass du hier bist, ne? Auch immer am Start. Schauen wir doch, wer noch als aktives Mod ist. Tachan habe ich gesehen. Und, und. Martin Berger natürlich auf die, auf die Eins. Ich darf, ich darf das, ich darf das nicht, äh. Er traut sich. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Traust. Ich glaube, er traut sich gar nicht mehr. Ähm, bei. Hat er sich geschauen? Traut er sich noch? Unter News? Lass mich schauen. Nee. Martin Berger traut sich jetzt, die trauen sich jetzt nicht mal mehr, die Reaktion hinzuzufügen. Seitdem ich das mit Martin Berger auf die Zweige gemacht habe, der Arme. Nee, alles gut. Kannst du gerne wieder reinschallern. Ich hab nur Spaß gemacht. So. Äh, vielen Dank, die alle dabei waren. Äh, danke an die Mods. Danke an Schandl, die Moderatorin, die heute sehr gut moderiert hat. Mit Scotty zusammen. Top-Moderatoren. Die haben die, ihr habt die ganze Zeit in meinem Chat, habt ihr rumgechattet. Unglaublich. Den ganzen Tag haben die zwei gechattet in meinem Chat. Sucht euch einen Einzelchat. So, einen Einzelzimmerchat. Gute Nacht zusammen. Äh, nochmal, ähm. Genau, an dich, Tomek. Tomek. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Ich dachte schon, das heißt Tome oder Tom, E-K-Q-P. Alles Tomek. Kamaro, ja, stiller Zuschauer. Immer dabei. Ja, aber still. Stimmt, ich darf ja nicht vergessen. Kamaro, du schreibst ja meistens nie was rein, ne? Ist auch schön. Gibt auch Leute, die einfach so dabei sind. Auch aus Moderatoren. Man muss ja als Mod nix reinschreiben. Solange man moderiert, ne? Ist ja richtig und wichtig. Aber geht auch nochmal ein fettes Herz an die Bots raus, dass die auch immer da sind, ne? Kann man ja auch nicht sagen, dass, äh. Also seitdem wir jetzt auch die Mods jetzt da haben, so, dass ist jetzt immer was los. Ne? Dass die immer da sind. Und vor allem die Chat einstellen und so, ist auch schön. Ja, jetzt ist es halt VIP-Chat only an, weil, glaube ich, es wurde, glaube ich, vorhin gemailt hat oder irgendwas war, ne? Ja. Huh. Also Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Coupé wegen Auto. Ach so. Tomek Coupé. Also eh so, wie man es ausspricht. Ah, ja, ja, jetzt macht es Sinn. Wegen Auto Coupé. Aber noch nie so gelesen. Coupé. Aber nicht schlecht. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich verabschiede mich und ciao, ciao. Tschüssi Kowski. Ach ja, Wuppelt geht auf Instagram vorbei. Folgt mir gerne dort. Ähm, Wuppelt auch gerne im Shop vorbei. Es gibt auch immer den Wuppel. Das blüscht hier. Wer es noch nicht hat, gerne vorbeibuppelt mit Autogrammkarte. Ich kann sogar gucken, ob noch welche da sind für euch. Weil die Frage ist immer, gibt es auch Autogrammkarten? Ich gucke euch das jetzt schon danach. Ob wir noch welche haben. Aber wir müssen noch welche haben. So. Wichtig ist, wenn ihr den Plüschi bestellt. Die Autogrammkarte ist jetzt, also mein Shop hat gesagt, ihr habt das jetzt in so eine Karte reingelegt, dass die auf gar keinen Fall zerknickt oder so. Dass ihr dann in diese Karte reinschaut. Weil man sieht es zuerst nicht. Nicht, dass ihr das weghaut. Weil ihr denkt, das ist Müll oder so. Ähm. Ja, wir haben noch Autogrammkarten. Also wer noch bestellen möchte, Autogrammkarten sind noch genügend auf Lager. Wuppelt gerne rein. Zum Xion-Blue-Stil gibt es das immer gratis dazu. Genau. Wollte ich nur mal sagen. Also Leute, jetzt wirklich. Vielen Dank, für alle, die dabei waren. Und danke auch hier an, ähm, Checkman nochmal. Ne, das habe ich ja vorgelesen. Warum steht das immer noch bei mir? Bei mir steht immer Checkman, die eine Dings da. Sissi, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Jawohl, danke.